Jonas ist der erste im Stream, Jonas herzlich willkommen. Das, ProFelix, Baran, Jakub, Thorsten, Wuseliger, Bosnia, Arslan, Changi, Richard und Yasin. Sind die ersten im Stream, es geht ab, Freunde. Es geht ab, ja. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, aber Edi Geller wird sein erster Titel holen. Ich habe es heute in der Pisse, Freunde. Wir werden heute den ersten Titel holen. Es wird heute passieren. Es wird heute passieren. Freunde, wir sind online und wir können den ersten Titel holen. In Sebo Gellas Karriere. Wir sind erster Platz. Erster Platz? Es ist jetzt online und erster Platz. Achso. Slob98, danke schön für deinen Sub, mein Freund. Herzlich willkommen in der Edi Armee. Lyon hat die Champions League gewonnen. Was für eine Champions League, Digga. What do you mean, man? I don't know what you... What do you mean? I don't know what you mean. Yeah, yeah, yeah. Bezahlen. Weil wir müssen aber, wie gesagt, erstmal kurz ein bisschen warten. Wir können mal ein bisschen über Gott und die Welt reden. Habt ihr heute schon wieder die Enten gesehen? Die Enten, Freunde, sind so gut für meine Fantasy-Liga. Für meine Fantasy-Liga sind die Enten so super momentan. Die haben, ich hab die, jedes Mal und jedes Mal liefern die Männer ab. Jedes Mal liefern diese Männer ab. Sie sind so zuverlässig. So zuverlässig einfach nur. Wartet mal. Bin online. Zack. Holla mi rente, holla. Was kommt als 300k Abonnenten-Special? Erstmal, Freunde, erst mal kommt das 200k Abonnenten-Special. Das dauert zwar noch ein bisschen, aber es wird kommen. Ali mit einem Euro. Kurs geht raus. Dankeschön für den Euro, Ali. Ohne Nachricht. Freunde, ihr müsst mich auf dem Laufenden halten, wie es bei den Clippers immer steht. Da ist... Haltet mich auf dem Laufenden. Wie es bei den Clippers steht. Gegen Mavericks. Jetzt nicht die ganze Zeit, aber schon so immer alle 20 Minuten. Oder ich gucke einfach immer selber nach Loon. Moin, meinst du, selber warst du mal rothaarig? Ich hab mir auch noch nie meine Haare gefärbt oder so. Ich hab immer braune Haare gehabt, mein Friends. Immer, mein ganzes Leben. Selber muss abliefern. Freunde, ey, wir sind Zweiter. Ich dachte, wir wären Erster. John Turner, Riegerfeld, zwei Tage, Pferdekussverletzung. Pferde-Petis, weißt du? Ne, ähm, was soll ich sagen? Wir müssen nicht Erster werden, Freunde. Das Ziel ist Europa. Wir müssen in den ersten sechs. Und wir haben acht Punkte Abstand auf Leipzig. Das werden wir wohl organisiert bekommen. Das müssen wir organisiert bekommen. Wenn wir es diesmal nicht schaffen, Freunde, dann muss ich 100 Euro PSN-Card wieder verlosen. Also in alle neun, ich verlose immer eine 100 Euro PSN-Card, wenn ich es nicht organisiert bekomme, nach Europa zu kommen. Denn Millet freut sich über das Vertrauen bei Hertha BSC. Das ist kein Problem, my friend. Du bist bei mir gesetzt wie kein Zweiter. Huse, Mann. Da brauchst du dich auch nicht so schämen. Du bist einfach ein Mann dafür. Verpflichte zwei Spieler mit einem Potenzial von über 75. Ja, Digga. Bundesliga-Champions-League aktueller Rang 2. Erhöhe über drei Saisons die Dauerkartenanzahl um mindestens 10% der Stadionkapazität. Verbleibende Saisons 2. Digga, weiß einer, wie das geht? Tino verpflichten. Ja, aber wie bist du eigentlich Tino wirklich schuld? Bist der Beste, du Ehrewart. Danke schön, mein Freund. Junge, du hast 500 von Tino bekommen. Heu, mein ich wegen 100 Euro. Ja, tu. Gestern, Freunde, für die, die es nicht mitbekommen haben. Gestern habe ich gegen Valentino, Lazaro um 500 Euro Vollgeist gespielt. Ich bin reingekommen, er meinte, ich komme weiter als du. Dann meinte ich, okay, lass uns wetten. Dann meinte er, okay, komm. Dann meinte er 100 Euro, dann meinte ich 200 Euro, dann meinte er 500 Euro. Dann meinte ich, okay. Tino dieses Jahr ist so klar, wie es hätten wir als Man of the Match. Todali. Warte mal, wie kriege ich jetzt? Ich kann den Chat schon wieder jetzt nicht lesen. ohne Sinn. Ich muss, Freunde, es tut mir leid, ich mache Snapchat nicht mal an wegen scheiß Nachrichten oder so, sondern ich muss das anmachen, sonst kann ich den Chat von mir einfach nicht lesen. Ich meine, das ist ernst. Ich kann den Chat sonst nicht lesen, weil die Nachrichten zu schnell sind. CR7 Runeino mal wieder mit in Euro. Hi, Indy, wie geht's dir? Was hast du heute gemacht? Und morgen kommt dein Trikot zu mir nach Hause. Wir müssen kurz warten, bis ein paar Leute reinkommen, Freunde. Dann kann ich euch mal ein bisschen was erzählen, was so wie mein Tag war. Und danke für die ganzen Follows. Leon, Fabio, Elias, du Butterbirne, Benni, Karl, Melvin. Das waren die letzten Follows. Was habe ich denn heute gemacht? Digga, mein Schlafrhythmus, Freunde, ist so für den Arsch. Ihr glaubt das nicht. Mein Schlafrhythmus, ich gehe so schlafen so um 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens, weil ich immer Basketball gucke, und dann stehe ich immer so um 13, 14 Uhr auf, 13, 14 Uhr stehe ich auf, dann frühstücke ich so um 14, 30, dann chill ich mein Leben bis 16 Uhr, dann mache ich so. Also, ich habe mich jetzt, es ist so schlimm, es ist wirklich schlimm teilweise. NBA-Fam oder was ist los? Ja, nicht Fan, Friede, ich nehme das, ich sehe das ja eher so als, ja, weißt du ja. Eli habe mir Richard-Trikot bestellt. Digga, das ist auch ehrenhaft. Mike mit einem Sub, Kuss geht raus. Halbe Berlin-Karrieremannschaft ist im Chat. Wer ist denn noch hier? Sydney, Willi, Jordan. Ach ja, hier. Was ist, was gibt es, Freunde? Wir holen den Titel heute, wir holen jetzt heute den Titel. Guckt euch diese Mannschaft an, Freunde. Jordan hat Pferdekurzverletzungen. Er sagt, Trainer, er braucht noch zwei Tage. Hab ich gesagt, dein Problem, my friend. Ist kein Problem, ich gebe dir deine Auszeit. Wenn du sie brauchst, dann kriegst du sie auch. Wir fangen mal langsam an, Freunde. Ich muss bei zwei Tagen, ich muss mich, warte mal. Turuneriga fällt zwei Tage aus, Pferdekurzverletzungen. Ja, 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 ja. Kurzurlaub, Freunde, in Saint-Tropez. Mannschaften. Jordan Turuneriga ist aber schon wieder am Verein. So, Sydney, Jordan, Sommer, Dembélé, Illigella mit einer 95, 95. Und ich hab nichts irgendwie eingestellt. Ich bin 1,60, Freunde. Ich bin so wuselig. Guckt euch den Mann an. 24 Jahre alt. Wuselig mit 1,60. 95 Tempo. 92 Schießen. 88 passen. 92 Dribbling. 88 Physik. Mann, ich hab mir noch nie seine Werte angeguckt. Stellungsspiel 93, Freunde. Der hat einen Riecher. Antritt 97. Für Wirklichkeit 99, Balance 99. Spritzgeschwindigkeit 94. Stärke 89. Abschluss 99. Bike Kontrolle 99. Kurz verpasst 99. Also wie in echt, Freunde. Wie in echt. An sich halt, ne. Wie in echt an sich. Gibt da nichts irgendwie dran auszusetzen. Richard macht auch einen guten Job. Kurz geht raus für 7.000. Ich will noch nicht starten eigentlich, weil viele kommen immer, oh, was hab ich verpasst? Was hab ich verpasst? Aber wir fangen mal langsam an. Was gibt's hier im Büro? RB Leipzig. Ruhe 54. Hatte ich 54 Ruhe? Wahrscheinlich Abschluss 99. Doch, doch. Meinung zu Arne bei BVB. Ich wusste schon sehr lange, Freunde. Ich kann euch eins sagen. Arne und ich haben so lange miteinander geredet. Was wir so, wir haben so gesagt, ja, hier. Also wir haben uns beide so ein bisschen unterstützt. Sage ich mal. In der Transferverhandlungsphase. Also als ich bei mir unklar war, was ich mache. Und Arne wusste auch noch. Also wir hatten ja. Ich kann euch sagen, Arne hatte auch mehrere Angebote und ich hatte auch mehrere Angebote. Und dann haben wir so miteinander geredet. Wir hatten sogar teilweise von den gleichen Angebote. Und dann haben wir so geredet. Und dann meinten wir so, ja. Ich hab ihn sogar empfohlen. Ich meinte, dass Dortmund cool zu dir passen würde. In meinen Augen. Digga, hier haben gerade welche rumgeschrieben von meiner Haustür. Aber also, die haben sich gerade welche gestritten, lol. Er ist Content Creator. Freunde, er ist kein E-Sporter. Ja, nee, er ist Content Creator bei Dortmund. Ja. Wir haben uns da so ein bisschen unterstützt und haben uns so gesagt, ja, so bla bla. Ja. Edi, hol dir Ballet. Wann machst du den 24 Stunden Stream? Dauert noch, Freunde. Das dauert wirklich nicht. Aber mit einem Euro. Heute wieder in der Fantasy-Liga mit den Kumpeln ein paar Donuts auf die Meisterschaft von Hertha setzen. Gar kein Bock. Liebe Grüße, Edi. Weiter so wuselig und klipschig. Danke schön für den Euro beim Freund. Und Kuss geht raus für die Follows. Danke, danke, danke. Content Creator. Ja, er ist Content Creator, Freunde. Er ist kein E-Sportler bei Dortmund. Oh, die kann man. Ich kenne auch, ich weiß auch, wer der Zweite bei Dortmund ist. Ich bin so drin, Freunde. Ich kenne noch fünf Transfers. Aber ich sage es euch nicht. Also nicht bei Dortmund, so generell so. In der Szene. Zeigt mal Jordan seine Stats. Jordan ist auch eine Maschine, Freunde. Guckt euch den Mann doch einfach mal an. Tempo 82. Defensive 89. Schießen 38. Stimmt aber. Passen 60. Der Mann kann keinen Pass spielen. Physis 76. Der hat ein 12er Bizeps. Abfang 87. Stellungspiel. Was, Liga? Stellungspiel 37. Aber Defensiv. Das ist was? Für Offensive meint er das, ne? Wie er ein Gehirn hat, weißt du schon. Ja, so. Ballon 60. Beweglichkeit 63. Reaktion. Sprintgeschwindigkeit 90, Liga. Was ist das denn? Sprintgeschwindigkeit 90. Nach den ganzen BVB-Videos, ja. So. Defensivbewusstsein 86. Abschluss 38. Efe 35. Fähre Zweikämpfe 93. Grätsche 95. Guter Mann. Sommer, Freunde. Sommer ist noch nicht so weit. Sommer ist hier. Guck mal hier. Schießen 43. Ruhe 50. Ist immer super aufgeregt vor den Spielen. Kommt immer zu mir und sagt, Trainer, ich bin ganz aufgeregt. Ich muss nochmal vorher aufs Klo. Muss ich immer zu den Schiedsrichtern gehen und sagen, hör mal zu, Schiri. Ich hab wieder hier der Willi. Der hat's einfach mit dem Magen. Ist nicht so ein ruhiger Mann. Dann sagt der Schiedsrichter, ja, alles gut. Alles gut, Serbo. Kennen wir ja schon. Und deswegen haben wir auch immer ein bisschen verspätete Anpfiff-Zeiten. Ballkontrolle 64. Elfmeter will der Mann auch nicht schießen. 36. Fertschüsse 36. Weiß nicht. Hey, was? Mehr Training. Willi, was kannst du überhaupt? Was ist denn dein bester Wert? Andere 7. Nee. Sprintgeschwindigkeit 80. Dein bester Wert ist Sprinten. Du bist ein Sprinter. Der klassische Sprinter. Einfach Ben mitnimmt's ab. Eligerma auf Trainerangebote. Freunde. Ich glaube, da ist jetzt jeder da. Mittlerweile müsste ja jeder da an Serbo Gellers Tür klopfen. Was ich für eine Saison mit diesen Männern spiele, da müsste ja eigentlich jeder klopfen. Da müsste jeder mal an meine Tür klopfen. Wo ist denn das? Jobangebote. Ich will hier in Real Madrid sehen. Ja, die wollen Mourinho rausschmeißen. Oh. Der Glatzkopf. Die wollen den Glatzkopf rausschmeißen. Die wollen Pep Guardiola für Eligella einschmeißen. Serbo Gellers, Freunde. Die haben zwei, die haben zwei, die haben uns ein Doppelpackangebot gemacht. Die haben mich angerufen. Dieser Scheich von City mit seinen Dings da rum. Auf Arabisch hat er mich angerufen. Hat sie gesagt, also ich hatte Dolmetscher. Und dann hat er so gesagt, ja hör mal zu. Momentan sind wir unzufrieden mit Pep Guardiola, weil der Mann immer so ganz komische Aktionen immer an der Kabine veranstaltet. Manche habe ich auch schon gehört damals. Wir waren bei der Trainerlizenz, haben wir im gleichen Jahrgang das gemacht gehabt. Der saß auch immer hinter mir und alle haben den so verflucht. Keiner wusste, der war immer so klugscheißerisch. Dann haben sie gesagt zu mir, hör mal zu, wir wollen die Gellers. Wir wollen Eligella und Serbo Gella im Doppelpack, meinte ich. Wird schwer und so, weil ich bin Herthaner durch und durch. Und 63.000, das ist in meinen Augen für City, ist das lächerlich. Lächerliche Bilanz, in meinen Augen. Jürgen Klopp, genau das gleiche, Freunde. Jürgen Klopp, meinten sie zu mir, der hat sich die Zähne machen lassen, der hat seine Haartransplantation gemacht und meinten, seitdem ist er voll abgehoben. Der antwortet den Präsidenten nicht mehr und ist jetzt immer so auf Mode. Es ist ganz komisch, die haben ja alle ihre Zähne machen lassen da. Und ich weiß, dass Van Dijk und Eligella snappen. Die haben so ein Flammzeichen, aber ich weiß auch nicht, was da ist. Eligella meinte halt nur so zu mir, dass ich mal da vorbeischnuppern soll. Aber ich bin un... Ihr seht es ja, Freunde. Ich muss sich auch nichts beweisen. Aber nicht real und kein Barca. Bayern, Tottenham, Bennu, City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Leipzig, Leverkusen. Ja, Leverkusen, Digga, guck mal, Leverkusen ist erster und die wollen den Trainer rausschmeißen. Warum? Weil sie die Perspektive bei Sebo Geller sehen. Deswegen, Chat. Ist Sebo Geller der Vater von Eligella? Ne, das ist der Patenonkel. Die haben zufälligerweise, Freunde, Geller ist jetzt mittlerweile in Deutschland auch ein ziemlich, ziemlich verbreiteter Name. Das ist so wie Müller 2.0, kam irgendwie, keine Ahnung, woher das kam und deswegen sind das jetzt, sind doch gute Angebote. Mach nicht sowas. Nein, ich bleib, Freunde, ich bleib, ich bin Herr Tata durch und durch, Eligella mit 20 Buletten schon wieder in dieser... Er ist so wuselig, Freunde, er ist nicht greifbar. Ein Fisch, es ist wirklich so, du nimmst einen Fisch in die Hand, vom Angeln raus und du willst ihn in der Hand haben und du denkst, du hast ihn. Die denken das immer, die ganzen Innenverteidiger. Digga, und dann versuchen sie ihn zu fassen, aber er ist nicht... Er glippscht sich immer so durch und dann geht er zurück ins Wasser. Er ist so glippschtig. Er ist so ein glippschtiger Fisch, Freunde. Er ist so ein glippschtiger Fisch. Warte mal, das hier ist ein übertrieben wichtiges Spiel. Aber, übrigens habe ich mir was zu essen bestellt. Das Essen müsste irgendwie in den nächsten 30 Minuten kommen und dann esse ich das auch logischerweise onstream. Nicht wundern. Habt ihr nicht auch Angebote von Handball als Cheftrainer? Ne, das habe ich noch nicht, Freunde. Ist das ein schlechtes Spiel? Nein, Freunde. Sydney hat gestern zwar mit Edi Geller zusammen gestreamt. Die hatten da einen Special Gast, aber das darf ich euch noch nicht sagen, weil daraus wird noch ein Video gemacht. Und für die, die nicht gestern am Stream dabei waren, die sollen dann nicht gespoilert werden. So, deswegen konnte ich euch nicht sagen, was der Special Gast war und die waren danach anscheinend auch irgendwo wieder draußen. In Leipzig, weiß ich nicht, ob man da gut feiern kann. Hier passiert irgendwas. Die Geller hatte viel zu tun, viel lag auf meinem Schreibtisch. Auch nicht alles, was mit Fußball zu tun hat. Meine Schwesterfreunde hatte da mit ihren besten Freundinnen Streit, weil irgendwie die besten Freundinnen, deren kleinen Schwestern, sind irgendwie folgen Edi Geller bei Instagram. Und haben dann, Edi Geller hatte so ein Foto und die haben ihn dann angeschrieben und mit Flammenzeichen und haben dann mit Flammenzeichen drauf reagiert. Und dann meinte Edi Geller so, ja ne, hat er eine Freundin, hat nichts gemacht und so. Und dann haben diese Mädchen, also die Freundinnen von meiner Schwester, die Kleinen davon, die waren 14 oder 15, die haben das irgendwie ganz komisch verpackt. Und haben dann ganz viel Stress intern, Freunde, Edi Geller macht sich am Minderjährigen geraten. Also ganz, ganz viel lag da auf meinem Tisch auch. Hatte ich von vielen Zeitungen da die Artikel, habe ich zu denen gesagt, hör mal zu, sowas stimmt nicht. Und wenn ihr da irgendwas macht, das ist Falschaussagen und dann kriegen sie Post von meinem Anwalt. Und das hat Edi Geller mitgenommen, Freunde. Ich habe es gesehen im Training, der war nicht so spritzig wie sonst was. Aber er ist immer noch, er braucht ja nur 70%. 70% von Seppo Geller reichen und Edi Geller. Friede, einfach das machen, was du sonst auch immer machst. Gravenberg, kann ein bisschen besser Deutsch mittlerweile. Freunde, ich will nicht so viel reden. Wir haben heute noch eine lange Nacht vor uns. Ihr geht da jetzt raus, strafft euch. Turuna Riga, zieh dir deine Stutzen an. Du weißt ganz genau warum. Unana, bitte danach mit Unterhose duschen. Und Sommer, auch einfach nochmal nach dem Spiel. Ich weiß, du bist ein bisschen hinterher bei sowas. Aber nach dem Spiel auch nochmal einen Lauf-ABC reinkloppen. Verletzungsprävision. Dass du dich nicht wieder mal verletzt, weil du verletzt dich sehr oft. Nun, du bist mir ein wichtiger Mann. Über die Außen, rein, St. Maximilien, mein Übersteiger, rechts vorbei. Rechts. Hallo? Hallo? Ja, mein Mikrofon geht noch, perfekt. Hä? Aber warum mache ich keine Musik? Nicht mehr. Seite schließen. Hallo? Aber warum? Ich hoffe, man hört mich noch. Warum? Weil ich es gesagt habe. Edi Geller mit 70 Prozent, das reicht. Und Friede trifft auch. Edi Geller und Friede. Edi Geller und Friede. Ey, Friede. Ist Friede mit... Mann, ich muss sie kurz mal Musik anmachen. Hä? Warum ist meine Musik ausgegangen? Oder geht nicht mehr an? Angeblich läuft sie gerade. Hm. Ich habe hier irgendwas... Irgendwas ist hier passiert. Ähm... Technik, Edi Geller. Friede, Freunde. Friede und Edi Geller zusammen. Das Duo, das Duo, was so viel ich schon mitgemacht habe. Ich lüge nicht, Zidne. Das ist mir letztens aufgefallen. Weißt du? Wichtiges 1-0 von mir. Digga, wir klatschen Leipzig. 3-0 in Leipzig. Friede, weißt du? Mir ist es jetzt erst aufgefallen, in wie vielen Gruppen wir zusammen sind. Ich bin mit keiner Person so oft in irgendeiner WhatsApp-Instagramme wie mit dir. Das ist der Wahnsinn. Das ist so schlimm. Alle simulieren. Edi Geller geht auf die 96. Okay, weitermachen, Edi Geller. Hat es mal eine schlechte Trainingswoche. Ist okay. San Maximilian darf er auf 86 ankurbeln. Ankurbeln. Die ganz großen Momente unterscheiden sich darin. Achso. Digga, wann kommt eigentlich mal meine Pizza? Ich habe vor einer Stunde bestellt. Ohne Sinn. Friede der Dosenöffner. Willi, ich bin stolz auf dich mit dem Feuerwerk. Moin Edi, wie geht's dir? Grüße aus Stuttgart. Mir geht's sehr gut, mein Freund. Gibt's nur einen Doppelpack. Ich lüge nicht, Freunde. Ich bin mit Zidne in meine letzten... Das ist der Wahnsinn. In wie vielen Gruppen wir zusammen sind. Mh. Edi Geller 2. Colvid Luen ist zweiter. Das ist fake, Digga. Wie viel steht es bei den Clippers? 29, 29. Martin mit einem Follow und Noisy mit einem Follow. Safia mit einem Sub. Jonas mit zwei Euro. Gönfriede mal die 23 Stück nicht. Grüße gehen raus aus den Enden-Trupp. Wichtiger Arbeitslieg. Momentan, Freunde, veränder ich gar nichts in diesem Verein. Die Männer spielen super. Die Männer spielen wie... Als wenn sie noch nie in ihr Leben was anderes gemacht haben. Sie spielen so befreit. So befreit spielen sie. Coven Luen. Englisch-Talent spielt bei Everton. Ich kenne den. Ich weiß. Wieder Fantasy-Liga, sagst du, Edi. Von einem Kumpel. Von einem Kumpel. Und Dallas Mavericks führt eins. Digga. Sydney. 35... Oh Gott. 34, 29. Fantasy-Liga auch auf Boston-Spiel vorhin? Ja. Boston hat mein Kumpel getroffen gehabt. Muss ich sagen. Aber ich glaube... Das ist... Ich kriege einen Anfall, wenn das nicht funktioniert. Aber na gut. Fünf Punkte im Basketball, Freunde, ist gar nicht. FC Duck macht Auge auf Trainerstelle. Willi hast du Präfersion gemacht. Willi hat Verletzungspräventionen gemacht gehabt. Der verletzt dich deswegen auch nicht, Freunde. Der guckt dich jedes Mal nach. Guck mal hier, Boyata. Was ist los, mein Freund? Ich bin in letzter Zeit gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe daher, dass ich gegen Westbrook nicht auf der Bank sitzen werde. Vor uns liegen wichtigere Spiele, mein Freund. Ich kann dich nicht immer spielen lassen. Ich bin momentan mit den Jungs eins. Ich bin der Kram mit denen zusammen. Freunde, wenn wir diese Liga holen, dann bin ich so stolz. Ich bin stolz wie ein Pfau, wenn wir das schaffen. Johannes mit einem Follower. Alle einen Like auf den Stream dann lassen. Kurs geht raus für 13.500 Zuschauer. Kurs geht raus. Und jetzt nochmal straffen, Freunde. Wir haben zwei Refolgen gewonnen. Gegen Leipzig 3-0. Viele Scheine sind gekommen wegen uns. Haben nicht gedacht, dass wir das Ding Handicap holen. Viele hatten X2 auf uns, weil X2 war 1,40. Herr der BSC, nächster Schritt auf dem Weg zum Titel. Hatten viele nicht auf dem Schirm. Aber ich habe denen allen gesagt, hört mal zu, wir können das. Wir können das in Leipzig. Und das ist heute nichts anderes. Mein Vater denkt, ich bin hängen geblieben. Das ist heute nichts anderes. Wolfsburg. 11. März. Frische 13 Grad. Viele sind im Stadion, Freunde. Ja, 2022. Corona-Impfstoff. Hoffentlich letztes Jahr. Ich hoffe 2021. So. Wir gehen mal davon aus. Corona-Impfstoff. Hoffentlich wurde entdeckt. Volle Stadion wieder. Olympiastadion ist voll. Die ganzen kleinen Kinder schreien, oh, Edi Geller, Edi Geller. Sebo Geller bekommt nicht die Aufmerksamkeit. Obwohl er so viel für diesen Verein macht. Aber Sebo Geller möchte auch gar nicht die Aufmerksamkeit von dem Verein. Sebo Geller geht das Herz auf, wenn er zu Hause, nach dem Spielen. Freunde, Sebo war auch mal jung. Sebo war auch mal jung. Nach den Spielen feiern gegangen. Den Ruhm getragen. War nicht ein ganz großer Fußballer. Sebo war nicht einer der großen Fußballer. Sebo hat immer Oberligan gespielt, war aber ein Warnbeißer. War ein Warnbeißer, war verwuselt. Verletzungen haben ihn leider aus dem Ding rausgeholt. Aber er hat sich gedacht, wenn er einmal Trainer ist, versucht er das, den Spieler mitzugeben, was er damals nicht sein konnte. Und deswegen, Freunde, Edi Geller, Richard Richard, Charles und Saint-Maximinin, Dembélé. Seht ihr das da draußen? Die kleinen Kinder, die euer Trikot anhaben. Die sagen, Mama, Mama, Edi Geller hat vorhin mir zugewogen. Auf einer OP-Dobasis. Dann sagen die, ja, mein Sohn. Weißt du, wer das ist? Durch diesen Mann haben wir, unser Vater und ich, dein Vater und ich, haben uns kennengelernt. Ihr habt schon so viel gemacht, abseits vom Fußball. Es geht hier gar nicht schon Fußball, Freunde. Es geht mittlerweile um viel mehr. Die Leute kommen ins Stadion wegen euch. Die kommen nicht wegen Fußball ins Stadion. Ihr habt so viele Leute zusammengebracht. Frauen. Mit Männern, die sie nicht verstanden haben. Jedes Mal die Männer, Schatz, ich möchte ins Stadion. Die Frauen immer, nein, ich hab keinen Bock. Jetzt, Richard Richardson ist im Stadion, die ganzen Weiber gehen auch ins Stadion. Sagen, ja, sie interessieren sich auf einmal für Fußball, aber die ganzen Frauen gehen wegen Richard ins Stadion. Sind mir Friede auch immer ganz wuseliger nach dem Spielen. Geht immer VIP-Bereich. Geht an diese ganzen VIP-SCH-Lampen ran, die angeblich da sind, weil sie irgendjemanden supporten wollen. Die sind nur da, um irgendjemanden von den Profis weggeknallt zu werden. Und Friede ist einmal einer dieser Kandidaten, der das immer macht. Und ich möchte einfach, dass ihr weiter so macht und euch gar nicht unterkriegen lassen. Wir spielen gegen Boysburg. Wir haben 32 Punkte, wir haben doppelt so Punkte wie die. So viele Punkte. Und wir haben doppelt mal so einen Rund-Puller wie die. 1-0, dreckiges 1-0. Ist okay. Ein dreckiges 1-0. Friede über die Außen, auf Richard Richardson. Richard Richardson lässt sich fallen. Halb fällt, Freistoß. Sommer tritt das Ding rein. Jordan köpft, Torwart hält, illegaler Stochert mit seiner Fußpieke rein. Der hat zwar nur Schuhgröße 37, weil der auch 1,60 nur ist, aber hat reingestochert. Hat zu mir gesagt, Trainer, kann er auch. Kann er auch. Die drei Punkte zählen, Freunde. Letztendlich ist doch alles scheißegal. Wer redet denn in zwei Wochen darüber? Oh, 1-0 gegen Wolfsburg. Ein paar Handicap-Quoten sind weggegangen, aber dafür kann ich auch nichts, Freunde. Ich bin auch nur ein Mensch. Hertha BSC führt ungeschlagene Serie fort. Ich bin so stolz. Ich bin so stolz auf diesen Fußballverein. Ich bin so stolz auf diesen Fußballverein. Moritz mit einem Euro. Moin Edi, grüß mal bitte Carsten. Carsten, ich grüße dich, mein Freund. I am done, sieh mir zwei Euro. Seppo Geller holt Triple. Ne, wir können nur einen Titel holen. Ach ne, wir können zwei Titel holen. Dominik Moser mit einem Follow. Fabian mit einem Follow. Idias mit einem Follow. Hunter Jobsen mit einem Follow. Justin und Berkay. Kuss geht raus für die ganzen Follows. Gerne alle ein Like auf den Stream. Digga, was geht hier ab? 15.000 Zuschauern nach 24 Minuten, Digga. Irgendwann, wir geben dir eine neue Trainingseinheit. Du hast zu mir gesagt, irgendwie der Trainer, der fässt dir immer am Arsch und guckt dir immer auf den Arsch. Habt ihr den jetzt rausgeschmissen, habt ihr jetzt einen neuen geholt. Dribbeln. Abwehr passen. Passen. Auch einfach mal für Richard Richardson füttern. Richard Richardson musst du dir vorstellen, ist wie ein Löwe, der gefüttert werden möchte. Und du musst ihn füttern. Du bist der... Du... Mann, Digga, jetzt hab ich mir ein falsches Lied angemacht. Nicht nur Karriere-Steam, sondern auch ein DFB-Trainer-Lehrgang. Nein, nein. Ich halte mich weg. Ich halte mich da fern von der Nationalmannschaft. Der Mann will die Tor-Kanone, was wir füttern. Der Mann hat aber... Es geht letztendlich... Dirk, der hat 43. Wie kann man denn so wuselig sein? So glipzig. FC Bayern gewinnt 2-0 gegen Leva. Oh. 3-Punkte-Abstand. Ah, ne, Leva. Dortmund hängt mir im Nacken, Freunde. Dortmund hängt mir im Nacken. Dominik Moser mit dem Zapp. Hallo, ihr Geller. Er isst Pizza selber und bringt nichts. Er isst Pizza selber und bringt nichts. Was? Eli, du hast aber diesmal Formsdune... Nee. Hallo, Nick. Was willst du denn? Das wird heute mindestens ein Trippel. Musik, leiser. Guter Call. Trainieren wir auch andere Spieler, weil die... Ich mach... Ich ändere hier gar nichts, Freunde. Wir haben... Wir haben 4... Ich rechne das jetzt aus. Von... Wartet. Von 6... Nee. 26 mal 3. Von 78 möglichen Punkten haben wir 64 geholt. Als härter BSC. Als härter BSC. Warum? Weil ich dann geglaubt hab an diese ganzen Leute, die damals gesagt haben, uh, die sind nicht bereit und so. Hab ich gesagt, doch, sie sind bereit. Edi Geller heute mit einer 95, Digga. Diese ganzen scheiß Drecks-Hater. Können wir alle mal so krass am Sack wecken? Jetzt kommt's eh, die rechnet. Ja, ich hab... Kopfrechnerin war ohne Taschenrechner. Ganz stark, sehr wohl. Aber wie viele haben schon dein Maximum erreicht? Da geht immer mehr, Freunde. Dembélé 89, San Maximilien 86, Gravenberg. Friede mit einer 73. Wer hätte das gewacht? Oh, Mukiele, warum holst du dir denn den roten Karton ab? Außerhalb vom Spielfeld, Freunde. Hat doch nochmal den Trainer beleidigt, warum auch immer. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, intern. Guck mal, und jetzt kommt Pujata rein. Jetzt kommt Pujata. Gegen wen ist das nächste Spiel? Wir dürfen einmal verlieren, glaube ich. Oder ist Dortmund? Wo ist denn Dortmund? Einmal dürfen wir verlieren. Die Baller, Goretzka, Van de Beek, Romano, alles ablösefrei, wenn sie noch nicht gewechselt sind. Ich guck mir das gleich alles an, Freunde. Später Doku-Stream, als zehn Kinders. Ja, da holt er sich die Zuschauer rüber. Ist der hängengeblieben. Oder einfach fünfstil gelbe Karte, haha. Zitmann, das macht Servo aus. Wenn alle denken, sie sind nicht am Maxi-Gum, macht ihr einfach weiter. Kerstin, Rieger mit einem Follow, Kyro mit einem Follow, Stefan Klage mit einem Follow, Luis, Luis und Basti. Kurz geht raus für die ganzen Follos, Freunde. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Nachher gibt es auch ein Giveaway. Okay, und lasst natürlich ein Like auf den Sünder. 15.000 Zuschauer, ey. 5.000 Likes nach 28 Minuten. Digga, im Karriere-Stream am 30.08. Am 30.08. Digga. Okay, Freunde, sit down on the Body Talk. Leipzig. Bergwahr nach Leipzig. Wolfsburg. Bremen. Nicht so einfaches Auftaktprogramm. Aber ich weiß ganz genau, dass ihr es könnt. Wie viel da ist in Bremen? 14. Irgendwo Niemandsland, Digga. 14. Irgendwo Niemandsland. Sascha mit einem Sub. Digga, wie viele Sub. Steck den Jürgen tief rein mit einem Sub. Achso. Winnie mit einem Sub. Samot mit einem VIP-Sub. Und Sascha mit einem Sub. Kurz geht raus für die vier Subs gerade. Ehe, die 5K-Likes. Kuh hat 5K-Dislikes. Achso. Au. Ja, ich habe das heute mitbekommen mit der Kuh. Ich habe das gestern alles gar nicht mitbekommen, ne? Freunde, ich war gestern den ganzen Tag unterwegs. Ich rede auch nicht so viel darüber. Ich war gestern den ganzen Tag unterwegs. Und ich habe immer nur so gesehen bei denen, Jo, wir streamen 19 Uhr. Und dann haben sie anscheinend noch nicht gestreamt. Oder nur ganz kurz. Und dann dachte ich, ja, okay, das war's. Dann habe ich so abends im Twitch-Team gespielt. Und dann haben auch immer schon alle irgendwie so geschrieben, ja, die Kuh voll die Arschkinder und so. Aber ich habe das gar nicht mitbekommen. Und dann nach dem Stream erst, habe ich dann so mitbekommen, dass die da irgendwie gehatet worden sind. Einigermaßen. Ja. Und dann heute Morgen. Ich wusste gar nicht, dass das so groß war. Dann hat ja, äh, die haben ja heute Morgen nochmal gestreamt und haben das alles erklärt irgendwie. Und haben auch noch Videos auf Twitter gepostet und so. Ich dachte, das wäre nicht mal anders. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Aber na gut, Freunde, nicht immer alles so ernst nehmen. Was soll ich euch sagen? Bester Streamer, kurz geht raus. Ich dränge mich jetzt an, okay, Trainer? Mach das perfekt. Hertha BSC hofft Sieg gegen Bremen. Ach gut. Ja, natürlich hoffe ich das. Was ist denn das für eine dumme Frage, ihr Knechtgesichter? Okay, Freunde, Werder Bremen. Aber genau die Spiele müssen wir gewinnen, wenn wir zu den ganz Großen gehören möchten. Genau diese Games. Bremen. Freunde, ich... Konzentration. Pack dein scheiß Handy weg, Edi Geller. Deine Likes und so kannst du nachher alle nachgucken. Zitten im Frieden den ganzen Stamm kannst du nachher auch schreiben. Ich möchte bitte, dass ihr alle euer Handy, wie ich das eigentlich angeordnet habe, immer in den Korb legt. In den Korb legt, wenn ich reinkomme in die Kabine. Bei mir, ich bin noch einer der alten Schule, Freunde. Bei mir, immer wenn ich reinkomme, müssen mir alle ihr Handy in das Ding sammeln. Aber manchmal denke ich, ja, okay, sollen sie halt machen. Sollen sie nochmal einen Tweet rauskloppen. Für die Supporter, damit die alle auch im Stream unterstützen. Weil ihr streamt das immer live irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie ihr das macht. Ich möchte bitte, dass ihr euer Handy jetzt wegtut. Genau diese Spiele müssen wir nämlich gewinnen, Freunde. Boyata ist jetzt reingerutscht für Mukuele. Weil Mukuele Wolfsburg-Trainer beleidigt hat. Auf Französisch. Und wir hatten Pech. Der Schiedsrichter war zufälligerweise... Zufälligerweise hatte der an seiner Oberstufe Französisch für zwei Jahre. Hat es verstanden. Sitzt heute auf der Bank. Hat auch eine saftige Geldstrafe bekommen. Hat geheult nach dem Spiel. Mein Trainer soll es bitte niemandem erzählen. Da habe ich gesagt, du Knecht, natürlich erzählst du der Mannschaft. Ich erzähle der Mannschaft alles. Wie ich euch auch letzte Woche erzählt habe, dass ich zum Beispiel Probleme im... Oh, okay. Das sage ich nicht. Aber ich habe euch alles erzählt. Diejenigen wissen Bescheid. Ich brauche das jetzt hier nicht mal sagen. Okay? Also, habt das alles mal im Kopf, Freunde. Und verliert den Fokus nicht. Nur weil ihr jetzt hier ein paar Follower habt, ein paar Punkte, heißt das nicht, dass ihr euch entspannen könnt. Geht da raus, zeigt, was ihr könnt. Mann, ey. Wer da? Hört auf jetzt hier mit sowas. 3-1. Richard gescheitzt an Edi Geller in der ersten Minute. In der ersten Minute. Ich liebe ihn so doll. Ich liebe ihn so doll. Lasst alle mal bei Edi Geller ein Follow da. Das ist ein super sympathischer Typ, Freunde. Der heißt auf YouTube EdiasN97. Auf Insta heißt er auch so EdiasN97. Lasst da mal ein Follow da. Ey, wir haben, glaube ich, jetzt mal Real Talk. Ich glaube, wir haben seit 20 Spielen nicht mehr verloren oder so. Wir sind so gut. Und ich lege so Auge auf Dortmund. Und ich lege da so ein Fettauge. Tut mir leid, alle Dortmund-Fans. Aber ich lege da so ein Fettauge. Ich habe Noten bezahlt, Freunde, an ein paar Dortmund-Spieler, weil ich weiß, dass sie das machen. Dass sie sich da, dass sie den beim, ja, so richtig schön immer auf den Oberschenkel klopfen sollen und so. Versteckte Sachen rein. Die sollen denn so diese Durchfallmittel in ihre Getränke reinmachen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat. Hat nicht funktioniert. Die haben gewonnen. Aber das sind halt so Sachen, Freunde, die ich mache, die ich abseits vom Spielfeld auch daran denke. Und das unterscheidet mich halt. Deswegen stehen wir da ganz oben. Was glaubt ihr, warum FC Bayern am Anfang die Saison so verkackt hat? Weil die alle auf Mykonos waren. Und ich den Barkeeper gesagt habe, die sollen denen irgendeine Scheiße in die Getränke machen, damit die da auch vernünftig weg sind. Das waren keine 20-80 Müschen, Digga. Das waren 50-50 Müschen. Und dann habe ich denen gesagt, gib denen das weiter und so. Digga, und am nächsten Tag hatten die halt die Vorbereitung. Und die haben komplett die Vorbereitung verkackt. Wegen den 50-50 Müschen. Das sind halt Sachen, die unterschätzen mich. Clippers 41, 41. Okay, haltet mich weiter auf den Laufenden. Ganz, haltet mich da weiter auf den Laufenden bei Clippers, Freunde. Jordan National, der Bull. Ja, Freunde. Ich glaube auch, Weertalk am Rande. Eins in den Chat. Jetzt mal wirklich Weertalk. Eins in den Chat, wenn ihr glaubt, Jordan. Also, wenn Jordan so spielt, wie am Ende der Saison und Hertha nicht reinscheißt, dann wird Joachim, Jogi, 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 was? Hä? Joachim ist da, ja? Ne? Ja. Dann wird ihn Joachim anrufen. Dann wird er angerufen. Ja, hallo, Jordan, mit seinem komischen Akzent. Aber gib ihm nicht die Hand. Was? 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 Habe ich nicht gesagt. Glaube, hoffe, ja, ich hoffe auch, Freunde. Also, sehe auch nur Einsen. Bei wem sollen die ihn sonst einladen, Lul? Also, jetzt mal, wenn Joachim Löw, Boateng, also wenn er die nicht zurückholt, Boateng und Müller und da gab es noch einen, ne? Ösewitz, glaube ich, aber Ösewitz. Wenn er nicht Boateng, Hummels, wenn er nicht Boateng und Müller wieder reinholt, dann ist Joachim echt lost in meinen Augen. Der hat sich so krass ins eigene Bein geschossen, wie kann man die dann rausschmeißen? Und jetzt kommt mir nicht mit, oh, ja, die waren damals nicht gut. Na und, Digga, du musst nur ein bisschen Vertrauen haben. Mats. Ja, genau. Jordan mit Süle IV, Digga, ich glaube, einer krault jede Fußball-Challenge und IAM zu seinen Eier hundertmal und sagt sowas gegen Joachim. Lassi Yogi, Fui Yogi. Müller muss man nicht. Doch, Freunde, ich fand Müller so krass. Ich finde Müller so gut irgendwie. Also, ich fand ihn so krass diese Saison. Max mit einem Euro, Carsten mit einem Euro. Hi, Edi, du bist der beste Spielmann. Grüß mal Moritz. Moritz, ich grüße dich. Edi, du brauchst die Spiele gegen die Gurkentruppen in einer B-App, damit die Stars für die Top-Spieler fit sind und nicht verletzt sind. Aber Max, ich habe mit den Jungs geredet, Max. Die meinten, Trainer, ich brauche das. Ich brauche diesen Ehrgeiz. Ich brauche diese blauen Flecke am Schienbein. Damit sie im Rhythmus bleiben. Damit sie im Rhythmus bleiben. Und ich sage es wieder, wir sind nicht, Freunde, wir sind nicht gemacht für die Bundesliga-Titelanwärter. Noch nicht. Ich möchte, dass wir Europa schaffen. Kleine Brötchen backen. Nicht zu große Brötchen backen. Wir müssen das langsam angehen. Digga, ich lüge nicht. Lieferando, die kriegen jetzt von mir eine schlechte Rezension. On stream. Ich rufe da jetzt an, Digga. Ich rufe da jetzt so dick an. Ich habe da vor zwei Stunden bestellt oder so. Ungütiges WLAN-Passwort. Was wollt ihr von mir? Ich gebe dir noch 10 Minuten. Dann kriege ich so einen dicken Anruf von Eli. Gerne. Jakob mit 5 Euro, Eli. Ich freue mich auf den ganzen Tag auf deinen Stream. Ich muss mal weiter und so. Kuss geht raus, Jakob. Dankeschön. Benjamin mit einem Follow und so Phönix mit einem Follow. Willst du immer noch nicht da? Digga, ich habe, ich schwöre, ich habe vor fast zwei Stunden bestellt. Nein, nein, Digga. Wenn ich Hunger habe, dann ist es mir scheißegal, ob ich jetzt hier spießtabisch rüberkomme oder nicht, Digga. Die schreiben, ihre Bestellung wird in 45 Minuten geliefert. Digga, wo ist denn der Typ hingefahren, bitte? Was hat denn der für einen Umweg genommen, der Knecht? Ich gebe den, ich lüge nicht, wenn das, wie teuer ist das? Ich habe zwei Pizzen, vor allem mein Vater kriegt auch, glaube ich, ein Nerven zusammen. Die hat zwei Pizzen, 21 Euro und noch was. Der kriegt genau von mir 21 Euro und die Cent. Sag ich, hier, hör mal zu, Digga. Nächstes Mal schneller. Vielleicht guckt ihr auch gerade den Stream. Witzige Story heute. Heute, okay, so lustig ist es eigentlich nicht, aber ich erzähle es euch trotzdem. Heute habe ich mir Sushi abgeholt und dann kam ich da hin und voll im Arsch, Digga, weil Sushi war heute mein Frühstück sozusagen. Eigentlich voll ekelhaft, aber egal. So um 15.30 Uhr, 15 Uhr oder so habe ich mir Sushi abgeholt und dann kam ich da so an und dann habe ich so gefragt, also ich habe bestellt bei einer. Dann wollte ich das abholen in so einer Tüte und dann waren mehrere Tüten. Dann habe ich gefragt, ist das meins? Dann meinte er, weiß ich nicht, Eligella. Dann habe ich die so anguckt und dann habe ich so geguckt und ich so, ja, ja, ist meins. Dann meinte er, ja, nicht zu viel FIFA spielen, dann weißt du das auch oder irgendwie so. An sich nicht so lustig. Viele denken sich jetzt, Digga, was ist daran lustig, du scheiß Knecht? Ich sage, ich fand es ulkig, müder, müder Schmunzler, Freunde. 22.38 Uhr auf dem Sonntag kann man mal über sowas schmunzeln. Schmunzler, gab es einen Schmunzler? Eins in den Chat für einen kleinen Schmunzler, zwei in den Chat für Edy halt das Maul. Da gab es keinen Schmunzler. Drei in den Chat für, du hast einen großen Puller und du holst das Ding hier. Alle drei jetzt rein Spam. Hertha BSC, Digga, labert mich nicht voll. Kein Jugendscoutbericht. Geschäftsführer, ich wollte nur kurz ein bisschen, dass sie sehen wollen. Ja, okay, ist okay. Hertha BSC, die Ziele sind gefährdet. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber wir stehen auf dem ersten Platz. Da ist es mir doch scheißegal, ob ich jetzt die Leute aus der B- oder A-Jugend hochhole. Ich habe hier ganz andere Probleme. Ich habe ganz andere Baustellen. Micha und Ingo, braucht ihr mich nicht dumm voll haben, Mann. Ich mache euch gerade zu Ikonen. In 20 Jahren werden sie sagen, das war der Tag, das war das Jahr, das war die Mannschaft, die es geschafft hat, vor 20 Jahren. Und wollt ihr mich jetzt nerven mit irgendwelchen A- und B-Jugend-Spielern? Ich bin Supporter Nummer 1 bei sowas. Aber ihr dürft mich nicht nerven. Da wollte Benzekind anscheinend irgendwas schreiben, Digga. Michael soll man nicht treffen. Ja, ja. Okay, so, warte mal. Leon mit einem Follow. Pasha 0-3-0 spendet auch sehr oft. Spiel am Ende von der Saison. Nee, nee, ich spiele gar nichts, Freunde. Weil ich möchte alles trainer-mäßig hinbekommen. Wir kämpfen bis zum Schluss. Hey, im letzten Duell gab es ein 2-2. Wir konzentrieren uns auf die Abwehr. Wir geben alles, Digga. Natürlich geben wir alles. Noch ein, und dann haben wir sehr glücklich, und dann gewinnen wir das Spiel 50-0. Vor uns muss jeder Angst haben. Wir müssen uns auf... Die Jungs haben gut gespielt. Hat die Moral des Gegners gelitten? Vor uns muss jeder Angst haben. Sehr glücklich, Digga. Müssen sie auch, Digga. Die ganzen Spieler müssen sich einpissen, wenn sie eh die Gäller sind. Den kleinen 1,60-wuseligen Mann. Björn mit einem Fünfer. Besser streamer, ich grüße Dardan und Berkan. Kuss geht raus. Dankeschön für den Fünfer, my friend. Und danke natürlich für die ganzen Fondos. Digga, 16.000 Zuschauer, was geht hier? Meine Pizza ist gekommen. Besser für die, Digga. Besser für die. Mein Vater macht auf. Besser für die, besser für die, besser für die. Ich hatte schon die Nummer in der Tippleiste drin, Freunde. Hey, was machst du mit deinen Haaren? Digga, ich habe heute Real Talk meine Haare nicht gemacht. Die sind... Das ist einfach so. Ich stehe auf und dann sind die so. Denk an 15% Trinkgeld. Ja, ja. Sonst in Chat. Okay, warte mal. Wir müssen ein bisschen weiter machen, Freunde. Also wir haben erst drei Spiele gemacht, aber alle drei gewonnen. Die haben 2-0 gegen Dortmund verloren. 3-1 gegen Union gewonnen. 2-1 gegen Bremen. Wie viel da ist überhaupt Schalke? Oh, Junge, simulier doch jetzt endlich mal. Ich will gucken, wie viel da Schalke ist. Meine Fresse. Schalke ist 8er Platz. Digga, aber die sind irgendwo... Also 36 Punkte. Guck mal, ich überrasche die Jungs heute. Ich bin... Ich kreuze nicht in der Kabine auf. Ich habe meinen Co-Trainer gesagt, ich kann nicht, weil ich hatte normalen Probleme auf dem Klo. Deswegen. 3-0. Friede trifft schon wieder, Digga. Friede, wenn du so weitermachst, sehe ich dich irgendwann bei Manchester United neben Paul Pogba. Wenn du so weitermachst. Wenn du dich jetzt nicht weiter von den anderen irgendwie sowas machst. Schalke 0-4. Digga, Freunde, wir sind so krass. Wir sind so gut, ne? Ich schwöre es euch, es ist der Wahnsinn. Und ich spiele nicht mal mit so krassen OP-Spielern. Also ich habe die Jungs gezüchtet. Wer mir sagt, dass... Also Friede ist ein Weltspieler, aber Gravenberg und Sommer ist auch ein Weltspieler. Ja, oh na, na, Freunde. Das war ein guter Call mit dem Torwart, ey. Torwart ist echt wichtig. Torwart ist wirklich wichtig. Morgen Schule, gar kein Bock. Boah, das ist traurig, Freunde. Schule ist wirklich schlimm. Paddel mit einem Follow, Leon mit einem Follow, Föhl mit einem Follow, Leon Büßler mit einem Follow, Benne Zock mit einem Follow. Freunde, wenn wir den Titel holen, verlose ich auch 2 20er PSN-Karten, okay? Werden wir das Ding hier holen. Aber Dortmund ist so hinterher, Freunde. Dortmund ist hinter mir. Die sind so am Sack von mir dran, die ganze Zeit. Die zupfen die ganze Zeit. Und da? Die ganze Zeit. Ich möchte trainieren. Ich möchte gerne trainieren. Dankst du 82 Euro heute gemacht, Digga. Ich werde teilweise schon auf den ganzen Dingern markiert. Das ist der Wahnsinn. Aber die haben auch von einem Kumpel, habe ich gehört, immer ganz gute Fantasy-Liga-Dinger. Schenk mal jedem 20er PSN. Jo, mach ich. Bei 16.000 Zuschauern. 32.000 mal ganz kurz weggeknallt. Guck mal. Wenn jeder hier, das ist voll krass. 32.000, ey. Wenn jeder, okay, ich mache euch ein Angebot. 17.000 Zuschauer jetzt. Wenn jeder 1 Euro spendet, dann verlose ich im Wert von 17.000 Euro PSN-Karten. Ah, nein, ich muss das ja versteuern. 17.000, die Hälfte sind. Wie viel ist denn das? Oh Gott, nicht klippen. 8,5K. 8,5K. 8,5. Nein, ich habe Abitur im Knechtgesichter. Mathe, Mathe, Leistungskurs, habe ich 10 Notenpunkte geschrieben. Ich bin der größte, ich schwöre, ich soll jetzt von irgendjemandem zusammengetreten, ich soll jetzt irgendwas auf mich fliegen, wenn ich nicht wirklich 10 Notenpunkte geschrieben habe. So gut, Freunde, so wuselig. Timmy Let's Play mit einem Euro. Moin, Herr, Moin, Herr, Gerla, Training, kennst du mich noch? Natürlich kennst du dich, Timmy Let's Play. Und macht mal auf entspannte 10K Likes voll, Digga, als ob wir fast 10.000 Likes haben, nach nicht mal einer Stunde. Freunde, wir holen den Titel, ich sehe es ganz genau. Ich habe es in der Hose. 8.000 Likes haben wir. Ich habe es auch in der Hose, ja, aber ja. Oha, er hat recht, nichts ist auf ihn geflogen. Ja, sage ich doch, Digga. Also habe ich 10 Notenpunkte geschrieben, du Knechtgesicht. Wie wäre es mal, wenn du mich nicht so dumm volllabern würdest die ganze Zeit, sondern mal gegen Frankfurt was ablieferst? Freunde, sag dir mal, es wird Zeit für ein Gespräch oder was? Ich rufe die Männer mal ganz kurz an. Gefällt mir gar nicht, dass sie den Fokus langsam verlieren. Die verlieren den Fokus, Freunde. Ich rufe die mal ganz kurz an. Gefällt mir nicht. Sind zu spät zum Training gekommen, mit einer Fahne. Geht der jetzt nicht ran. Ich habe es gesehen, du warst zuletzt online vor zwei Minuten. Bin im Bus, kann nicht. Digga, die verstehen dich doch so oder so nicht, Digga. Denkst du Balic sagt, sei mal leise? Geh jetzt ran da. Sydney ist im... Ja, denkst du Balic würde dich volllabern? F in den Chat, er hat mich weggedrückt. Guck mich halt Willi an. Er denkt Balic, schreit den an. Hey, mir, 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 mir leise. Digga, da kann kein Mensch Deutsch. Außer dein Trainer. Sagst du Trainer, ich habe gerade ein Gespräch mit meinem anderen Trainer. Sommer. Ja, hallo, Willi. Grüße, Trainer. Sebo hier. Also, es geht um folgendes. Ja, ich höre. Du hörst es schon an meinem Unterton? Wir sind so kurz vorm Ziel. Wir sind so kurz davor, Geschichte zu schreiben. Und du und Friede kommen zehn Minuten zu spät zum Training. Coach, sie wissen selber, wie der Verkehr ist in Berlin? Ja, ich weiß es. Aber dann so eine kleine WhatsApp würde mir schreiben. Ihr jungen Leute habt doch immer, seid doch so vernetzt mit diesem Instagram und Tinder und wie das alles heißt. Ich habe das alles gar nicht. Ah, ja. Aber einfach eine WhatsApp würde mir ja ausreichen. So weiß ich nicht, was ich mache und muss meinen ganzen Dings da umstellen. Meinen ganzen Plan. Coach, 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 kurz zuhören. Bitte. Ich würde das jetzt nicht an die große Fahne hängen. Sie drücken Auge zu. Wir gewinnen die Spiele. Und Ruhe. Wir spielen jetzt gegen Frankfurt. Frankfurt, sechster Platz, 58 Punkte. Super Saison. Hast du dich schlau gemacht, wer da bei dir auf der Seite rumhopst. Das ist Kostic. Kostic ist ein super Mann. Das ist scheißegal. Der Kostic wird den Sommer kennenlernen. Das glaubst du gar nicht, Coach. Sie. Und seit Jahren sind wir beim Du. Ja, seit Jessica und ihre Tochter gut sind. Willi, ich mag dich. Aber ich möchte bitte, dass wir uns weiterhin gegenseitig respektieren. Und dazu kommt auch weiterhin, dass ihr pünktlich zum Training entschaltet. Okay. Der hat mich so ein Desk angeschrieben und hat gesagt, Trainer, darf ich nicht heute mal von Anfang an spielen? Sydney kam zu spät mit Willi. Mit einer Fahne wurde mir gesagt. Da meldet sich so ein Albrecht bei mir. Albrecht? Und so ein Becker. Kenn ich nicht. Ja, die sagen zu mir, dass sie spielen wollen. Warum? Ja, ne? Warum dürfen sie nicht spielen, wenn sie jetzt zu spät kommt? Und ich bin da, wie man den Kopf hinhalten muss. Micha und Ingo sitzen da und fragen mich auch. Kriegt der Mann das nicht hin mit seiner Strategie? Ich sag Ihnen eins, Coach. Sie wissen ja, dass es momentan sehr gut läuft. Unida. Oder? Ja. So. Sprich doch alles für uns. Unida. Und sie sagen ja immer zu uns, du heulte etwas, worauf du morgen stolz sein kannst. Ja. Also stellen sie uns auf, wir holen drei Punkte und dann treffen wir uns nach dem Spiel. Na gut, Willi. Machen wir es so. Ich muss jetzt los. Ja. Wir sehen uns auf dem Platz. Ich sag jetzt einfach, dass du im Berufsverkehr warst, aber ich weiß, dass ihr nicht im Berufsverkehr wart. Das solltet ihr wissen. Ich weiß das alles. Ist okay. Wir führen eine gute Beziehung. Ist okay. Ja. Ich sehe euch auf dem Platz. Bitte aber den Fokus nicht verlieren. Sehr, sehr, ja, 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 kein Problem. Gut. Kein. Super. Coach. Willi. Tschüss. 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 Jo, 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 jo. Ja, Freunde. Das ist ein 24-7-Job. Ich fühle mich so, als wenn ich das Elternteil von elf kleinen Kindern bin. Diese, guck mal hier. Schnell ein Foto machen. Illegener holt sich den Spieler des Monats im Ort. Digga, ich hol den Ballon d'Or. Ich hol den Ballon d'Or. Ich sag's euch. Und da. Ich verstehe auch nicht, warum ich immer diese ganzen dummen, na, scheiß drauf. Also, weiter geht's, Freunde. Ich hab, ihr habt Willi gehört, die waren angeblich im Berufsverkehr, war aber nicht so. Was ist denn jetzt los? Jetzt rufe ich meine Freundin an. Hallo? Ich kann kein Griechisch. Du brauchst nicht immer die Erste auf Griechisch sehen. Ja. Okay. Ja, ich hol meine Pizza. Ja. 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 Okay. Jo. Zwölf kleine Kinder. Nicht elf. Wir erhöhen auf zwölf. Ey, Freunde, es ist 24, ich fühle mich wie eine Nanny. Ich fühle mich wie eine Nanny. Ich hab aber ganz andere Probleme. Ich möchte nicht meine Pizza. Ich möchte jetzt keine Pizza. Ich möchte nichts essen. Meine Frau kommt zu mir, Freunde. Sagt, ich kann nicht essen. Kann nicht schlafen. Sag ich, ja, das liegt daran. Weißt du, woran es liegt, Schatz? Das liegt daran, weil wir gegen Frankfurt spielen. Frankfurt seit drei spielen kein Gegentor, Merkel. Das ist kassiert. Und du kommst mir hier mit. Du musst was essen, Baby. Wenn ich nicht essen möchte, dann möchte ich nicht essen. Ich hab ganz andere Probleme. Micha sitzt mir im Rücken. Du musst die Jugendmannschaft trainieren. Ich sag, Micha, ich hab ganz andere Probleme. Du kommst mir mit dein Essen, Essen, Essen. Vergiss nicht zu essen. Vergiss nicht zu schlafen. Du gespitzst dich mal mit den Kindern. Du lachst nicht mehr. Ich erkenne dich nicht wieder. Die Jungs kommen zu spät zum Training. Reden mit mir wie sonst was. Ich möchte nicht das Beste für die Menschheit. Irgendjemand hat vor meine Haustür gekackt. Mit Ashley Hauptwache. Du wirst sehen. Ich glaub, das war Ashley. Wir spielen in Frankfurt, Freunde. Meine Kinder werden fotografiert von den anderen. Guck mal, das ist der Trainer, der angeblich alles... Sie werden verarscht. Und dann werde ich von irgendwelchen Leuten... Das Maß ist voll, Freunde. Ich erzähl euch das nicht. Ich kann so machen. Ich sitz hier und erzähl euch von meinen Problemen. Es ist Frankfurt. Es war eine ganz... Es war mit die schwerste Woche in dieser ganzen... In dieser ganzen Saison. Ihr geht jetzt da raus und zeigt, was ihr könnt. Ihr müsst mich zuvor finden. Ihr müsst euch zuvor finden. Und wenn wir dieses Spiel gewinnen, dann holt ihr auch meine Pizza. Aber ihr müsst dieses Spiel gewinnen. Für mich. Für den Antara. Für Berlin. Nicht Südnjahr. Ich bin der Antindus. Ich seh's in seiner Presse. Wie viel hat Dortmund gespielt? Wir sind ausgerutscht, Freunde. Wir sind ausgerutscht. Touré mit einer gelben Karte, Digga. Sonst nichts passiert, weil sie sich eingekackt haben. Wie viel hat Dortmund gespielt? Digga, warum spielen wir denn immer vor Dortmund? Danke, dass sie mich wieder einsetzen. Digga, du spielst noch die ganze Zeit bei mir, Maxi. Du brauchst dich nicht bedanken. Ich bin stolz auf dich. Boss, ich bin bei den Fortschritten. Wir regeln das schon. Ich hab grad ganz andere Probleme. Lukas. Knecht Mainzer. Mann, Digga, come on. Freunde, ich wurde, ich sag nicht so wie es ist. Ich wurde mit Hoffnungen in diese Saison geholt. Hätte mir jemand gesagt, dass wir nach dem 29. Spieltag Erster sind und Chancen auf den ersten Platz haben, dann würde ich dir den Vogel zeigen. Aber mit, oh nein. Ich bin bei den Fortschritten. Sit down, no body talk. Sit down. Ihr Liga da holt sich wohl den Bundesliga-goldenen Schuh. Wir haben gewonnen. Digga, wir dürfen... Ich schick die Jungs nochmal zum Training. Jetzt entscheidet sich. Wer große Klöten hat und der Ose. Jetzt entscheidet sich, Freunde. Push in den Chat. Danke für die ganzen Spenden. Morgen mit 2 Euro. Sebi mit 3 Euro. Eierkopfgrüße aus Österreich. Kuss. Ivan mit einem Follower. Cersi. Ronaldo mit einem Euro. Er hat einen Euro meinte. Sebi mit 2 Euro. Ivan mit einem Euro. Eldon mit einem Euro. Und der Demolita. Danke, Freunde. Danke für den Support. Danke für die ganzen Follower. Ich habe 19.000 Zuschauer. Ihr habt ja auf dem Dachschaden. Alle denken, du kommst mit der Pizza und dann rutschst du eine Schale auf den Kopf. Ja, weil ich gerade, ich kann nicht essen, ich kann nicht schlafen. Ich habe ganz andere Sachen gerade hier im Kopf. Ich bin wirklich ein bisschen nervös. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache. Ihr denkt euch jetzt, hä, bist du ein Knecht? Ich sage, ich bin kein Knecht. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum. Seitdem ich klein bin. Und dieser Traum ist rund und hat eine Schale. Was? Ist eine Schale. Hat keine Schale, ist eine Schale. Okay, jetzt wird es gleich, Freunde. Jetzt wird es gleich. Jetzt wird es gleich emotional. Mehr kann ich dazu nicht sagen, Digga. Es sind nur noch wenige Spiele. Ich kann sie die Meisterschaft holen. Digga, da alleine, dass wir um die Meisterschaft spielen. Ich bin super froh. Auf dem Papier ist das FC Bayern München. Digga, auf dem Papier. Auf dem Papier ist mir scheißegal, was auf dem Papier steht. Wie werden sie das nächste Spiel an? Es muss enden. Wir müssen ein gutes Spiel zeigen. Wir dürfen Bayern München nicht unterschätzen. Ja, logisch. Letztes Mal habe ich gewonnen, Freunde. Mich interessieren, wir holen auch diesmal den Sieg. Hoffentlich leistet FC Bayern München mehr Gegenwehr. Wir hoffen sie sich vor diesem Spiel. Wir wollen auch dieses Mal gewinnen. Sehr glücklich. Okay, Freunde. Es ist nicht mehr auszuhalten, die Spannung momentan. Ich sage es so, wie es ist. Ich kündige es jetzt an. Wenn wir jetzt gewinnen, holen wir den Titel. Wenn wir jetzt gewinnen, holen wir den Titel. Digga, 10.000 Likes nach nicht mal einer Stunde. 19.000 Zuschauer. Lass allen ein Like auf den Stream da, Freunde. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Nach der Saison wird es zwei Giveaways geben, denke ich, für den Kranken-Support. Ich treffe, ja. Du sagst, du triffst, Digga. Du gehst nicht mal an meine Anrufe ran, weil du im Bus neben Baric sitzt, der dich nicht mal versteht. Sag Baric, ey, ich kann grad nicht. Sei kurz leise. Was Wichtigeres zu tun. Bayern 66 Punkte, Digga. Das ist voll scheiße, dass ich den Kader von denen sehe. Ich muss die Jungs noch einmal aufrappeln. Ich muss die Jungs noch einmal kurz aufrappeln. Ich halte den Laden dicht. Ich rufe jetzt Jordan an, Digga. Ich muss mit irgendjemandem reden. Wo ist dein scheiß Discord? Jordan Laflame. Ein dreckiges 1-0. Es klingelt. Hallo? Torino Riga. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Jordan, ich rufe an in der späten Stunde, weil ich nicht schlafen kann. Wir spielen morgen gegen Bayern. Wir sind kurz davor, den Titel zu holen. Das brauche ich dir nicht sagen als Kapitän. Äh, ja. Achso. Ja, was ich sage, Jungen, gewinnen wir einfach ohne Sinn. Nein. Wie fühlt sich die Mannschaft? Ja, die fühlt sich extra zellulär. Ja, also das heißt, aufgrund des Vakuums in der X-Achse können wir das Spiel gewinnen. Ja, so sehe ich das. Was? Aufgrund des Vakuums in der X-Achse von FC Bayern können wir das Spiel gewinnen. Ich habe es nicht verstanden, was du mir sagen möchtest. Ich weiß nur, dass du, ich habe dich mit Friede im A2Aid gesehen. Mit Willi. Willi komplett unterm Tisch gewesen. Was ist das, A2Aid? Ja, ja, ja. A2Aid. Ich sehe die ganze Zeit, ich bekomme Snaps von euch. Von euch. Ich bin Jennifer. Ihr, der die ganze Zeit eure scheiß Nude schickt. Ich bin das mit meinem Fake-Account. Jedes Mal sehe ich eure scheiß Storys. Aber es ist mir egal, was ihr in der Freizeit macht. Es ist mir egal, was ihr in der Freizeit macht. Wir brauchen darüber nicht reden. Es ist einer dieser Tage, der 16. April, 15.30 Uhr, wo wir alle zur Legende werden können. Aber das können wir nicht, wenn ihr hier am Freitag davor irgendwo noch wart. Auf einer Homeparty. Es ist mir doch egal, wo ihr wart. Trainer, Trainer, machen Sie mal halblang. Halten Sie mal den Ball flach. Wir haben eine super Mannschaft. Die haben uns den Arsch aufgerissen mit den Läufen, die sie mit uns gemacht haben in der Vorbereitung. Ja, aber guck, wo ihr jetzt steht. Wir sind zweiter Platz in der Fußball-Bundesliga. Und sie merken uns jetzt vor, dass wir zu wenig machen. Also ich bin menschlich enttäuscht von ihnen. Also das ist ja mal Fakt. Ich mache euch zu besseren Menschen. Ich mache euch zu besseren Spielern. Diese Läufe, wo ihr da die ganze Zeit rumgeheutert. Oh nein, Trainer. Und jedes Mal, wenn ich gesehen habe, wenn irgendjemand eine Abkürzung gemacht hat. Wo steht ihr denn jetzt? Ihr seid die gefürchtlichste Mannschaft in ganz Europa. Und warum? Weil ihr gewusstet ihr seid. Weil ihr einfach spielt. Palas ist da oben auf der Bank heute. Von Real Madrid. Ja, genau dieser Palas. Ist da, um dich zu beobachten. Möchtest du für Real Madrid spielen? Das ist mir doch egal, Trainer. Ich bin doch jetzt für sie tätig. Verstehen Sie? Na gut. Ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht essen. Ich kann mit niemandem. Meine Frau. Ich kann nicht. Ich hoffe einfach nur, dass ihr das morgen macht. John, geht früh schlafen. Nicht zu viel. Es ist gerade mitten in der Nacht. Geht bitte nach Hause. Ich weiß. Ich war auch mal jung. Aber geht nach Hause. Geht nach Hause. Ich brauche morgen drei Punkte. Trainer, nehmen Sie einfach einen Fischer zu meinem Freund. Und dann hat sich der Drops gelutscht. John, du bist näher an der Mannschaft dran. Jetzt ich dir erzählen Sie was. Mir erzählen Sie das nicht. Ich versuche jetzt nochmal irgendwie, mich aufs Ort zu holen. Aber danke für dein Gespräch. Wir sehen uns auf dem Platz morgen, oder? Bitte. Tschüssi. Danke. Das ist zu viel für meine Nerven. Das ist zu viel für meine Nerven. 8 to 8. Die denken nicht, Digga. Die denken, ich bekomme das nicht mit. Ich bin Jennifer. Ich habe mir einen Fake-Account gemacht. Und die schickt mir die ganze Zeit ihre Pullerbilder. Und hier um vier Uhr morgens von den ganzen Flaschen und so. Und denken, ich bekomme das nicht mit. Und komme mir dann so. Ich bin stolz auf die. Ich bin stolz auf die Jungs, was sie geliefert haben. Aber es ist einer dieser Tage, wo einfach mehr kommen muss. Es ist einer dieser Tage, wo einfach mehr kommen muss. Gut, wir gehen ins Spiel rein, Freunde. Du bist Jennifer, ich bin Jennifer. Ich komme in die Kabine. Achso. Luke Hugo mit einem Satz nochmal. Ich stehe das gleich alles vor. 20.000 Zuschauer ist geisteskrank. Davon mache ich kurz und erst mal ein Foto. 20.000 Zuschauer ist echt geisteskrank. Wie viel spielt es denn bei den Clippers? Sexy Jennifer 97. Ich bin Sexy Jennifer 97 gewesen. Ihr Knechte. Freunde, wer hätte gedacht, dass wir heute hier stehen? Bayern München gegen Hertha BSC. Einer dieser ganz großen Spieler. El Clasico ist heute auch gewesen. Oder ist heute. Aber davon redet niemand. Top Hashtag auf Tinder, auf TikTok ist HBSC gegen FCB. Sind das die Abkürzungen? Ingo, sind das? Ich weiß es nicht. Ist mir alles zu blöd. Tinder, TikTok. Ich bin zu alt für den Kram. Auf jeden Fall gucken heute so viele dieses Spiel. Nicht nur wegen Fußball, sondern auch wegen euch, weil ihr als Person einfach gewachsen seid. Ich bin stolz auf euch. Egal was nach diesen 90 Minuten passiert, ich bin stolz auf euch. Ich möchte gar nicht jetzt hier das große an die große Glocke hängen, was ihr so geliefert habt. Ihr wisst es doch selber. Ich möchte einfach, dass sie rausgeht und mich stolz macht. Dass sie die Herthaner stolz macht. Dass sie den deutschen Fußball, Werbung für den deutschen Fußball macht. Alle gucken gerade zu. Friede, einfach mal auch ein bisschen wuselig sein. Nicht immer mit deinen 10 Meter Kragen hier durch die Gegend. Digga, ich hab sogar eine Härtehose an. Was bin ich denn für ein Supporter? Nicht mit deinen 10 Meter Kragen einfach so durch die Gegend hängen. Auch mal hier ein Elastikum machen. Sei doch mal verwuselt. Sei doch mal verwuselt. Enigella, glibschig sein. Glibschig wie ein Fisch. Nicht haltbar, nicht. Guck mal hier. Der muss rausfallen jedes Mal. Richard Richard Halshorn. Du und Eligella kennt euch schon seit klein auf. Spielt doch auch so. Hier hört euch niemand den Kopf ab, wenn ihr irgendwelche Tricks macht. Ich befürworte das. Mit U. Ohne Ü. Ich sag U. Ich bin auch ein Mensch. Ich verspreche mich. Ihr seid auch nur Menschen, wenn ihr Fehler macht. Aber es geht darum, dass ihr hinfallt, aufsteht, die Krone richtet und weiterlauft. Wir können Meister werden. Wir können Meister werden. Ich hol mir eine Pizza, wenn wir gewinnen. Ich verspreche mich. Die Pizza geht auf mich, Freunde. Nehmt euch alle ein Stück. Nehmt euch alle ein Stück. Nehmt euch alle ein Stück. Believe in den Chat. Ich hab es schon immer gewusst. Ich bin gerade so aus meiner Tür gegangen. Ich hatte den I.L. Schall auf, meine Hertha Hose an und mein Hertha Trikot. Und mein Vater sitzt nebenan und hört ja alles, was ich sage. Der guckt mich so an und er schüttelt einfach nur so den Kopf. Der hat sich gedacht, Digga, warum zur Hölle, warum zur Hölle hab ich so einen Knechten als Sohn abbekommen? Dann hab ich, wirklich, was soll ich euch erzählen? Achso. Aber ich bin stolz drauf. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Digga, wir sind 22.000 Zuschauer. Hä? Was ist das denn? 22.000? Kann man ja niemandem erzählen. Kann man ja niemandem erzählen. Und warum? Weil wir menschlich gesehen, hier geht es nicht nur um Fußball. Hier geht es um die Menschen dahinter. Um die Menschen dahinter. Digga, ich hab wirklich keinen Hunger, ne? Ich bin so aufgeregt. Schalke Halbfinale. Ich bin glücklich, dass sie so viel... Ich bin glücklich, dich kennengelernt zu haben. Ich bin glücklich, dass mir Sidney von dir erzählt hat. Vom Mykonos Urlaub. Ich bin stolz auf dich. Und da? Digga, mir ist voll warm irgendwie auch. Voll schlimm. Baba Gerda. L2L rappelvoll. L2L, Freunde, ist rappelvoll. Ich sag's euch. Digga, hier ist gerade so viel reingekommen. Kevin mit einem Euro. Herr Timo mit einem Sub. Zibar Nani mit einem Sub. Anton mit einem Sub. Luke Hugo mit einem Sub. Good4U mit einem Sub. Philipp Meyer mit einem Sub. Dieble mit einem Sub. Guckt euch das an. Ach, man kann's grad nicht sehen. Aber wusstet ihr, dass DFB-Pokalm ein scheißegal ist? Sein? Lul? Wir können jetzt rausfliegen. Das juckt mich nicht mal, solange wir den Titel holen. Hallo, hey, Hertha BSC. Dankeschön. Flaschen auf den Tisch. Du bist nicht mehr reingekommen, Trainer. Ich bin nicht reingekommen, Freunde. Ich hatte ne Jeans an. Ich hatte, ähm... Ich hatte Night Run Rocher in Rot an. Da meinte der Türsteher zu mir, nee, heute nicht und so. Da meinte ich, ich bin Zebo Geller. Da meinte er, du kannst auch der Papst sein. Das ist mir scheißegal. Dann hab ich Jordan und Sydney gerufen. Ich meinte, ey, ich komm nicht rein. Und die haben so getan, als wenn die mich nicht gehört haben. Hab ich dann gesagt, ja, nee, ist okay und so. Ich muss sowieso noch. Ich hab was auf dem Herd. Bin ich zurückgegangen zu meiner Frau. Ist nicht meins, Freund. Ich bin zu alt dafür. Können Sie gewinnen? Wir werden überlegen sein. Wenn wir so gut spielen, spielen wir. Hä? Warum geht die Teammoral runter? Wir müssen uns... Was hab ich gemacht? Dicker, ich hab aus Versehen mich verdrückt. Ich hab mich aus Versehen verdrückt. Scheiße. Zuletzt hat ihr Team... Ich bin enttäuscht. Wir haben alle gezeigt, was wir können. Meine Spiele werden sich bald verbessern. Hä, Dicker? Was? Sind die beschränkt? Haben die mitbekommen, dass ich gegen Bayern gewonnen hab? Oder hat denn irgendjemand ins Gehirn gekackt? Haben die das nicht mitbekommen? Gucken die kein Fußball? Ich will lügen nicht. Ich möchte diesen ganzen Reporten so gerne mal ins Gesicht treten. Leute, schon acht Monate Sub, Dicker. Kuss geht raus. Kuss geht raus. Nicht, Robin. Du hast gerade gesagt, dass dein Team mehr trainieren soll und du enttäuscht bist. Dicker, da hab ich mich verdrückt, Mann. Ich hab mich verdrückt. Ich bin stolz auf euch. Tschüss, wie laut. Ich bin stolz auf euch. Frankfurt ist im Finale. Wie laut ist das denn? Echtle Hauptwache. 4-0, Dicker. Was denn? Der Zug hat keine Bremse. Aber der Fibkur juckt mich nicht so sehr. Der Zug hat keine Bremse. Ey, das ist so eng Hilfe. Aber ey, wir haben Europa schon geschafft. Mindestziel erreicht. Ich muss keine 100 Euro per Senkart verlosen. Welchert und Edi Geller haben mir Jürgen gezeigt. Das kann gut sein. Das machen sie gerne, die beiden. Neue Subs vorlesen. Herr Team, das habe ich alle vorgelesen, mein Freund. Morgen kriegt Can einen rechten Haken beim Training mit 2 Euro. Polar mit 2 Euro. Meisterschaft mit einem Euro. Gaming Lounge mit einem Sub. Colin mit einem Follow. Weltrix mit einem Follow. This is Casey mit einem Follow. Leute, Kurs geht raus. An alle deine Zuschauer. Respekt. Ehrenbändchen. Ja, Mann. Echt krank, Freunde. Also wirklich. Ich hätte nicht gedacht, ne. Ich dachte, wir sind da immer so 10. Immer so 10. Zwischen 10 und 15.000. Aber heute so 21.000 Zuschauer ist heftig. Im August im Karrierestream. Kurs geht raus, Freunde. Wirklich. Real talk. Könnt gerne. Ich werde auch ein. Ich werde eine 5. Ich werde 2.20er PSN-Card gleich verlosen. Für den Support, Freunde. Müsst diesen YouTube-Kanal abonnieren. Und mir auf Insta folgen. Friede macht 2.000. BVB hat verkackt. Ohne viel reden. Ohne viel reden. Und John, du triffst auch. Du triffst auch. Eligella, Friede. Digga, warum trifft Friede die ganze Zeit? John, hochgesprungen. Mit seinem Fuß nicht mehr rangekommen. Hat er seinen Puller genommen und reingeschoben das Ding. War 25 cm lang. Hat er auch irgendwie einen Harten, weil er vorher gerne auf den Arsch geguckt hat. Hat er dann so reingedingst hat. Tor. Trainer, da bin ich doch. So gut. So gut. Ich bin so stolz. Und dann sind wir auf den ersten, Freunde. Dann sind wir wieder auf den ersten. Junge, ich bin die Meisterschafts-Bremien. Digga. So gut. Boyata ist enttäuscht. Digga, nimmst mich nicht übel, Boyata. Aber ich habe hier gerade, ich habe hier gerade das Ganze. Du hast hier nicht das Sagen. Knie dich weiter rein. Die Rotation ist wichtig. Was glaubst du, warum ich nicht mehr verletzt bin? Clippers führen? Wichtig. Sehr gut, Freunde. Drittes, Viertel. Sehr stark. Friede hatte bei mir alle als 6er 22 Tore und goldene Kanone gewonnen. Was? Obwohl du alles simuliert hast? Was redest du? Guckt euch mal, Transferzentrale bitte, Freunde. Das ist, äh, wo ist denn das? Teamzentrale. Ich kann nicht essen während der Saison. Ich muss eigentlich essen. Ähm, wo ist denn das? Statistiken. Friede, sieben Buden. Friede, sieben Buletten. Sieben Brötchen geschmiert. Edi Geller. 32 Brötchen hat der Mann schon. 32 Brötchen. Willi als Rechtsverteidiger, drei Tore. Der Billy auch geil. Richard auch geil. Greenwood als Supersub. Ist okay. Freunde, wir stehen, wir stehen uns nur noch selber im Weg. Wir können uns nur noch selber, wir können uns nur noch selber ausnocken. Wir können uns nur noch selber ausnocken. Guckt euch die Tabelle an. Für die, das ist für die Geschichte. Das wird im Geschichtsunterricht, unterrichtet. Damals so, die sieben Weltwunder. Das kommt jetzt, das rutscht rein. Wo ist denn hier das scheiß Trainingszentrale? Hier. Warum trainierst du mir immer die? Weil ich trainiere sie, weil sie super sind. Deswegen trainierst du sie. Weil Richard Richard auf eine 92 gegangen ist. Und Edi Geller die 96 schon riechen kann. Deswegen. Training-Selving. Das holst du großer. Freunde, ich bin bereit dafür. Ich fühle mich auch menschlich gesehen bereit. Oh nein, Gladbach. In Gladbach. Wer ist denn da Trainer? Hacking ist da Trainer, oder? Oder bin ich lost? Ist Hacking noch Trainer bei Gladbach? Verarsch den irgendwie. Sag denen hier, du bist schlimmer als du. Du bist schon in der ganzen Bundesliga gewesen. Alle Lässe sind über dich. Gegen Tino. Rose. Die haben verloren gegen Bayern. Die haben gewonnen gegen Mainz. Schalke. Ich mach' nen Chat, Dings. Ich guck' nicht hin, Freunde. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Nervenbündel. Ich kann das nicht machen. Ich guck' da jetzt hin, Digga. Hacking ist bei LOL. Bei HSV. Da war ich doch knapp dran, Freunde. Der war aber mal bei Gladbach, oder bin ich lost? Also simulier jetzt, Freunde. Jeder, der mich verarscht, der hat einen kleinen Puller. Schreibt die richtige Antwort in den Chat. Elegant. Dankeschön. Danke auch an die ganzen Follows. Morgen kriegt wieder mit 2 Euro. Bin Pasha, hab Namen geändert. Grüße auch Max. Max, ich grüße dich. Doni mit einem Follow. Florian mit einem Follow. Dille mit einem Follow. Justin mit einem Euro. Lele mit einem Euro. Willi, lass die, Karl. Lass die. Achso. Justin, danke für den Euro. Kevin mit einem Follow. Luca mit einem Follow. Rasierbruder mit einem Follow. Danke an die ganzen Follows. Danke an die ganzen Likes. Guck mal, ich sage, ich hab noch nicht mehr so moniert. Ich schreibe schon Ergebnisse rein, ihr Knechtgesichter. Okay, ich simuliere. Bitte, 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 bitte. Heddy Gewerter, ja, ja. Also, wenn wir... Ich bin... Ich kann nichts einschätzen. Ich kann nicht, ich weiß nicht. Korain, du bist ein Knecht, ich überweist dir das Geld nicht. 3-1-Sieg. Richard... Wer hat noch getroffen? Richard, Edi Geller und St. Maximinin. Meine Nachbarn hassen mich so krass, die zeigen mich irgendwann an. Ich meine, das ist krass, Ernst. Aber mir ist das egal. Digga, wenn der Polizist hier reinkommt und ich so hier sitze, mit meiner Pizza hier und ich müsste mal sehen, wie ich aussehe, Chad. Guck mal. Ich sehe aus, als wenn ich gleich eingewechselt werde von Bruno. Ah, fuck, Digga, ich krieg das nicht organisiert. Ich hab mir grad fast das Kreuzmann wieder gewissen. Ich bin Supporter. Supporter seit Tag 1. Ich brauch nur noch Stutzen, Digga. Wenn die hier reinkommen, Digga, die denken hier ist irgendein, weiß ich nicht, hier passiert irgendeine Dämonenbeschwörung oder so. Mein Vater ruft die Polizei selber. Dann sagt, nehmen sie den Mann mit. Ich hab keinen Bock mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende mit meinem Latein. Als die Jungen hab ich leider versagt. 3-1-Sieg, Freunde. 3-1-Sieg. Ich spüre hier was Legendäres. Karol mit einem Follow. Maximilian mit einem Follow. Arne Camino mit einem Follow. Fuhr mit einem Euro. Jonas mit einem Euro. Danke für die ganzen Follows. Danke, danke, danke. Freunde. Was? Achso. Achso. Wir können gleich Meister werden. Ich sag euch so, wie es ist. Trainer des Monats bekannt gegeben. Digga, das ist ja, das ist Schiebung. Das ist Schiebung. Das ist Schiebung. Ich habe meine letzten 10 Spiele oder so alle gewonnen. Außer Frankfurt. Irgendwas war da mit einem X. Wer ist Trainer des Monats? Das ist so krasse Schiebung. Patrick mit einem Sub. Dankeschön für den Sub, my friend. Noch zwei Siege, dann Meister. Hertha BSC marschiert zum Titel. Ja, ich weiß. Trainer des Monats. Digga, das ist so eine krasse Schiebung. Wer hatte da die Klöten von irgendjemandem im Mund? Das ist ja so fake, Digga. Der Preis für den Trainer des Monats geht diesmal an den Trainer von Dortmund. Die Austäuschung folgt auf einem währendstarken Monat des Dortmund-Team. Haben die irgendwie, was haben die geraucht? Haben die mal mitbekommen, dass ich mit Hertha BSC hier gerade erster Platz bin? Wer hat euch denn ins Gehirn geschissen, ihr Knechte? Ich habe diesen Titel verdient und niemand anderes auf dieser ganzen Welt. Egal. Guck, Torverhältnis. So wie es ist, hier wird heute Premiere geschrieben. Lukas Klünter. Boss, meine Fortschritte. Luke, ich sage dir so wie es ist, Klünti. Momentan? Hey, ich bringe so viel für die Mannschaft, dass ich eigentlich mehr verdienen sollte. Es wäre nett, wenn sie mich mit meinen Angegenten treffen könnten über meinen Vertrag. Konzentriere dich auf Fußball. Das Thema wird uns bei... Wir regeln das schon. Wir regeln das schon, aber bitte gehen wir nicht auf die Klöten. Gehen wir nicht auf die Klöten, Lukas. Ich habe hier ganz andere Probleme gerade. Wir können hier Geschichte schreiben. I really preached it. It's been a really sense. Klorentino Pärdas mit 10 Euro. Wer hat das jetzt ja selber gelehrt? Aufgrund der bisherigen gezeigten Leistungen wurden sie gemeinsam mit einer Kondagiorno und Strauß Bein wieder an der kommenden Besorgen in Madrid begrüßen. In der Hoffnung auf positives Feedback besser grüße. Klorentino Pärdas. Dankeschön für den Zehner, Klorentino. Ich melde mich nach der Saison bei Ihnen auf jeden Fall. Dankeschön. Auf jeden Fall schon mal für das Angebot. Den Köln, Freunde. Jedes Spiel ist wichtig. Jedes Spiel ist jetzt hier wichtig. Köln irgendwo, niemals Land. Überweist den Köln-Spieler irgendwas. Schreibt denen. Ich habe schon mit dem Trainer geredet. Ich meinte 5000 Euro Paypal, wenn die nicht... Wenn die irgendwie... Weiß ich nicht. Wenn die uns ein Eigentor gönnen oder so. Lewandowski bei Leverkusen. So etwas Dummes habe ich auch noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Eigentor 5000 Euro Überweisung. Ich sage es so wie es ist. Ihr habt die Chance Leverkusen. Ihr habt die Chance Leverkusen. Musik noch ein bisschen lauter höre. Und Friede ist da für mich. Weil ich an ihn geglaubt habe. Weil ich an ihn geglaubt habe. Ich habe es doch nicht. Weil ich an ihn geglaubt habe. Als niemand an ihn geglaubt hat, habe ich an ihn geglaubt. Weil ich an ihn geglaubt habe, zahlt er mir das zurück. Dortmund kann uns nicht mehr überholen. Es kann uns nur noch Leverkusen überholen. Torverhältnis. C, Torverhältnis. Freunde, mir kommen die Träne. Wir haben es geschafft, glaube ich. Torverhältnis. Ah ne, doch. Also wenn wir verlieren und die so 4-0 gewinnen oder so, dann sind wir im Arsch. Gegen wen spielt er in Dortmund? Gegen Freiburg. Gegen Christian Streich, Digga. Der schiebt Spiele. Ich sage euch so, wie es ist. Die sind 14. Ich spiele gegen Hannover. Hannover, letzter Platz. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Wenn wir das hier noch verkacken, dann gehe ich mich ohne Witz. Dann gehe ich in eine Selbsthilfegruppe. Dann gehe ich in eine Selbsthilfegruppe. Also, wenn wir das jetzt hier noch verkacken, dann melde ich mich in eine Selbsthilfegruppe an. Oliver Zimmermann mit 11 Euro glücklich zur Meisterschaft. Haul, ja, da bin ich 10. Meine wirklich 10. Freude, ich kann es nicht glauben. Es ist einer der schönsten Tage in meinem ganzen Leben. Mein Puller wächst gerade so neu. In meiner Hose. Max mit 3 Euro. Dankeschön, Max. Ehe, die Ablösefreie Spieler mussten jetzt kaufen vor dem letzten Spieltag. Ich habe ganz andere Probleme, Max. Siehst du, was diese Mannschaft hier macht? Denkst du, ich denke da an irgendwas anderes? An andere Spieler? Ich werde genauso weiterspielen. Wir gehen auf Sieg. Erwarten Sie einen hohen Sieg. Wir sind ein top trainiertes Team. Ein hoher Sieg wäre ideal. Wir sind ein top trainiertes Team, Digga. Freunde, es ist, glaube ich, soweit. Es ist, glaube ich, soweit. Ich spiele selber. Ich spiele nicht selber. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich nicht selber spiele, Freunde. Problem selbst beheben. Was ist hier los? Sommer mit dem roten Karton. Hä? Warum kriegen wir denn immer... Ach so, wegen 5 der gelben Karte, ne? Sommer. Freunde, Sommer mit dem gelben... Mit dem roten Karton. Sommer mit dem roten Karton. Ist nicht dabei in der Meisterschaftsfeier vielleicht. Für Schale. Spiel wegen Schale. Digga, ne, das ist Quatsch mit Soße, Freunde. Das kann ich... Ne, das ist Schmutz. Ich möchte wirklich... Ich möchte das alles simulieren. Ich möchte kein Spiel selber spielen. Klipper sind durch. Führe mit 20 Punkten. Digga, ich bekomme ja hier nur gute Nachrichten. Digga, spiele, sonst kannst du die Übergabe und so nicht gucken. Muss ich jetzt spielen? Hol dir die Schale ab. Ich weiß gar nicht, ob er... Okay, Chat. Eins in den Chat für selber spielen, zwei in den Chat für nicht selber spielen. Ihr könnt entscheiden. Eins in den Chat für selber spielen, zwei in den Chat für nicht selber spielen. Boah, nur Einsin, Digga, Hilfe. Na gut, dann machen wir es so. Dann spiele ich das Ding für die Schale, falls wir das Ding natürlich machen. Ich bin mal gespannt, wie sie sich alles spielen lassen. Der wuselige Indiegela, Freunde. Ich bin mal gespannt, was er so... Aber eigentlich wollte ich ihn spielen. Hertha BSC kommt, Bundesliga-Titel immer näher. Ja, ich weiß. Dann mache ich jetzt das Giveaway, Freunde. Während ich spiele. Kann ich aber vier Minuten einstellen? Ja, ne? Ach so. Vier Minuten. Ultimativ, auf was für eine Stärke sollen wir spielen? I really appreciate when I really think so. Ultimativ ist todeschwer. Aber ihr könnt sagen. Oh, nicht da. Wartet mal. Legende, Legende. Legende. Ist Legende besser? Ultimativ würde ich auseinander... Jetzt verliert er. Stell dir mal vor, ich verliert. Wir machen Legende. Okay, wir machen Legende. Ich mache den Bunker auf. Aber wir müssen es ja so sehen, Digga. Hannover ist letzter. Hätte ich das simuliert, hätte ich ja safe gewonnen. Aber sobald der Schlussfuss kommt, drück auf keinen Fall X, sonst wird es übersprungen. Ja, okay. Okay, Freunde. Ihr könnt jetzt hier zwei 20er PSN-Karten gewinnen. 22.000 Zuschauer, Digga. Sowas, das ist wirklich, Chat, es ist geisteskrank. 22.000 Zuschauer. Hilfe. Tut mir leid, falls ich dir irgendwas nicht vorlese. Also, Hashtag, Hashtag, Hashtag Titel in den Chat und es gibt zwei Gewinner. Es gibt zwei, oder wir machen drei Gewinner, okay? Ich bin in Gönnerlaune. Drei Gewinner gibt es, Freunde. Drei Stück. Ihr könnt dreimal eine 20er PSN-Kart gewinnen. Einfach Hashtag Titel in den Chat, Titel kleingeschrieben, Like auf den Stream da lassen, diesen YouTube-Kanal abonnieren und mir auf Instagram folgen. Auf Insta heiße ich, so hier, EliasN97. Elgato, perfekt. Gut, dann gehen wir ins Game rein, Freunde. Dann gehen wir ins Game rein. Wo ist meine Musik? Legende, wir machen mal Legende. Aber ich werde das Ding... Ja, wir machen Legende. Kontrolleeinstellungen. Ich habe Angst, dass ich verlieren. Jordan, Dembélé, Friede. Spielen, wir spielen mal. Digga, ich habe so lange kein FIFA mehr gespielt, fällt mir gerade auf. Seit einem Monat oder so. Wir lieben in den Chat. Wir können jetzt hier den Titel holen, Freunde. Ich darf nicht X drücken, ihr müsst mich daran erinnern. Nicht X zu drücken. Digga, meine Pizza, meine arme Pizza. Was habe ich gemacht? Achso. Achso. Kurzer Pass 99. Guck mal, wie wuselig ihr die Geller aussieht. Oh, wie in echt, Freunde. Er ist so wuselig. Er ist so wuselig. Ich sage es euch immer wieder. Ich bin so stolz auf ihn. An die ganzen Hater. Guck mal hier. Achso. Guckt euch das an. Das ist so gut. Hat er fünf Sterbe? Ich weiß es nicht. Guck mal hier, da machen sie sich warm. In Kürze. Mit den Trikots in Hannover. Macht euch warm, Freunde. Zum letzten Mal in dieser Saison. Zum letzten Mal. Ein letztes Mal. Vier Minuten. Ein letztes Mal. Ein letztes Mal. Ich bin so stolz auf euch. Egal was passiert. Egal was passiert. Ich bin gespannt, wie sie sich alles spielen lassen. So Richard mit 91 und so. Friede. Friede. Ich war der, der an dich geglaubt hat. San Maximilien mit einer neuen Frisur. Was? Oh, sie fühlen sich so huselig alle an. Ich hasse es, gegen Computer zu spielen. John, gut den Puller da nochmal reingehalten. Weil die machen immer nie Fehler, diese scheiß Knechte. Oh, die macht tief mies gut. Okay, Freunde. Beruhigt das Spiel. Uns reicht ein Punkt. Uns reicht doch ein Punkt. Mukjela. Ihr braucht nicht nervös sein, Freunde. Die Schale ist bereit. Da steht schon Hertha BSC drauf. Niemand kann sich das ausnehmen. Und das? Was ist gut? Illigala ist verwuselt. Illigala ist verwuselt. Oh. Ey, wie wuselig das. Gebt dem Mann den Ball. Friede, ihr seid doch beste Freunde. Oh. Tschüss. Er ist so glibschig. Er ist so glibschig, Chad. Was ist denn mit dem los? Richard. Schön da. John. Bob. 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 Friede. Opa. Ach, der hat keine 5 Sterne. Edigala. Schade. Man kann gar nicht improvisieren gegen Scheiß-CPU. Aber es gibt irgendeinen Trick, wie man gegen dich spielen kann. Ich hab's nur vergessen. Wo du immer so das gleiche... Wo dich irgendwie nicht angreifen oder so. Ich hab vergessen, wie das geht. Das hab ich irgendwann mal gesehen. Immer in der Demo macht man das vorher. Oh, jetzt hier mal. Dest. Sommer ist nicht dabei. Jessica Sommer, aber Sommer und Willi sind auf der Tribüne. Für die Galerie. Sie sind so huselig. Oh. Ja, wahrscheinlich klärt er dahin, die Knechte. Selvogender, unser Held. Freunde, es ist grad ein Giveaway am Start. Ihr könnt 60 Euro gewinnen. Also, 3x20er PSN-Card. Like auf dem Steam da lassen. YouTube-Kanal abonnieren. Und mir auf Instagram folgen. Digga, ich hasse diese... Die machen keine Fehler in der Abwehr. Hashtag Titel rein. Oh, ich bin so stolz. Ich bin so stolz. Und ich bin stolz wie im V. Grafenbärstar. Mit Friede auf der 6. Haben sich nicht gut verstanden. Aber mittlerweile sind sie die allerbeste Freunde. Oh, nicht da. San-Maximinin. San-Maximinin. Mit der rechten. Mit der rechten Klebe, San-Maximinin. Mir kommen die Tränen. Rennt doch aus. Ich muss zu Sebo Geller rennen beim nächsten Tor. Ich muss zu Sebo rennen. Oh, Freunde. Es wird passieren. Es wird passieren. Ich sehe es. Guck mal hier. Hannover ist völlig von der Rolle. Hannover völlig von der Rolle. Richard. Es fühlt sich so gut an. Es fühlt sich so gut an, mit euch zu spielen. Elika, da guckt euch den Wuseligen Mann an. Er holt sich schon wieder die Krone. Er holt sich schon wieder die Krone. Oh, da wollte ich ihn auf Eli Geller. Oh, oh. Elika, Schiedsrichter. Schiedsrichter. Freunde, die spenden. Das ist unmöglich, alle spenden gerade vorzulesen. Tut mir leid. Okay, doch. Singo mit einem Euro. Not mit einem Euro. Equa mit einem Euro. Manu mit zwei Euro. Kurs geht aus. Richard Richard mit zwei Euro. Subs. Patro mit einem Sub. Gandalf mit einem Sub. Jack Front mit einem Sub. Felix mit einem Sub. Noah mit einem Euro. Mino Raiola mit zehn Euro. Hallo, selber. Ream hat sich stark an Triple Transfer von Friede Sommer. Und Elika, Leilheit. Danke, ich bin für Zehn dabei, Freund. Lukas mit einem Sub. Abfin, Loy mit einem Fünfer. Jan mit einem zwei Euro. Skymaster mit einem Fünfer. Max mit drei Euro. Alle mit dem, alle Freunde. Kurs geht raus. Alle follow da lassen. Ich liebe euch. Thanks. Ich kann nichts dafür. Er ist halt so verwuselt. Er ist so verspielt. Er ist so verspielt, Freunde. Ich habe ihn nicht gesteuert. Er hat es selber gemacht. Er hat seinen eigenen Kopf. Ich sage das immer wieder. Er hat seinen eigenen Kopf. Er hat seinen eigenen... Was? Ist er Linksfuß oder was? Ich weiß nicht, was mein eigener Pro ist. Oh nein. Grätsch den Mann um, John. Was macht der denn? Ist der Lust? Du hast Rasen vor dir. Usman. Verwuselt da, Illigella. Verwuselt wie ein Fisch. Du hast schon so viel durchgemacht. Die Männer haben dich ausgenacht, weil sie so klein und verwuselt bist. Du konntest noch immer, als Busfahrer, wenn sie sich gefragt haben, obwohl du 15 Jahre alt warst, hast du gesagt, du bist noch zwei, äh, fünf. Wegen Ermäßigung. Sie lassen sich immer noch nicht in Clubs. Friede! Oh! Mit der linken Kirche. Mit der linken, mit der linken Grete. Wie hast du das mit deinen eigenen Spielern gemacht? Wie bestätzt du denn in Leverkusen? 1-0. Wer habe ich denn das gemacht, Freunde? Ich habe den, ich habe den erstellt und dann bei Hertha BSC reingemacht. Das habe ich. Ihr müsst ihn erst mal erstellen. Und dann eine ganz normale Karriere starten. Oh, er ist so wuselig. Guck mal, John, er hat sich auch so gemacht, Freunde. John hat sich so gemacht. Mir kommen die Tränen, die alle so zu sehen. Richard. Richard auch. Und Friede. Damals in Belgien, wo ich dich so auf einer Kante gesehen habe, irgendwo. Irgendwo auf der Straße habe ich das gesehen, dass du es kannst. Und Richard natürlich. Es wird passieren. Es wird passieren. Es wird passieren. Nichts gibt ihn gleich. Ich vergesse es nicht. Freunde, 2400 Teilnehmer. Gerade beim Giveaway. Es sind 22.000. Es ist umsonst, Freunde. Ihr könnt auch umsonst mitmachen. Ich will einen mit Illigella machen. Ich muss zur Trainerbank rennen. Illigella rennt zu Sebo danach. Das wäre was für die Geschäftsbücher. Das wäre was für die Geschäftsbücher. Ich habe mich gerade zehnmal versprochen. Egal. Das hat vielleicht niemand mitbekommen. Oh, Nana? Für die Geschichtsbücher. Oder Friede irgendwie. Ich bin so froh auf der Trainerbank. Steck ihm. Was? Ich muss die ganze Zeit diese epische Musik machen. Weil ich weiß. 60. Minute. Okay. Ja, wechsel da mal durch. Kannst du durchwechseln. Friede. Auf ihr die Geller. V, ihr Schiedsrichter. Du scheiß Knecht. 95. Oh, warte. Oh. Guck mal hier. Steck den Punne rein, John. Steck den Punne da rein. Schön. Gravenberg. Ey, das ist so eine Titeltruppe. Sie fühlen sich auch... Sie spielen von alleine, Freunde. Oh. Guck mal. Guck mal, wie verwuselt. Guckt euch den Mann an. Er ist so klein. Wie ein Wiesel. Wie so ein kleines, aufgewecktes Eichhörnchen. Das seine Nüsse sammelt. Auf ne Homo-Basis. Kessler. Kann gar nichts. Sei ich doch. Oh. Und jetzt hast du Rasen. Illegaler läuft ein. Friede läuft ein. Friede trifft. Legt nochmal rüber. Auf ihr, die Gäller. Nehm ihn dir. Nehm ihn dir. Der war durch. Foul. Ey, das ist so eklig, gegen Computer zu spielen. Weil du kannst so gar nicht diese Mindgames machen. So, denkst du, ich laufe jetzt nach links oder nach rechts. Weil die irgendwie voll komisch verteidigen. Was macht denn der Knecht? Ja, hier. Lass ihn durchlaufen. Toru. Guck mal hier. Guck mal hier. Was ist denn? Was ist denn los? Ohoho. Junge. Achso. Achso. Illegaler macht den Laufweg. Wunderbar. Wunderbar. Oh. Grafenberg. Einfach mal einen Toast mehr zum Frühstück fressen. Dann kommt der vielleicht auch mal an, der Scheiß-Dreckspass. Ja, spielen wir da auf Zeit. Die Messe ist gelesen. Nicht X drücken gleich. Nicht X. Trainier das Sydney weiter. Ja, mach ich ab nächster Saison. Freunde, mir kommen es... Schade, dass wir nicht im Olympiastadion die Meisterschaft feiern. Aber wir haben es geschafft. An die ganzen Hater. Die gesagt haben, du kannst keinen Karrieremodus. Bla, bla, bla. Ich hab's geschafft. Ohne... Das ist mein einziges Spiel, was ich gespielt habe. Das ist nur Management. Erfolgreiches Management. Gar nichts drücken. Ah ja, boah. Okay. Nichts drücken. Erfolgreiches Management. Markiert mich auf Instagram gleich, Freunde. Elegaler nimmt es noch ein. Ah, ne, macht alles gut. Tschüss, Risto. Umarmt euch, umarmt euch alle. Ich bin froh, euch kennengelernt zu haben. Jeden Einzelnen von euch. Jeden Einzelnen von euch. Ich bin froh, euch alle kennengelernt zu haben. Ich liebe euch. Das, was wir diese Saison erlebt haben, das erzähle ich noch meinen Großeltern. In 20 Jahren werden sie sagen, heute ist der Tag. Heute ist der Tag, an dem es passiert ist. Hertha BSC ist aufgestiegen. Wie damals der Tag, wo irgendwer mal gesagt hat, damals haben die ganzen Leute Millionen reingesteckt. Jordan als Kapitän geht voran. Holt sich die Schale, klatscht nochmal, Edi Gerd. Gib ihm einen Klaps auf den Po. Gib ihm einen Klaps auf den Po. Ich bin so froh, euch alle kennengelernt zu haben. Wir sind Meister, Freunde. Wir sind Meister. Und wir sind sportlich nicht nur erfolgreich gewesen. Menschlich habe ich die Männer auch super. Menschlich, Freunde. Menschlich. Die waren immer feiern. Die gehen immer noch feiern. Digga, was glaubt ihr, was heute im A2Aid abgehen wird? A2Aid. Wir haben alles gemietet. Eigenen DJ. Alles. Oh, ich wollte gerade was sagen. Das darf ich auch nicht sagen. Alles. Sie haben gesagt, wir können es nicht. Guckt euch Jordan an, wie er sich freut. Und Edi Gäller zusammen. Wie damals im E-Sport-Raum. Wie damals im E-Sport-Raum. Als wir irgendeine Eikin gezogen haben. Jordan, der Puller hängt da unten fast raus. Der musste sich den um den Oberschenkel wenden. Eich, Gäller, hat sich leider sagt er immer, dass er mindestens zwölf hat. Aber das glaubt keiner. Er duscht immer mit Unterhose. Die Sonne scheint. Die Vöglein switchern. Es ist einer der schönsten Tage. Macht Fotos. Markiert mich auf Instagram. Friede da. Friede mit Intus, Freunde. Und der Friede hat Intus mindestens zwei. Aber er kann damit mittlerweile spielen. Er kann damit spielen. Wir haben es geschafft. We did it. Wir sind es geworden. Wer hätte das gedacht, Freunde? Wer hätte das gedacht? Und ob wir jetzt nächste Saison absteigen oder aufsteigen können wir ja das? Wir sind nächstes Jahr in der Champions League. Ich gehe gegen die ganz Großen. Michael Preetz gibt mir die Hand. Ingo Schiller gibt mir die Hand. Ingo und Raphael. Es war mir immer ein Vergnügen. Die ganzen Leute, die in der Geschäftsstelle mich gehelten haben, immer gesagt haben, oh mein Gott, nee, der kann es gar nicht. Den gebe ich auch die Hand. Sebo Geller. Interview nach dem Spiel. Das passiert mir noch. Glückwunsch zur Meisterschaft. An letzten Spieltag hat es also geklappt. Ihr Kommentar dazu. Glückwunsch zum Meistertitel. Mein Dank für die Meisterschaft gilt der Mannschaft. Es gilt der Mannschaft. Ich bin so stolz auf Sie, Freunde. Wie eine Mutter, die ihr Kind zur Einschulung in die erste Klasse mit ihren scheiß Zuckertüten-Ding bringt. Warum hat Boyata keine Spielzeit? Kannst du mir nicht auf den Sack gehen? Was soll denn die Frage? Was soll die Frage denn? Geh mir nicht auf die Klöten. Wir sind Meister geworden. Glückwunsch zur Beziehung des fünften Spiel in Folge ohne Niederlage. Geht mir eben Ihr Kommentar dazu. Da kommt noch einiges. Mich interessiert nur der Titel. Das ist ganz allein der Verdienst der Mannschaft. Ich bin so stolz auf Sie, Freunde. Ich bin so stolz auf Sie. Vielen Dank, bitte. Keine weiteren Fragen. Wir wurden Meister in der dritten Saison. In der dritten Saison wurden wir Meister. Ich glaube es nicht. Es ist einer wirklich der schönsten Tage in meinem ganzen Leben. Wir haben We Did It. Ich losse mal das giveaway aus. Da kann ich noch ein bisschen besser eingehen. Also, alle nochmal mitmachen. So. Alle nochmal mitmachen. Danach sehe ich den Chat wieder. Hashtag Titel in den Chat. Ich verlose drei 20er PSN-Card, Leute. Ihr müsst ihn ein Like auf den Stream da lassen. Diesen YouTube-Kanal hier abonnieren. Sonst seid ihr gar nicht dabei. A666. Abdul. 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 Die haben zum Beispiel nicht abonniert. Und ihr bekommt den Code über Insta. Ihr müsst auch auf Insta folgen. Das ist mein Instagram-Kanal. Ja. Das ist mein My Instagram. Für die, die mich nicht kennen, gibt es bestimmt ein paar jetzt, die da sind. Ich bin E-Sportler bei Hertha und auch mittlerweile Content Creator bei Hertha, beides. Und ja, ich habe, sonst fällt mir irgendwie gerade nichts ein. Ich bin Meistertitel, habe Fallgeist Earnings. Kann ich auch flexen. Kann ich auch flexen mit. Ich gebe euch noch bis 23.42 Uhr Zeit, Freunde. Achso. 23.42 Uhr, danach können wir uns ein bisschen unterhalten. Das war einer der coolsten Films, die ich je hatte. Und jetzt kann ich endlich mal eine Pizza essen. Die ist schon so kalt, Digga. Aber na gut. E-Gerda for President. Es ist einer der allerschönsten Tage. Digga! Ich kann dir das Double holen. Was ist denn hier lustiger? Ich kann dir das Double holen. Leute, wir sind alle besoffen schon. Ich war mit den allen auf Mykonos. Dann habe ich einen Anruf von Ingo bekommen. Hör mal zu, wo seid ihr denn beim Training? Habe ich gesagt, hör mal zu Ingo, wir sind hier gerade. Auf Mykonos. Ich habe einen Sex on the Beach in der Hand. Was gibt's? Na, sehr boh, wir spielen übermorgen im Finale. Habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, Freunde. So, wie es ist? Ich kann hier das Double holen. Ich kann das Double holen. Wie gehen sie mit der Müdigkeit um? Digga, die sind so müde wie wir. Vielleicht sind wir zu müde. Wir haben uns auf das Spiel hart erkämpft. Aber das simuliere ich, Freunde. Beeinflusst der jüngste Sieg, die Jungs haben klasse gespielt. Wir werden die 5-0 wegklatschen. Wir können noch mehr. Bin dabei. Was ist denn das für eine loste Scheiße? Digga, Hilfe. Achso. Das wusste ich gar nicht. Ohne viel reden. In Berlin sogar. Ich sage euch mit Ansage 5-0. Oder wir werden safe gewinnen. Wir sind so krass. 4-0, Digga. Wir sind so gut. Wir sind so gut. Ich weiß nicht, ich habe so Selbstbewusstsein. Das ist die coolste Mannschaft im ganzen Spiel. Im ganzen Spiel ist das die coolste Mannschaft. Mit den geilsten Weibern. Mit den größten Pullermännern. Mit den coolsten Musikgeschmack. Friede trifft. Iggy Geller trifft. Digga, das ist der Wahnsinn. Hast du dir gerade in Berlin das Finale... Ja, habe ich doch gesagt. Sogar in Berlin. Wir spielen sogar heim. Freunde. Was soll ich euch erzählen? Es ist die Saison... Wir haben alles geholt, was wir holen konnten. Wir sind nächstes Jahr in der Champions League. Wir haben alles geholt, was wir holen konnten. Nicht gegen Frankfurt. Digga, wir sind so unaufhaltsam. Wir sind so unaufhaltsam. Leverkusen hat sogar verloren. Ne, doch nicht. DFB-Vokalwinner. Mit Elie Geller da. Guck ihn dir an. Sebo Geller und Elie Geller. Sebo Geller und Elie Geller. Das ist einer der coolsten Tage. Es ist 8 und Elie Geller holt sich schon wieder den goldenen Schuh. Bin auf Transferphase gespannt. Digga, ich muss noch so kranke Angebote haben. An sich. Wir losen jetzt aus, Freunde. Wir losen das Giveaway aus. Ich gebe euch noch 15 Sekunden. Ich vergesse es die ganze Zeit. Hashtag Titel in den Chat. YouTube-Kanal abonnieren. Instagram-Kanal von mir abonnieren. Dann seid ihr dabei. Würde mir übrigens auch einen Gefallen tun, wenn ihr der Hertha E-Sport-Seite folgt. Da ich jetzt Content-Creator bin, ist es auch für mich persönlich wichtig, dass die Seite hier ein bisschen Reichweite bekommt. Ich werde die Seite ein bisschen unter die Fittiche nehmen, damit ihr mal ein bisschen Schwung reinkommt. Ich werde das Zepter da in die Hand nehmen. Der hat jetzt schon 17.000 Abonnenten. Aber ich würde sagen, die 20k-Freunde kann man da schon mal voll machen. Ich werde da mir lustige Sachen überlegen. Die Arsch... Oh, das ist doch ja. Die... Boah. Jetzt habe ich so brennen. Die Arschis posten immer so cringe Sachen von mir. Das ist ganz cringe. Das war auch schon sehr cringe. Guckt euch das an. Die machen das mit Absicht, Digga. Warum postet man sowas? Die Arschis. Ellen. Ja, 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 ja. Das ist natürlich ganz cool. 200.000 auf YouTube. Wann waren das? 20. April, Louis. 20. April. Wie viel ist das heute? Vor 4 Monaten. Wir haben in 4 Monaten 76.000 Abonnenten gemacht. Ja, 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 Freunde. Hier schon mal so... Weiß nicht. Kann man auf jeden Fall ein Follower lassen. Würde mich freuen. So, wir losen jetzt aus. Meine Fresse. Ey, die Gelle, halt's Maul und los aus. Roll it. Norman Gerson ist der erste Gewinner. Warte ganz kurz, Norman. Schreib bitte deinen Instagram-Namen in den Chat. Wir müssen jetzt warten, bis der immer reingeschrieben hat. Freunde, sollen wir Fallgeist spielen? Auf entspannt ein bisschen? Mit Friede? Ein bisschen labern? Weil jetzt möchte ich ungern in die neue Saison starten nach der Euphorie. Das kann ich jetzt gut abhaken. Und dann können wir nächste... Wann hab ich denn? Mittwoch den nächsten... Also ich bleib noch online. Aber... Wir können... Komm mir gleich. Streamst du, Friede? Norman, du hast noch 30 Sekunden, um reinzuschreiben. Er hat noch nicht reingeschrieben, Freunde. Ihr könnt noch weiter rein spammen. Ich lese mal Sub und Spenden. Moritz mit 2 Euro. FakeTube mit einem Sub. Franz mit einem Sub. Manu mit 2 Euro. Equa mit einem 2 Euro. Tut mir leid, falls ich spende nicht vor. Aber jetzt sehe ich wieder alles, Freunde. Ich lese halt irgendwie nicht, was das für Subs waren. Hier, FakeTube mit einem Ehrenmann-Sub. Kuss geht raus für die Subs. Hat er reingeschrieben? Digga, er hat nicht reingeschrieben. Gut. Dann gibt es den nächsten. 3, 2, 1, go. Pingual 05. Ich hoffe, du bist da. Du hast jetzt 1,5 Minuten, um in den Chat reinzuschreiben. Pingual 05. Ich mach mal Musik an. Dann gehe ich mal zufolge, Freunde. Obwohl, Friede, bist du schon wieder in der Endenstadt? Bist du schon wieder in der Endenstadt, Friede? Nee, warte mal, 15 Minuten. Wow, das ist ja. Er kommt in 15 Minuten. Digga, die ganzen Gewinner sind jetzt nicht da, oder was? Pinguual 05. Ich verstehe es aber nicht, warum man mit nach dem Giveaway und dann rausgeht, bevor ich ausgelost habe. Das ist echt lockt, Freunde. Wie steht es bei den Clippers? Sechs Punkte vor. Digga, viertes Viertel sind erst. Obwohl. Ja, okay. Aber ist nicht so safe, wie die meisten gedacht haben. Zeig mal Spielerstatistiken. Digga, Luca schon wieder mit 34 Punkten. Digga, der Typ ist so geisteskrank. Der Typ ist so heftig. Nachher Nuggets, Freunde, gönne ich mir auch. Ach so. Swabby mit einem Sack. Kuss geht raus, Swabby. Er hat auch nicht eingeschrieben. Roll it. Nächster. Memok. Mit einem. Du bist der nächste Gewinner, mein Freund. Ich hoffe, dass du jetzt gewonnen hast. Das nervt mich nämlich auch gerade, muss ich ehrlich sagen. Das ist einer der schönsten Tage in meinem Leben, Freunde. Das geht in die Geschichtsbüche ein. Ich werde so ein geiles Video daraus machen. Vom erst Dienstag. Beziehungsweise Atta. Atta muss daraus ein Video machen. Ich kann daraus gar nichts machen. Für mir Preisgeld. Ja, ja. Alles simulieren. Follows. Vor allem, ich kann die Follows auch nicht mal richtig vorlesen, weil so viele reinkommen wegen dem Giveaway. Swabby mit einem Zapf. Also, Leute, ich sage es immer wieder. Es werden gerade drei Gewinner gesucht. Es werden gerade drei Gewinner gesucht. Ihr könnt 20er PSN Card gewinnen. Also, Wert von 60 Euro. Borussia Dortmund gewinnt die UEFA Euro League. Loy. Aber ihr müsst schon da sein, Freunde. Okay, der erste hat geschrieben. Memo ist der erste Gewinner. Memo ist der erste Gewinner. Hashtag Titel in den Chat. YouTube-Kanal abonnieren. Like auf dem Stream da lassen. So. Der nächste ist Yannick FIFA. Yannick FIFA, schreib bitte deinen Instagram-Namen in den Chat. Erster Gewinner ist fertig. Mann. Ich versuche nur noch die zwei, Freunde, weil sonst ich muss auf den Dings da gucken. Hast du NBA Game Pass? Nee. Es gibt so eine Seite. Und ich gucke, wenn DAZN macht, dann gucke ich mir das da an. Aber NBA macht echt Bock zu gucken, Freunde, muss ich sagen. Weil besonders, wenn man so Fantasy-Liga am Start hat. Dann macht es sehr, sehr Bock. Ich gebe euch nicht mehr daran. Derjenige hat noch 25 Sekunden. Einen Gewinner gibt es erst. Vor allen Dingen 5000 Teilnehmer. Und ich kriege die ganze Zeit einen, der nicht seinen Namen reinschreibt. Ohne Sinn. Das ist halt das Problem, wenn man so lange ein Gewinner macht. Man muss eigentlich so kurz knackig, aber es lohnt sich dann nicht. Eine Minute, 30. Eine Minute, 30. Write your name rein. Wenn er reinschreibt, Freunde, dann kommt es hier. Dann wird es hier gezeigt. Noch 5 Sekunden. Okay, auch nicht. Daniel Luke. Du bist der letzte, mein Freund. Daniel Luke. Tut mir leid. Aber ich habe jetzt hier 6 oder so gemacht. Einer war nur da. In die Gelle, was ist dein Lieblingsmusiker? Mein Lieblingsmusiker ist Drake. Würde ich sagen. Manchester City hat die Champions League geholt, Leute. Drake ist mein Lieblingsrapper, Freunde. Und Sänger generell. Ich feiere auch Travis Scott. Deutschrap, würde ich sagen. Casey Rebel. Summerjam feiere ich. Aber Deutschrap, Freunde, momentan ist nicht so meins. Muss ich ganz klar sagen. Ich finde, jetzt werden mich auch ein paar haten. Aber meiner Meinung nach droppen die so komische Sachen momentan. Aber was soll man machen? So spielt das Leben halt, ne? Bla, bla, bla. Spielerverträge laufen weiter. Ablösefreie Spieler. Aber wir gehen ja gleich zum Folgen. Ich möchte gar keine neuen holen, muss ich ganz ehrlich sagen. Eli Geller hat 96. Dembele 90. Friede 74. Digga, das ist so der Wahnsinn. Hat er reingeschrieben. Er hat noch 15 Sekunden. Phönix mit 5 Euro. Du bist lost. Pingual hat zweimal reingeschrieben. Nein, hat er nicht. Dann war es ja jemand anderes. Du bist lost. Mit 5 Euro. Weil der Nightbot erfasst die Nachricht. Wenn jemand hier gewinnt, dann nennen sich ja alle so um. Du Klugscheißer. Und nur dieser YouTube-Kanal. Wenn der reinschreibt, dann erkennt es der Nightbot. Und er schreibt es hier rein. Das hat ja beim anderen auch funktioniert. Hier funktioniert es nicht. Weil die Leute sehen ja dann, welcher Kanal gewonnen hat. Und du kannst dich dann so ähnlich nennen. Oder fast genauso. Ich glaube sogar, du kannst dich so nennen. Aber der richtige Kanal wird nur vom Nightbot rausgesucht. Gut, Freunde. Jetzt hat sich niemand gemeldet. Es gibt einen Gewinner. Perfekt. Dafür kann ich auch nichts. Das ist halt das Problem. Ich muss mal wirklich nur Sub-Give-Ray machen. Weil die sind dann halt da. Aber was soll ich erzählen? Tut mir leid an alle, die mitgemacht haben. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ja. Friede, Spieler des Monats. Was redest du? Friede, Spieler des Monats. Ich kriege einen Anfall. Ich kriege einen Anfall. Unterschlicht. Vor Indie, Geller. Ich mach dich nicht nur zu einem besseren Spieler, Friede. Ich mach dich auch zu einem besseren Menschen. Und deswegen hast du dir diesen Pokal verdient. Stell ihn dir hin. Kannst du dir einen Streaming-Hintergrund machen. Ich bin stolz auf dich. Auf freundschaftlicher Ebene. Aber auch geschäftlich gesehen. Digger. Spieler des Monats. Sydney, Friede. Klatsch, den Titel geklärt. Wow, Digger. Guck mal hier. Nein, das ist gerade weggegangen. Ich hab, da stand, Freunde. 234 Story-Erwähnungen. Perfekt. Hab man das noch gesehen, wer? Mit einer 73 holt er sich den Pott. Mit einer 73, Freunde. Manchmal ein letztes. Mach nochmal ein letztes für Subs. Ja, okay, stimmt. Das können wir machen. Okay, alle Subs nochmal reinschreiben. Hashtag, ähm, Hashtag, anderes Wort. Hashtag Titel. Ne, Hashtag, perfekt. Ah, fuck, jetzt hab ich mich schon wieder versprochen. Hashtag, Hashtag, Hashtag Asho in den Chat. An die Subs. Dann kann ich hier nochmal ein Sub-Gefur hier rauskloppen. Hashtag, Hashtag Asho in den Chat. YouTube-Kanal abonnieren. Like auf uns niederlassen. Ihr habt wahrscheinlich den Kanal abonniert, wenn ihr Sub seid, ne? Und bei Insta folgen. Perfekt. Hashtag, Hashtag Asho. Hashtag Asho. Danke, 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 danke. Wir warten aber nicht so lang, Freunde, dann hier. Oh, Nita. Wir warten so 30 Sekunden. Wir können jetzt schon mal rüber. Ich muss erst mal speichern. Achso. Wir können jetzt schon mal rüber zu Fallgeist. Wir spielen noch so ein bisschen, Freunde, eine Stunde oder so mit Friede Fallgeist. Er hatte gerade ein Spiel. Könnt ihr nochmal ein paar Fragen stellen. Kann ich ein bisschen auf den Chat besser eingehen. Mario mit nem Sub. Berkay mit nem Sub. Niklas Hack mit nem Sub. 30 Sekunden wahrscheinlich. Was denn? Was hab ich gesagt? Okay, wir losen den Gewinner aus. Gewonnen hat Perser, kein Perser. Perser, kein Perser. Du hast gewonnen, my friend. Schreib deinen Instagram-Namen in den Chat. Ja, guck. Guck. Wenn er Hashtag Asho reinschreibt, die Nachricht wird die ganze Zeit hier angezeigt. Die Leute, die gewinnen, die machen... Wenn jemand da reinschreibt, dann kommt direkt der Name. Achso. Ja. Ich mach mal den Ding hier weg, weil sonst nennen sich ganz viele so bei Instagram. Na, wohl. Achso. Ich hab's ja, danke. Du musst den Namen genau richtig aufschreiben. Dein Instagram. Perser, kein Perser. Da haben wir. Okay. I have. I do a yes. I have. Digga, wie viele Sub sind die gerade reingekommen? Miro mit nem Sub. Arzoff mit nem Sub. Kuna mit nem Sub. Mario mit nem Sub. Kuss geht raus für die ganzen Subs. Ähm... So, Freunde. Jetzt haben wir das GG. Das waren die Giveaways. Sub-Giveaways so gut. Ja, aber... Weißt du, was bei mir immer so das Problem ist? Mir tun die Leute leid, die kein Geld haben oder ausgeben wollen, was auch okay ist, für... ähm... Für nen Sub und trotzdem gerne in den Chat reinschreiben wollen. oder halt mal ein Giveaway gewinnen. Aber das funktioniert irgendwann nicht mehr. Weil, wenn ich jetzt nen Chat aufmache, dann kann ich die Nachrichten nicht mehr lesen. Und das ist dann auch scheiße für euch und für den Stream. Endlich bin ich auch Sub. Ach so, jetzt weiß ich, warum ich so viele Subs bekommen habe. Weil ich nen Sub give away gemacht habe. Ach so. Ich wundere, bist du... Hä? Warum habe ich so viele Subs? Ich habe gerade, Chat, jetzt wird mir einiges klar. Ich habe gerade in den letzten drei Minuten... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn Subs bekommen. Perfekt. In den letzten drei Minuten und hab grad gespuckt. Wie los ist das denn? Er findet auch so. Perfekt. Morgen wird's nen Twitch-Team geben, Freunde. Ach so. Julian Blume mit nem Sub. Kuss geht raus. Morgen wird's nen Twitch-Team geben. Da haben wir gestern die 100k geknackt. Kuss geht raus nochmal. Dafür. Also ich stream wirklich jeden Tag, Freunde. Außer Dienstag. Gibt's immer jedes Mal einen Stream. Ihr könnt hier, wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr hier gerne nen Sub dalassen. Oder auch so. Ich lese das jetzt hier auch im Stream. Also es wird auch angezeigt. 200 IQ auf YouTube Werbung machen für Twitch. Ja. Aber ist so. Ich streame viermal die Woche auf Twitch mittlerweile. Und wenn FIFA 21 rauskommt, dann geht's halt auch richtig ab, Freunde. Wieder Plus gemacht durch die Subs. Geht, Freunde. Ihr unterschätzt es ein bisschen. Oder überschätzt es. Diese ganzen Subs grad waren so... Also ich weiß nicht, was das für Subs waren. Es gibt ja unterschiedliche Stufen bei mir. Aber diese Steuern, Freunde. Und YouTube zieht sich ja auch noch was ab. Das ist so krass. Das ist der Wahnsinn. Natürlich bekomme ich immer noch sehr viel Geld. Aber ihr müsst... Viele verstehen das nicht. Alle rechnen so. Ein Sub kostet 5 Euro. Sagen wir jetzt mal, irgendjemand hat 10.000 Subs. Und ein Sub kostet 5 Euro. Dann denkst du, oh, derjenige kriegt 50.000. Das stimmt nicht. Von diesen 5 Euro kriegst du ungefähr 3,50 Euro. Kommt drauf an, was du für einen Vertrag hast. Sagen wir, du kriegst dann 35.000 Euro. Sozusagen. Und von diesen 35.000 Euro musst du nochmal die Hälfte abziehen. Und das sind dann... Perfekt. 17.500 Euro. Also viele versteht es nicht. Manche denken, oh, er kriegt 50.000. Aber von den 50.000 bekommt er nur 17.500. Damit ihr das mal gehört habt. Achso. Are you gay mit einem Sub? Kuss. Fünfer von Daniel Lloyd. Dankeschön. Kostet nicht 99 Cent. Was denn? Hier? Ich glaube nicht. Ich glaube, das günstigste hier ist 2 Euro. Achso. Lamas mit einem Sub auf Twitch. Umberto mit 3 Euro. Du hast vergessen, deine Karriere abzuspeichern, bevor du die Anwendung geschlossen hast. Oh nie. Nein, nein, ich habe das gespeichert. Rosen sind rot. Illigella hat recht. Aber du scheiß Knecht. Ich habe gespeichert, oder, Chad? Klippers führen. Ehre. Habe ich gespeichert? Ich habe es selbst gespeichert. Ich kann mich daran erinnern. Oh nie, da. Achso. Lest die Nachricht mal von Daniel Spender. Daniel, Daniel, Daniel. Digi, ich habe 3 mal meinen Namen reingeschrieben. Das kann nicht sein, my friend. Das hat dann... Du hast es ja selber gesehen. Ich weiß nicht, ob da irgendwas rumgebackt hat, aber wenn ich was gelernt habe, dass ich dann irgendwelchen Leuten auch nicht mehr so vertraue, die ich nicht kenne. Also es tut mir wirklich leid, wenn es nicht funktioniert hat, aber eigentlich macht der Nightbot immer alles richtig. Wenn du was reinschreibst, dann sieht man die Nachricht. Du hast es ja gesehen, bei den anderen er hat reingeschrieben und die Nachricht wurde direkt angezeigt. Kari mit einem Follow. Kursi mit einem Sub. Achso. Ich will das auch mal spielen. Ja, das ist schön, wenn du das willst. Wir müssen jetzt hier eine Runde auf Sydney warten, Freunde. Sydney kommt gleich online, dann spielen wir noch so eine Stunde vorgeheizt ungefähr. Auf ganz entspannt. Das ist ein Faker Nightbot, hat da nichts gehabt. Ja, aber der Faker hat 5 Euro gespendet. Achso. Ich weiß nicht, ich möchte so Leuten nichts unterstellen. Noah mit einem Follow. Timmy, let's play mit einem Resub im dritten Monat auf Twitch. Dankeschön, mein Freund. Jonas mit einem Sub auf Twitch. Kurs geht raus. Achso. Zeigt NBA, zeigt DAZN, was heute... Ja, DAZN zeigt NBA. Aber ich weiß nicht, die zeigen nicht alle Spiele. Ich weiß nicht, ob die heute eins zeigen. Die machen meistens das 3 Uhr Nacht Spiel. Meistens zeigen sie das 3 Uhr Nacht Spiel. Ey, Freunde, wie krass läuft das momentan so? Vollgeist. FIFA. Karriere so. Eigene Marke. Neues Auto. Also momentan, ich schwöre, das ist voll krass so zu hören und meinen Weird Talk so zu haben. Für viele ist FIFA 20... Äh, FIFA 20. Das Jahr 2020. Das schlechteste Jahr oder das schlimmste Jahr ihres Lebens, Digga, für mich ist es das mit Abstand beste Jahr, ne? Das ist Kacke mit Corona und alles. Aber so, was... Wie so... Was ich so in diesem Jahr, so was mir so widerfahren ist in diesem Jahr, das war mit Abstand das beste Jahr, was ich hier hatte. Wenn die PS5 rauskommt, dann bekomme ich deine PS4. Ja, wenn du willst. Titel ändern. Ähm... Ja, du hast recht. Ähm... Kennst du Familie Immascha? Ne, kenn ich nicht. Moin Indi, kannst mich grüßen? Pascal, ich grüße dich, mein Freund. Ich hab heute endlich meinen ersten Fallgeist-Bunker geworfen. Warum setzt jetzt der Bunker wieder auf? No, no. Rubinho mit einem VIP-Sub. Kurz geht raus. So, los. Was hab ich denn geschrieben? Fallgeist... FIFA 20. Fallgeist mit Sitten im Frieden. Nein, ich hab geschrieben. FIFA 20. Oh Mann, oh Mann. Ja, okay. Mein Gott. Ja, hier. Ich hab das mit 80 gemacht. Hier. Hier, jetzt. Schnell wieder rein in den Bunker. So, ich hab's hinbekommen. Fallgeist mit Friede auf entspannt. Bump. Ohne Smiley. Perfekt. Hey, ich hau hier einen Smiley rein, Digga. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Ausgeschieden. Ähm... Ach so. Einfügen. Bob. Bunker offen. Wenn ich den Bunker aufmache, Freunde... Absicht. Doch, doch. Das war Absicht. Wenn ich den Bunker aufmache, dann sehe ich den Chat leider nicht. Guck mal, ich kann die Nachrichten nicht lesen. Du solltest einen Schal für Kopf in der Marktlücke. Bunker ist offen. Bunker ist jetzt zu. 22.000 Zuschauerfolgen gewesen, Digga. Das ist ja... Kann man ja niemandem erzählen. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Machen Cam unten rechts. Ach ja. Camrahmen. Zack. Unten links, dachte ich. Oder unten rechts. Wir machen mal unten rechts. Wieso kann ich denn die Emotes nicht benutzen? Das muss gehen, my friend. Freunde, wir bleiben jetzt noch auf entspannt. Eine Stunde mit Friede online ungefähr. Ähm... Wenn der Knecht mal kommen würde. Ich ruf den jetzt an. Pissgesicht. Noch ein bisschen reden und so. Weil ich möchte jetzt nicht die neue Saison starten, so mittendrin. Weil wir haben die jetzt beendet und das ist stabil. Diesmal... Also, Alpa, Alay mit nem Sub. Turbinio mit nem Sub. Kurs geht raus für die Subs. Jakob mit nem Follow. It's Wakes mit nem Follow. Timo, The Big One Happens. Und AbiTV auch mit nem Follow. Danke für die Follows, Freunde. Ich weiß... Ich glaub, wir haben so viele Follows heute gemacht. Ähm... Übrigens, neuer Batman-Trailer. Digga, die Stimme vom neuen Batman ist so lost. Das ist so schlimm. Habt ihr das schon gesehen, Chat? So traurig. Fast 1000 neue Follows haben wir bekommen. Edi, bleib so, wie du bist. Mach weiter so. Bist du auf nem guten Weg. Kurs geht raus. Edi, danke für die nicen Streams. Hast alles verdient, was du dieses Jahr erfahren hast. Dankeschön, mein Freund. Edi, bei Kaufland sind schon... Speck... Tag... Speck... Digga, die... Wo ist die Nachricht? Also... Warte mal, ich muss jetzt hier... Ich muss hier kurz weiterkommen, Freunde. Edi, Galatten-Riescher. Ich bin der Einzige hier, der Vollgas-Earnings hat. Safe. Von diesen scheiß 43 Leuten. Annelies, qualifizier'n sich 43. Du musst auch selbstbewusst spielen, mein Freund. Du musst selbstbewusst auch so spielen. Ja, okay. Quatsch mit Soße. Quatsch mit Soße. Aufstehen, hinfallen, Krone richten, weiterlaufen. Was? Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Durchwuseln. Durchgewuselt. Wie findest du, Naruto? Freunde, Sydney sagt die ganze Zeit, ich soll mit Death Note anfangen. Friede sagt die ganze Zeit, ich soll Death Note anfangen. Ich bin nie wieder freiwillig Kreisliga. Hast du dir wehgetan? Ich hab mir da das Treuzmann gerissen. Du bist ein ganz großer Kuss. Edi, du hast letztens den Haupt... Ge... Hauptgreifenden Level... Ge... Was? Lipstick, Illigella ist der allerechte Kuss. Du hast den besten Skin. Dankeschön. Freunde, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr jetzt reinschreiben. Ich bin jetzt jetzt zur Real Talk Basis. David mit einem Follow, Daniel mit einem Follow, Sharky mit einem Follow, Jakob mit einem Follow. Death Note zu krass. Ja, aber die, wo ich mag nicht, ähm, Dingster. Ich mag eigentlich so mehr mit echten Menschen. So Anime ist cool, so manche Dinge. One Piece und, ähm, Dragonborn und sowas. Aber so, keine Ahnung. Achso. Ich kann mich da mit nicht irgendwie so krass identifizieren. Furka mit einem Sub. Du bist der beste Trainer der Geschichte. Dankeschön. Bei wie vielen Wins stehst du? Ich stehe sechs, glaube ich. Sechs Stück. Aber ich spiele auch immer nur on-stream. Ich bin auch nicht so gut im Follow-Guys, Freunde. Aber ich habe schon Earnings. Was wollt ihr mir erzählen? Ich bin ein engagierter junger Mann. Ich bin so engagiert. Und hier könnt ihr jetzt was lernen. Ich habe mir ein paar Tutorials angeguckt. Guckt jetzt. Wenn es das ist, das Spiel. Ah, ne, das ist es nicht wahr. Oder? Ne, ne. Oh. 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 Lauf ab, PC. Oh, es kommt ein Nieser. Ey, ich feiere Niesen aber so krass, ne? Also dieses Gefühl. Ne Homo. Dieses Gefühl, ich feiere Niesen so doll. Fühlt ihr mich, Chat, oder fühlt ihr mich nicht? Eins in den Chat für ja, zwei in den Chat für halt die Fresse. Hunter und Hunter, auch sehr gut. Wer würdest du sagen, ist nach dir der beste FIFA-Streamer aus Deutschland? Nach mir. Gibt viele gute, Freunde. Wer ist denn eurer Meinung nach? Jetzt mal Real Talk. Wer ist eurer Meinung nach der beste FIFA-Streamer im deutschsprachigen Bereich? Ich bin nicht so böse, wenn ihr jemand anderes reinschreibt als mich. Ich möchte nur mal, mich würde mal interessieren, was ihr schreibt. Tut oft weh. Niesen tut doch nicht weh. Also ich gucke die Streams von der Crew. Aber mittlerweile, früher, Freunde, ich gucke jetzt mittlerweile gar keine Streams mehr. Also ich weiß es nicht mal. Ich weiß nicht, was die anderen so machen. Früher, bevor ich so richtig viel gestreamt habe, habe ich mir öfter Streams angehört. Jetzt gucke ich mir gar keine Streams mehr an. Weil, Freunde, du bist froh, wenn du so... Ich nehme, ihr müsst euch das vorstellen. Warte ganz kurz, ich gucke nicht in den Chat. Ihr könnt es gleich alles rein schreiben. Ihr müsst euch vorstellen. Wenn ihr streamt, du musst ja Videos aufnehmen. Da musst du Content planen. Du musst da und da hinfahren. Also in meiner Situation. Ich habe so wenig Zeit, wirklich jetzt. Und da gucke ich, wenn ich so nichts mit meinem Social-Media-Kram zu tun habe, dann feiere ich das und dann gucke ich mir keine Streams an. Wisst ihr, was ich meine? Okay, jetzt schreibt mal rein. Welche Streamer feiert ihr noch so? Oder, also eure... Wer glaubt ihr ist der beste deutsche FIFA-Streamer momentan? Meiner, der kann sich ja nicht hingucken. Ich weiß, dass ihr da einen Trick nach dem anderen rauskloppt. So Gameplay-Technisch feiere ich Pro uns auch richtig krass in den Streams. Broski und du? Gruß. Du bist der beste Streamer momentan? Dankeschön. FIFA Gaming? Ja, ja. FIFA Gaming. Geh mir deinen Schwanz. Geh mir deinen Schwanz. Mann, Digga. Ich fliege hier immer raus, ne, in den Game. Du scheiß Tomate. Was? Warte ganz kurz, ich muss es hier organisieren. Gib ihn mir. Renn weg. Was? Ich finde es so schwer, wenn man einen Schwanz erobert hat. Gib ihn mir. Und ich fliege hier immer raus in den Spiel. Haben böse einen Sitzen. Perfekt. Erne und du. Dankeschön. Nach dir, Erne. Du bist nicht nur der beste Trainer der Geschichte, sondern auch der beste YouTuber. Welche Serien... Okay, dann habe ich mal, also die meisten sagen so die Crew halt, ne, und ich. Und... Also es gibt viele Meinungen, Freunde. Was soll ich euch erzählen? Was soll ich euch erzählen? Viele Meinungen. Ich glaube, so pauschal kann man das nicht sagen. Ehe die werden Subs automatisch verlängert? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube... Wird es Chat? Musst du mal den Chat fragen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, es kommt drauf an, wie du bezahlt hast. Also über Paypal oder über irgendwas anderes. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ja, werden. Nein. Ja, bei mir zum Beispiel. Ich weiß noch, ich bin bei Divo-Sub und ich bin bei... Ich bin überall Sub. Ich bin... Also bei YouTube bin ich bei jedem Sub eigentlich. Bei, ähm... Oder? Auf YouTube bin ich auf jeden Fall bei Divo-Sub, bei Wake-Sub, bei Broski-Sub, bei den Teezy-Sub. Und bei irgendeinem von denen wurde der Sub nicht verlängert. Und bei den anderen wird es immer automatisch verlängert. Ja? Das ist ja eine Abo-Falle. Das ist ja hier eine Abo-Falle des Grauens. Resub wird aber nicht angezeigt. Ich... Wirklich, ja? Auf YouTube nicht? Ja, das ist kacke, Digga. Es wird nicht angezeigt, aber ich sehe das an den Emotes, wie lange hier schon jemand dabei ist. Kevin mit einem Euro. Ich kann auf alles schwören, ohne zu schleim oder so, aber du bist der beste Spieler, weil nicht oft... Weil du nicht so auf deine Fans scheiß und wohnständig bist. Thanks, man. Dankeschön, Kevin, my friend. Firebird. Jonas mit einem Follow. Seppi mit zwei Euro. FIFA Gaming. Bester Mann. Marcel mit einem Follow. Johan mit einem Follow. Victor mit einem Sub. Alpa mit zwei Euro. Zack. Sidney. Er soll sich seine Augenbrauen zucken. Zack, Sidney, er soll seine Augenbrauen zucken. Ja, der Mann hat gerade ganz andere Probleme, glaube ich. Denn die Jock ist, glaube ich, nicht so sehr. Ja, ich hasse dieses Spiel. Es ist voll schwer, auf den Chat gerade einzugehen und dabei hier so, ne? Ach, schließt. Nein, ist schwer. Bsc97 mit einem Sub. Ich kann euch auch noch eins sagen, Freunde, mir tut es immer wieder leid, wenn ich Nachrichten lese bei Instagram. Also, ihr könnt nicht erwarten, dass ich so bei Insta mit jedem schreibe und erst recht erwartet, bitte nicht, wenn ich euch einmal geantwortet habe bei Insta, dass ich immer so mit euch schreiben kann. Das ist wirklich nicht so der Fall. Soweit ich einmal bei euch geantwortet habe, es kommt nicht oft vor, dass ich bei jemandem nochmal antworte, weil einfach so viele Leute schreiben. Aber es tut mir immer so weh, wenn dann so Leute schreiben, ja, du bist der Beste und durch dich habe ich eine schwere Phase überstanden und ich habe dir so und so viel Geld gespendet und ich supporte dich schon seit dann und dann. Digga, und dann lese ich die Nachricht und der hat mir davor schon 20 Mal geschrieben und immer so auch nette Nachrichten und dann denke ich mir immer, Junge, du scheiß Knecht, das ist eigentlich nur eine Nachricht, aber ihr müsst es so sehen, Leute, für mich ist es nicht eine Nachricht kurz mal. Es ist für euch, ihr denkt so, hey, antworte mir doch mal, das ist doch nur eine kleine Nachricht. Digga, ich kann euch eins sagen, Freunde, das ist jedes Mal, wenn ich bei jemandem raufgehe auf die DMs, antworte ich. Es ist halt schwer, dass ich da, es ist sehr zufällig, dass ich auf eure Nachricht klicke, aber bei jedem, wo ich raufklicke, da antworte ich auch immer, außer es sind Drecksnachrichten. Aber sonst antworte ich immer, immer, immer und das kann ich so sagen, das machen nicht so viele und da bin ich auch stolz drauf, aber seid mir nicht böse, wenn ich nicht antworte. Was ich auch immer versuche, ist die Kommentare zu liken, bei meinen neuen Bildern, das ist so, das versuche ich die ganze Zeit zu machen, aber das ist mittlerweile auch schwer. Wenn ich eine Stunde, nachdem ich das gepostet habe, nicht auf mein Handy gucke, dann sind schon mal so viele Nachrichten weg, aber es ist einfacher, also da seht ihr, dass ich wenigstens versuche, was zu machen, ich versuche von jedem die Kommentare zu liken, ist aber auch nicht so einfach, aber ich versuche es wenigstens, Freunde. Sandra mit einem Euro, ich liebe dich, Eli, Sandra, können wir uns mal treffen. Lul? So viel dazu. Und dann denkst du, Junge, du scheiß Knecht. Was denn jetzt? Digga, ich gucke ganz Zeit im Chat und deswegen verkacke ich hier. Wusel dich jetzt hier mal durch, Eli Gäller. Durchgewuselt. Mit dem 40. Eli, Junge, was machst du? Geh mal zum Ziel. Ich bin drin, Freunde. Wann bist du mal in Köln? Würde ich so viel bezahlen, um dich mal zu sehen. In Köln bin ich sogar, wenn ich in Deutschland, ich bin in drei Städte meist, in vier. Ich bin oft, also wenn ich irgendwo bin in Deutschland, dann bin ich oft in Köln, Düsseldorf und München. Das sind so die E-Sport-Städte, wo meistens so Events sind und sowas. Dibo mit einem Sub. Gruß. Kommen wir gerade nach Hause, habt ihr am Club durch die Schreibe und Niklas Sommer gesehen. Das kann gut sein, mein Freund. Hast du die Aktion mit der Crew mitbekommen plus Meinung? Habe ich mitbekommen, Freunde. Habe auch schon meine Meinung dazu gesagt. Äh, ich möchte da jetzt, was soll ich dazu sagen? Ja, paar fanden es nicht so gut, manche haben es falsch verstanden, manche haben es nicht so schlimm gefunden, aber ja, weiß nicht. Ich dachte gestern, wirklich, ich habe das gestern ganz gut, heute früh habe ich das erst mitbekommen, dass sie so einigermaßen Hate abbekommen haben. Ähm, deswegen, ja, aber ich finde es jetzt nicht, also es ist jetzt kein Grund davon, da gibt es schon, da gibt es tausendmal schlimmere Sachen, was so ein paar YouTuber abgezogen haben. Also da, das finde ich sehr harmlos noch, wollten halt einen Joke machen, der halt nicht so gut angenommen wurde. Klar kann ich die Leute verstehen, die sich da freigenommen haben extra, um da den Stream zu sehen. Aber ihr müsst wissen, ich bin auch sehr gut mit einem von der Crew und ich habe noch nicht mit denen geredet, so, aber, oh ja, ich habe, oh Digga, was war das denn? Ich habe noch nicht mit denen geredet, aber das sind alles super Typen, Freunde, könnt ihr mir glauben, sehr korrekt alle, springen da hoch, my friend, dankeschön. Oh, guckt jetzt, guckt jetzt diesen Cheat an. Und ihr da, ist gut. Ah ja, und wenn ihr jetzt denkt, ihr habt schon genug gesehen, ihr habt schon alles gesehen im Leben, dann guckt mal jetzt. Ja, ne, also, das sind alles korrekte Typen, Freunde, vielleicht war da mal der Joke nicht so gut, oder viele haben den halt nicht verstanden. Aber glaubt mir, die sind, äh, cool. So, warte mal, ich versuch's jetzt. Das funktioniert irgendwie. Hier links langlaufen. Achso. Und den hier bringen. Ah, oh. Ich versuch's nochmal. Weil es die erste, ich will das einmal schaffen. Fliegen wir halt raus. I really appreciate it. Ja, ich bin der Allerechte. Guck jetzt. Und ich mach den Allerechten nochmal. Spring hoch, my friend. Guck jetzt, guck jetzt, guck jetzt. Hier hin? Ne, warte. Ah, ne, es funktioniert nicht. Ah, schade, E-Liga da. Ich wollte mich da so rein. Kaputt. Oh. Oh, durchgehuselt. Sid Viscott. Ja, ja, ich rufe an. Also, nehmt es nicht zu ernst, Freunde. Klar, kann ich verstehen, wer ein bisschen sauer ist, aber sind auch nur Menschen. Sind alle sehr korrekt, so viel kann ich sagen. Aktion war vielleicht nicht so korrekt, haben viele einen falschen Hitsch bekommen, aber sind sehr korrekt alle. Ähm, warte mal. So. Hello. Ja, Leute, E-Liga, jetzt. Hello. Friede, wir haben die deutsche Meisterschaft abgeholt. Das ist mein Kleiner. Ich bin immer noch außer Rand und Ball. Ich bin so stolz. In zwei Wochen durchgehend am Sippen, Alter. Digga, ich hab da... War ich auch schon noch vor zwei Wochen, aber jetzt nochmal mehr. Ich hab da so viel Herzblut reingesteckt in diesen Verein. So viel Liebe hab ich da reingesteckt. Und, Freunde, ich hab die Tomaten geerntet. Ich hab sie geerntet. Ich hab die Früchte und die Gemüsesorten geerntet. Du bist der allererste. Dankeschön. Man merkt, dass du Earnings hast. Ja, oder? Ich bin so ein guter, wuseliger Mann, Freunde. Ich sag euch so, wie es ist. Kannst du mal Fitness- bzw. Worldhouse-Videos machen? Wäre mal übelst nice. Freunde, ich sag es auch da immer wieder mal. Edi Geller hat nicht so viel Ahnung, dass er euch... Ich will euch keine falschen Tipps geben, so fitnessmäßig gesehen. Ich bin halt ein bisschen durchtrainiert. Ich trainiere schon lange. Aber wenn ihr so richtige Tipps haben wollt, dann guckt euch da Fitness-YouTube an, Freunde. Von mir zum Beispiel. Ja, von Sydney zum Beispiel. Weil ich gebe euch da falsche Tipps, glaube ich. Oder ich möchte euch keine falschen Dinger geben. Keine falschen Tipps. Das ist das Ding an der ganzen Sache. Wie lange brauchst du noch? Ich bin gleich im Finale. Natürlich bin ich gleich im Finale. Mich natürlich. Naja, ich bin so ein super Vollgeldspieler. Chat. Trinkst du durchtrinken? Eist hier, Leute. Ey, halt mich nicht fest, du Knischgesicht. War der Tino dann für den Zappel? Wie war dein Spielfried, du? Erzähl mal. Ich hab's natürlich gesehen. Aber wie hat es sich nochmal so... Junge, wie es schon angekündigt wurde, auswärts ist jedes Spiel so schlimm. Ihr gewinnt auswärts einfach immer 2-1. Junge, aber wie knapp. Es war so schlimm schon. Wir haben ja... So gut gemacht von Djokovic da, Digga. So gut von dem Mann. Divkovic. Divkovic. Also wir hatten einen sehr, sehr schlechten Start. Aber ich fand die gut, Digga. Die haben euch so geknallt in den ersten 20 Minuten. Ja, ja. Wir sind so schlecht ins Spiel reinkommen. Wir haben auch das erste Mal 3-5-2 gespielt. Trainer hat Taktik-Video von Bo Auber gesehen, aber hat irgendwie nicht so geklappt. Dann haben wir in der 30. Minute oder so umgestellt auf 4-1-2-2. Enggeraute. Weil wir damit schon 30-0 geholt haben. Und darum sollte man... Warum halten die Piss-Gesichter mich fest? Und dann haben wir besser gespielt. Also wir lagen dann auch noch einzeln zurück. Was auch noch schlimm ist gegen solchen Gegner auswärts. Dann haben wir einen Elfmeter bekommen glücklicherweise. Ein safes Tor. Ja. Julian dann für den Rest am vierten Monat. Aber war auch ein Elfer. Ja. Und... Zwei Halbets haben wir krass gespielt. Da haben wir... Da haben wir FC Bayern. Da habt ihr sicher gespielt. Ich sage es immer wieder, Digga. Ihr müsst die pressen. Und ihr müsst dann auf Ballbesitz spielen. Wir pressen die. Nein? Die hatten uns erst halbzeit auch gepresst. Junge, du hast keinen Ahnung vom Fußball. Gib mir keine Tipps. Das war Quatsch, Digga. Das war Quatsch mit Soße. Hör doch einfach auf mich. Die haben uns gepresst. Deswegen konnten wir nicht auf Ballbesitz spielen. Dann presst die doch mal zurück, Digga. Ihr habt die nicht gepresst. Hä? Die haben doch auch gepresst. Ihr habt einen Bremsstreifen in der Unterhose. Ich habe es ganz genau gesehen. Die pressen jeden. Durch eure scheiß blaue Entenhose. Willst du mir sagen, die haben uns mehr gepresst als wir, Digga. Erste 20 Minuten, 100-prozentig. Die hatten Glück, dass es nur 1-0 stand. Nein, die hatten mehr Aktionen und so. Aber wir haben die es trotzdem gepresst. Nur wer presst, hat nicht gleich... Es spielt nicht gleich besser. Ja, ich habe die Bundesliga geholt. Der Friede, ich habe mich auch. Ich habe nicht ohne Grund die Bundesliga geholt. Ich lese die Schwenden gleich vor. Ich lese die Schwenden gleich vor. Die Clippers haben gewonnen, Digga. 35 Glocken. Mann, jetzt fliege ich... Freunde, das ist so schlimm, Vollgeist. Mit Chats zu allten. DLX Karma mit 35 Glocken. Kannst du meine letzte Doni noch vorlesen? Mache ich gleich DLX Karma. Ich küss auch deinen Hodensack, wenn du möchtest. Und ich das hier... Ich muss nur ganz kurz hier den Sieg holen. Dankeschön, mein Freund. Für den sofort 35 Euro. Ja, also das... Es waren 4.000 Leute da und 1.000 waren von uns. Und irgendwie waren von denen nur Familie geführt da. Digga, es waren so viele von euch da. Ein Taui. Aber hat sich so viel angehört auch. Ja, also unsere Fans sind echt heftig, Alter. Die haben die Tomaten gepresst. Boi, Jungs, das geht. Nächstes Mal wollen wir spielen. Digga, wir haben gerade Geschichte geschrieben. Wir haben die Bundesliga geholt. Wir haben sogar auch den DFB-Pokal geholt. Wir haben das Double geholt. Und jetzt spielen wir auf entspannt mit Sydney ein bisschen Vollgeist. Ich versuche ein bisschen mit euch zu labern. Weil ich möchte nicht in die neue Saison starten. Er hält mich fest. Jürgen, nächstes Jahr... Ich habe ein paar Angebote, aber ich kann jetzt schon mal sagen, ich werde da bleiben. Wenn sie auch da bleiben. Ich bleib da. Wie? Ich bleib da, Friede. Du brauchst dir da keine Sorgen machen. Ich habe ein saftiges Angebot von Michael und Ingo bekommen. Sag ich so, die haben meine Qualitäten wahrgenommen. Apropos müssen wir auch mal wieder über meinen Verpackt reden. Mittlerweile. Ich bin gefühlt der drittbeste Spieler im Team, obwohl ich nur 73 habe. Okay. Jetzt wird erstmal gefeiert. Also. Der NX Karma mit 35 Euro und mit 20 Euro. Habt ihr was über Instant DM geschickt? Kannst du bitte im Stream nachschauen? Weiß... Ich versuche mal reinzugucken. Ich bin so käuflich, Freunde. Eigentlich mache ich sowas nicht, aber wenn man hier 55 Euro spendet, dann mache ich das mal. Max mit einem Zweier. Fantasy-Liga erstmal 600 Schleifen mit Klipperspiel gegönnt. Wirst du die Kraki-Eligela in der BL-Saison öfter den ein oder anderen Geheimtipp für die Fantasy-Liga geben? Max, ich kann dir so viel sagen. Ich bin gerade in der Fantasy-Liga so krass hinterher. Das ist der Wahnsinn. Ich habe dich eingeladen übrigens. Ja, ich bin gerade im Hexagon-Finale. Ich bin in der Fantasy-Liga so krass hinterher. Aber ich möchte, dass ich mache halt ein bisschen ein anderes System. Sage ich mal so. Deswegen droppe ich das nicht online. Aber ihr werdet da ein paar Tipps auf jeden Fall von mir bekommen. Ich werde das Ding holen. Ich sage es jetzt schon. Ich kündige es jetzt an. Oh, Fun The Big by Men U. Nein, ich muss auf den blauen da. Das ist für dich durchgereicht worden. Ich habe gar nichts. Fun The Big by Men U gegangen? Ja, mit Pogba auf der 6. Kräht mir. Habe ich einen neuen Partner da? Vielleicht Luca Doncic hat es gerade echt zerstört, Alter. Wie viele Punkte hat der Knecht gemacht? Der hat schon wieder 34 gemacht, als ich nachgeguckt habe. Ich habe 8 und 3 am Ende. Aber die Jungs sind jetzt draußen. Der ist 21 Jahre alt einfach. Der ist jünger als ich. Hilfe. Aber er ist auch so super. 38. Das war das erste NBA-Spiel, was ich von denen geguckt habe. Der hängt mal so ein Brett. Also mein allererstes in der Karriere auch so. Guck mal hier. Jetzt mache ich ein ganzes 500-DQ-Play. Zack. Komme ich von oben. Fliegender, fliegender Holländer. Du, FIFA, Tüch, danke für deinen Reset. Im vierten Monat, bleib wie du bist. Fertig und ähnlich so. Krass. Kuss, kuss, kuss. Nein. Versuch mal nicht so viel Content. Und alles Mögliche zu geben, wie wir können. Ich bin eh den zusammen. Digga, und das ist er. Ey, ich bin der Allerechte. Ich gewinne das Ding. Eins gegen eins. Und ich bin zwei Ebenen über ihn. Nein. Ich bin so dumm. Ich bin so lost. Ich bin so lost, Digga. Weil ich mich verdrückt habe. Ich habe mich verdrückt. Mann, Digga. Nein. Chat. Chat. Ihr braucht nicht schreiben. Ihr braucht nicht schreiben. Oh mein Gott. Ey, du weißt nicht. Ich war drei Ebenen über den. Und ich habe dann einen Jumper. Das war der Wahnsinn. Wie ist mir das denn gerade passiert? Hilfe. Ich habe keine Ahnung. Digga, du hättest es gerade sehen müssen. Du hättest die Freundschaft gekündigt. Hast du mich eingenommen? Ja. Ich gewinne das, Digga. Wow. Wow, wow, wow. Kev nur mit einem Follow. Paul mit einem Follow. Kuss geht raus für die Follows, Freunde. Zittrige Hände. Das ist wirklich so. Was ist Fantasy-Liga? Lange Geschichte, Freunde. Lange, lange Geschichte. Da warst du zu lübschig mit deinen Fingern. Hi. Ist um 0.30 Uhr kein Spiel? Ich glaube, Nuggets spielen. Nein. Die spielen nur um 2.30 Uhr. So. Ja. LoL. Die spielen das Ding an meinen armen Schlafrhythmus machen. Freunde, Digga, das wird doch noch voll das Geile spielen. Nein. Also ich hasse, ich guck's nicht. Guckst du nicht? Ja, doch bestimmt. Ich glaube, sie sind halt lange. Perfekt. Zu wuselig für Hexler. Aber ich bin da auch nicht wein. Nein, das war doch nicht schlecht, Chad. Ich bin nicht so heiß drauf. Doch, Digga, das ist doch means-geil mit Dings da. Murray und Mitchell. Mitchell, guter Mann da. Ich will jetzt sehen, warum der Eli 1K Earnings hat. Ich beweise es euch allen jetzt, Freunde. Alle nochmal ein Like auf das Team dann lassen, YouTube-Kanal abonnieren und Support in den Chat. Ich hole euch jetzt einen Win. Was machen wir, Friede? Fuffi pro Win? Ja. Okay. Oh, wuse dich durch. Warte mal, du spielst ja schon. Hätte gesagt, ich bin in deine Lobby reingegangen. Ich warte die ganze Zeit in der Lobby. Mann, Junge, du und dein slowakaisches Internet da. Slowakaisches. Ja, slowakisches, slowenisches. Ich habe jetzt erstmal Länderspielpause. Ich habe jetzt drei Tage free. Digga, du bist so ein Heuchler. Guckt euch den Skin an. Guckt euch den Skin an, den er hat. Du bist so ein Heuchler, du scheiß Knecht. Was? Aber Leute, wir haben 21 Wins übrigens. Ich fliege jetzt. Fliegst du auch? Ja. Du hast nicht 21 Wins. Natürlich habe ich 21 Wins. Ich schwöre auf deinen Tod. Du hast 21 Wins geholt. Ich habe 21 Wins. Ja, ich schwöre auf deinen Tod. Also ich bin. Freunde, ich muss es abklären, damit ihr mich denken, dass Sidney so krass ist. Sidney und Willi zählen ihre Siege zusammen und sind der Meinung, dass... Ich habe Offstream heute ein bisschen gedadet, Junge. Ich schwöre auf deinen Tod, du hast 21 Wins alleine geholt. Ich habe 21 Wins. Okay, ich schwöre auf deinen Tod. Dann schwöre auf deinen Tod. So, das mache ich nicht. Kennst du dich, Leute? So, Herr Knecht. Das Schlimme ist, mich würde halt interessieren, wie viele du wirklich hast. Brauche ich, dass du mich gönnst, einfach. Das ist doch... Nein, ich befürworte sowas einfach nicht, weil das ist lächerlich. Das ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. In meinen Augen. Ich höre, ihr wisst ganz genau, ich streame ja immer, wenn ich... Ja, ich habe gar nicht mich zu rechtfertigen, Leute. Ja, 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 ja. Von Hälter zum Nachmacher. Ich höre jetzt wieder, Leute. Ja, ja, ja. Ich kann auch wieder verdoppeln auf 100 Euro. Ach, Digga, du, der Unterschied zwischen uns beiden ist, dass ich nicht 24-7 in der Vollgeist-Lobby rumhocke. Wie du. Ey, das Ding ist, wenn ich 24-7 streame, dann bin ich auch so oft in der Vollgeist-Lobby. Ja, ich weiß, weil du nur in der Vollgeist-Lobby bist. Ich bin ja noch am trainieren. Ich bin noch am trainieren, um die Bundesliga zu holen. Ich mache einen neuen Weltrekord. Oh. Oh, Digga. Mach ich gerade. Durchgewuselt. Neuer Weltrekord. Zweiter Platz. Sehr gut. Dritter. Der hat maximal 10. Ich schätze, ich sage, das ist ja nicht mal schlecht, wenn die 10 haben. Das ist doch gut sogar. Ohne Sinn, deswegen verstehe ich es ja nicht. Oh, 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 ich bin draußen. King Buffinho, Paul, Felix, Tim, Kacke. Ich bin draußen. Bist du rausgeflogen? Hast du mich die ganze Zeit vollhaberst? Digga, das liegt daran, weil du mit dem Wuseligen-Skin nicht arbeiten kannst. Er ist nicht für jeden gemacht. Das ist wie dieser Hammer vom Tore, Digga. Du bist nicht würdig. Du bist nicht würdig. Ich habe noch keinen Winn damit geholt. Er ist nicht würdig, Chat. Hier, die grüßen mal Weezy, bitte, dein Eierkopf. Weezy, ich grüße dich. Er ist nicht würdig, Chat. Alle ins Sydney-Check, du bist nicht würdig, reinschreiben. Auch würdig. Mit 21 Wins, erste Runde raus. Ah, ja. Ja, ja. Hä, die tut ja nur 21. Er hat nicht 21. Bezumsatz, ob das Fehler ist. Hilfe. Kannst du nach der Runde Spenden vorlesen? Mache ich Alpa, Alpa. Habe ich dabei nicht? Ich habe hier einen 200er-Pring. Hier, mit einem Euro. Was ist jetzt momentan deine Lieblingsserie? Was ist deine Meinung nach zu Corona? Zukunft würde mich mal interessieren. Meine Lieblingsserie, ich schaue momentan keine Serien. Sydney sagt die ganze Zeit, ich soll mit DevNote anfangen. Ich habe DevNote in drei Tagen durchgeguckt. Sehr empfehlenswert. Guckt euch einfach mal die ersten zwei Folgen an. Und dann seid ihr im Bann. Wie seid ihr schon gefangen, Leute? Zu Corona, Digga. Zu Corona. Was soll ich dazu sagen, Freunde? Das ist natürlich scheiße. Ich hoffe, dass die mal jetzt so schnell wie möglich ein Gegenmittel da organisieren. Aber es ist halt nicht so einfach, Jett. Da muss man immer gucken. So auch so. Wenn man sich das dann... Wum, 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 wum. Was? Wum, 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 wum. Bist du denn da? Mussten wir gucken so. Nein, aber du kannst ja nicht einfach sowas rauskloppen. Man muss ja erstmal ein paar Tests machen. Du redet immer Ding. Wieso? Mann, Digga. Die lassen mich nicht raus, die Pizgesichter. Aber ich bin der Allerechte in dem Game, ich bin so wuselig und so ruhig und so einen ruhigen Daumen. Guck mal hier, dass ich das nicht aus der Ruhr bringe. Zack, rein. Spiel den Stiefel runter. Welche Serie Death Note, Leute? Schreibt mal kurz einmal rein. Das ist eine Anime-Serie, Freunde, also ihr müsst Anime schon, ja. Ich bin auch kein Anime-Fanatiker gewesen. Ich hab nur Dragon Ball geguckt. Ich hab nur Dragon Ball geguckt und Detective Conan. Irgendwie wackelig. Ich bin so wackelig, Digga. Du wirst washed, Digga. Ich spiel seit 2 Monaten kein Fortnite mehr. Ich bin schon washed. Schon denkst. Freunde, ich hab so einen ruhigen Daumen in diesem Game. Es ist so ruhig, wie mein Daumen ist. Macht Platz. Was war das für ein Cheat? Wie ist der hier hochgekommen gerade? Hast du das gesehen? Ja, das kann ich auch. Digga, das ist das Ding. Du guckst dir auch noch so Tutorials an und so. Das ist richtig lächerlich. Richtig lächerlich. Halt mich nicht fest, du Knecht. Lass uns zusammen als Team agieren. Lass Trier finden sie erst zusammen. Ich carry dich. Erke, wenn du free bist. Pupp, rein. Prison Break ist dieselbe, ja. Plus eins. Max mit 2€, Eli, was denkst du macht Saarbrücken in der 3. Liga? Mein Freund, ich hab gar keine Ahnung von Saarbrücken. Interessante Frage. Endlich sehen wir immer die 1000€ earnings. Freunde, ich komm eigentlich immer ins Finale. Ich flieg, wenn ich mich konzentriere, nirgends wo raus. Außer in dem Team spielen, in den Schwanzabnehmen spielen und in diesem Märkenspiel. Sonst flieg ich nicht raus. Das ist Patent. Ich hab da ein Patent drauf. Bin Early, Animes haben mich schon in den Bann gezogen. Early. Felix mit nem Follow, ins Pauli mit nem Follow. King Buffinho auch mit nem Follow. Ich weiß nicht wieviel Likes wir haben, Freunde, aber das... Der Stream könnte richtig durch die Decke gegangen sein. Wir haben fast 20.000 Likes, Digger. Mach mal hier 20.000 Likes, Freunde. Jürgen, ich hab mir das Ding im Bus anguckt. Busfahrt ging los, 1 Stunde 30. Ich hatte einfach 10%. Und am Ende, letzte Stunde so vor dem Spiel gegen Hannover, was du gespielt hast, ich hatte noch 1%. Das war nur bitter. Da bin ich in mein Auto gerannt, hab's aufgeladen. Da hab ich noch gesehen, wie ich die Schale hochgenommen hast. Wie du die Schale da hochgenommen hast. Hier spiele ich auch voll oft, hier flieg ich auch übertrieben oft raus. Weil ich immer mich für die falsche... Finale. Achso. Ich kann das aber nicht so gut, das Game. Das ist wirklich so. Ich wusste nicht. Das ist nicht mein Game. Ich verkack hier immer. Wenn das so die Abstände so kurz sind. Hast du ein Lieblings-Anime? Leute, ich hab nur Dragon Ball geguckt früher. Detective Collins im Fernsehen ein bisschen geguckt. Und sonst hab ich eigentlich nicht geguckt. Und jetzt hab ich halt Death Note geguckt. Und es war halt richtig leicht. Freunde, es geht hier um 50 Klocken. Ikenner, ich hab mit 10% eineinhalb Stunden den Stream geguckt. Da würde ich nicht iPhone fronten. Der hat vorhin schon wieder iPhone-Akku. Eigentlich kann ich zuhören gerade. Das Spiel. Ist Beyblade ein Anime? Ja. Yu-Gi-Oh. Pokemon hab ich geguckt. Guck, da flieg ich immer raus, an dieser Stelle. Ja, du musst dich halt bewegen. Du musst vorhin zurückgehen. Du musst immer gucken, dass die Dinger nicht gleichzeitig auf dich zukommen. Digga, mit 6 Leuten. Hier sind noch 6 Leute drin. Wie kann man Death Note in 3 Tagen durchsuchen? Leute, wir sind doch nach Island geflogen. Deinem Flugzeug hab ich geguckt. Deinem Hotel die ganze Zeit. Och. Durchgewuselt. Ich glaube, du musst Tabs verschenken, damit mich jemand bahnt. Hi Mo. Äh, was? Mo, ich hab dich... Mo da? Äh, Mo, bist du da? Ich bring da hoch, mein Freund. Digga, das ist hier... Ich bin mit Reapers in der Lobby. Safe. Die gucken sich alle Videos von denen an. Ja, der Wolf da sieht cool aus. Mammu. Säbelzahntiger. Guck mal, wie abgebrüht die das machen. So ne abgebrühten Männer. Ohhhh. Hi Reddy. Hi Matt. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich muss mal hier. Ran ans Speck. Ran am Speck. Ran am Speck. Einfach mal Dreck gespielen jetzt. Guck mal hier. Ran am Speck. Durchgewuselt. Halt mal den Mann da fest. Am Kragen. Jaaa. Jaaa. Ich bin echt perfekt am Haufen so schlecht. Schwimmer als Fortnite. Halt den Mann fest. Oh. Oh was? Durchgewuselt. Wie wuselst du dich da durch? Digga, ich bin so glimpschig. Halt ihn fest. Oi. Junge. 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 Halt ihn fest. Jaaa. 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 Oh mein Gott. Aber du hast geschummelt. Aber nicht. Ich hab geschummelt. Warum hab ich geschummelt? Der gewinnt einfach die erste Runde. Weil du siebenmal runter geflogen bist. Ich guck bei dir fliegst du dich nach hinten und fliegst einfach hoch. Wie ich die Männer einmal festgehalten hab. Dann mach doch bitte nen Augenbach einfach. Ich hab immer mein Finger bei dir in den Po gesteckt. Jedes Mal. Jedes Mal hat sich mein Finger da im Po. Fünf. Und dann drehen sich die um. Hey, was war das? Was war das? Und dann sind die abgedenkt und dann... Ich hab jetzt drei. Ich hab jetzt drei Europa League Qualifikanten. Also die wir treffen können in der zweiten Runde. Gehört. Einmal Basel und Partisan Belgrad sind anscheinend confirmed. Und jetzt seh ich grad Heiduk Split. Heiduk Split. Gute kroatische Mannschaft. Ich hab so oft in der Fernsehsieger gehabt. Ich bin schon Bretter mit jetzt. Heiduk Split, Freunde. Ich war so warm und weißer mäßig gerade. Erste Runde direkt win, Freunde. Siebter Win in meiner Karte. In meiner Karriere. Fünfzig Euro hab ich schonmal sicher. Das ist wirklich ein GG. Dankeschön, Freunde. Earning. Ich bin würdig. Ich bin würdig, diesen Skin zu tragen. Deswegen hab ich den. Lukas mit vier Euro. Warst du schonmal in Erfurt? Eins in den Chat. Wer aus Erfurt kommt. Ich war noch nie in Erfurt. Max mit ein Euro. Hab mit Klipper-Spiel... Hab im Klipper-Spiel eine Achterquote mit 50 Euro getroffen. Bin die einzige... Seh du lecker aus. Mit einem leichten Samba durch die Wohnung getanzt. Was ist denn dein Standard in der Fantasy-Liga, der immer gönnt? Bei mir ist das beim grünen Anbieter... Ja. Die grünen. Die grüne Partei. Die grüne Partei auf jeden Fall. Aim-Bär mit einem Follow, Leo mit einem Follow und Adi mit einem Follow. Warst du schonmal in Albanien? Nein. Sydney kann halt nicht mit den Skinnen umgehen. Ja, plus eins, Digga. Aim-Bayer, Leo und Adi. Danke für die Follows. Der Frittenfriede ist zurück. Der Frittenfriede? Ja. Du bist ja eigentlich wahre Tor. Wenn jetzt Win kommt, gibt es ein paar Gift-Subs von mir. Nächstes Mal auf Twitch. Okay, Divo? Sit-Kauft. Gift-Subs. Sub-Gifts. Nein, Sub-Kauft. Eli, lass uns einen Fan-Bus machen und Sit unterstützen. Was für ein Fan-Bus? Achso, meinst du mit den Enten? Alles. Er meint... Weiß ich auch nicht. Ich habe mich auch nicht ganz genau verstanden, um ehrlich zu sein. Kannst du ein bisschen Slowakisch? Ja, ciao. Ciao, ciao. Weiß hallo. Weiß hallo und tschüss, Leute. Das heißt, du bist auch italienisch und knirscht. Ja, und auch Slowakisch auch. Ich kann nämlich Slowakisch. Kannst du jetzt Slowakisch, sagst du? Ja. Ich brauche mein Nackentissen. Pice. 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 Mhm. Was ist Djojkovic für eine Nationalität? Ivkovic, Kroatisch. Ich meine Kroatische Bratis. Kroatische Bratis. 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 Flunker dich da durch. Durchwuseln. Durchwichsen. Okay, Leute. Komm schon jetzt. Frittenfriede da. Sehe ich schon wieder ein paar Pommes da. Ah. Oh nein. Oh, ich schockte schon wieder. Nein. Oh, Digga. Zweimal bin ich da reingegangen. Da hat einer Nelis genannt. Der Neli verwuselt. Nelis genannt, Digga. Ja, hier guck mal. Es reicht auch, wenn wir Zehnter werden. Ist alles in Ordnung. Kann man sich nichts von kaufen, wenn man Erster wird. Wartet mal. Ich muss mein Nackentissen. So, jetzt. Hau rein, EA is lost. Frittenfriede. Edi, warst du schon mal in Kongo? Nee. Edi, gib mal Tipps ab für die Nations League. Gar kein Plan. Hörst du Vollgasmusik, Leute? Oh. Bist du im nächsten FC Duckstream live dabei? Freunde, ich bin immer da. Ich schreibe nur nicht rein. Heute waren 8K Zuschauer auf YouTube. 10K waren auch zwischenzeitlich. Was? Mhm. Das hatten die auch davor, als ich noch nicht da war. Naja. Ja. Da waren es 20. Junge Hilfe. Ich check Instagram, Karma. Wie findet ihr die türkische Nationalmannschaft momentan? Gar. Keiner. Weiß gar nicht mehr. Der spielt, my friend. Komm nach Kosovo, da bist du herzlich eingeladen. Dankeschön. Junge. Zu krass, FC Duck wird zur Legende. Der Verein hat so viel, der ist jetzt so bekannt einfach. Freunde, das ist so krass, wie was, also jetzt mal, Weird Flex, was wir für einen Einfluss haben, Digga. Der FC Duck, kein Schwanz kannte die, also so in Deutschland, und jetzt, die sind mit ihren Streams, Freunde, sind die in den YouTube-Trends, in den deutschen YouTube-Trends. Und es ist nicht so, dass das FC Duck gegen Bayern oder so spielt, da hält mich irgendein Knecht fest. Nein, 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 Digga, dieses Dreckspferd hat mich festgehalten. Ich schwöre, so ein Piss. Aber ist auch schwierig. Ist auch schwierig. Mann, Digga, jetzt bin ich auszusehen aus rausgegangen. Mann. So ein Knechtpferd. Dann werden alles ins Spiel geguckt. Ohne Sinn. Ich hasse das, wenn die mich festhalten. Du Mann, das ist dann so machtlos, Freunde. Und das fährt es bei mir, oder? Geh weg, Pferd. Was laberst? Du bist Supporter seit Tag 1, ja, okay. Mavi mit einem Follower, Nico mit einem Follower, Mohamed mit einem Follower. Ey, das Pferd ist so gut. Wieder Fehlernstecher ziehen, gar keinen Bock. Naja, ich hasse, die Folge, das macht so krass aggressiv. Wie lange streamst du noch? Noch ein bisschen, Freunde. Ich sag dir, ihr könnt mir Fragen stellen, wenn ihr Bock habt. So viele? Glaub ich nicht. Bei mir schreibt jeder mir wirklich 1 rein, Alter. Mann, Quatsch. Achso. Ich dachte jetzt, seit wann die Supporter sind. Jungen, Duck muss in FIFA rein, ganz klar. Ist es safe, dass die, ähm, ist es safe, dass die nicht drin sind? Nicht drin? Ja. Hm. Danke für die Follower auf Insta, Freunde. Riesi2008. Danke, danke, danke. Story-Markierungen sind immer ganz wild nach diesen Streamen. Kuki Ahmed. Oh, ja. Baah. Vlogs sind mit einem Verlauf YouTube? Kommen mal Vlogs, ich hab doch schon Vlogs hoch. Also sind geplant, auf jeden Fall immer jetzt mehr rein zu machen, aber jetzt, Freunde, ich hätte schon viel mehr RealLife-Videos gebracht, aber wegen Corona schon gek compris. 12 fußballchallenges mehr aufgenommen aber übrigens auch rübergefahren ja freundin also nach berlin jetzt für drei tage haben wir auch was aufgenommen aber oder hertha rauben ist auch noch zu also wird noch nicht zusammen streamen können und aufnehmen geht auch nicht so einfach das ist heute also durch coronas kacke ich hätte schon lange eine fußballchallenge aufgenommen sind wir jetzt am montag also morgen her gekommen aber wir können nicht zusammen machen ich habe mit also für euch können wir nichts machen der hertha raum da kann man nicht streamen wenn wir streamen ist voll die filme wegen weil er aus einem anderen land kommt und so also weil er woanders ist momentan und deswegen geht das alles nicht das voll kacke aber der eine blog kam ja richtig gut an fifa 21 keinen friede auf der bank in der welt stimmt digga welcher blog na der gewisse ich wirklich gut tisch denn es es gab jetzt ich habe in den letzten monat in den letzten sechs wochen habe ich ja drei blogs hochgeladen der tisch denn ist das tisch denn ist turnier der mikonos block und der fußball dieses fußballturnier da die hat ja auch alle richtig krass angenommen so von dem von der bewertung her und so was freut mich natürlich wenn die dinge so gut ankommen der mikonos block hat fast 300 aufrufe schon und so was wird ja selbst noch in zwei jahren geguckt das hat geil schön dass es immer wieder holt sich denn das kann ich auch gut spielen ich bin richtig guten tisch dennis ich bin richtig guten tisch dennis die kommt das trikot und eine größe wieder ist noch unklar aber ich halte euch da auf dem laufenden auf jeden fall bester sommer transfer bislang schelzi freundin macht echt einen guten job so timo werner ziehe online die haben richtig viele gute geholt da gab es ein paar fünf stück wo man sagt alter diesen sahen sie auch geholfen tunar schätze wie lang gewechselt early black press team in 3,50 wie hattest du was hattest du vor zu studieren sportmanagement oder so ganz alibi mäßig werner silva welchen silva haben die auch geholt stimmt fand die big two united auch will ja ich hätte sie wieder nur rum haben ach ja tiago silva hat schelzi auch geholt wobei keine ahnung ob der man noch so in der premier league freund da gibt es auch noch weiß ich kann ich sagen ja wie alt ist tiago 34 35 also ich habe jetzt gesehen wie das team von schelzi aussehen wird krass bist du noch drin hier ist eine richtige maschine der so wuselig diese ganzen so gut diese ganzen algeria und marokkaner und so und die ägypter nein die nicht doch doch und die ägypter freunde die sind alle so gruselig sie heißt sie oder ziehe ich weiß ich weiß nicht ich glaube sie ja am meisten mount haben die auch noch der hat uns u19 auseinander genommen haben wir vier eins verloren glaube ich gegen engmann der preis ist das ist genau hakim wo ist hakim wo ist hakim hingegangen nochmal italien irgendwo ne wenn rahmer soll wechseln ja mann so ein würde ich mir so safe haben wir mal so holen ja das wird nur hin oder alte auto was für ein polo aber auch die a4 ist doch geil schelzi hat auch voll viele gute junge spieler ja schelzi freundlich bin gespannt die müssen dann auch alle zusammen gut spielen können malcom brand mount hinter so viele schon gespielt von chelzi woher hat chelzi die kohle voll viele waren drei oder so von denen waren unbezahlt also ohne den tiago silber zum beispiel da waren drei stück timo werner war wie teuer weiß gar nicht haben die was für werden oder hat er nicht ich weiß nicht in nürnberg werde ich noch nie nähen 60 proletten 50 millionen haben die gezahlt ok luft ist schick ist schon alt wie alt ist der denn barad halad mit einem follow luka mit einem follow schätze könnte böse werden wenn havert noch kommen ich habe auch gehört dass havert irgendwie mit real madrid irgendwie grad sehr viel flirtet ich dachte er geht schon zu chelzi statt finale übrigens ich glaube nicht das safe ist wirklich das bergspiel bergspiel ist egal ich kann das sagst du dass du das kannst jo ich bin leidmann aber hast du eine breitseite bekommen ja sehr gut boah die links marschieren da durch nicht oh fuck ok das war's frittenfrede wird es nicht packen leon dankeschön für deinen host vielen vielen dank kuss 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 frittenfrede kriegt einen auf den dölz lauffriede nein ich bin oh ne ok das war's frittenfrede kriegt einen auf den dölz schwierig jawoll freundes sehr gut n rol ich herumser immer noch vor mit 50 mehr für die die sind mitbekommen 50 euro pro bin wenn etwas im fcl jack uns dann euro du Sharon Ich habe ja schon den Werdegang erklärt. Also Euroleague wäre so krass, wenn ihr das hinbekommen würdet. Aber es wird so schwer. Ja, unsere Lose wären nicht so schlimm. Okay, bist du wieder in der Lobby? Frittenfriede? Ja. Drück X da. Wie viele Abos denkst du hast du in einem Jahr? Wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen so 450.000. Wenn der Support so weitergeht. Ich kann dir ein Projekt Future Projection angucken bei Social Blade. Ach, geht das? Vorher sage ich. Was brauchst du? Wie, was brauch ich? Mach mal, gib mal einen. In einem Jahr, warte. Social Blade? Social Blade. YouTube, Elias N97. Elias N97, suchen. Future Projection. In einem Jahr 555.000. Uff. Ja, aber dann müsste es genau so weitergehen, wie es jetzt weitergeht. Und irgendwann, Freunde, ist ja... Das ist ja endlich. Die FIFA Community ist ja endlich. Also ich schätze... Also ich schätze... Also ich schätze... Ich schätze... Ich schätze 400... Zwischen 400 und 450.000. Aber mein Ziel ist 500k. Aber es wird schwer. Mal gucken, ob wir das... Wir sagen 500k in 290 Tagen. Eine Million in drei Jahren. Nee, ich möchte genau in... In 360 Tagen wäre eher so die 500k. Aber Freunde, es geht... Wenn ich was gelernt habe, dann es geht null um die Abonnenten. Das ist der Wahnsinn. Also was da... Was da für eine Zahl steht. Das ist ja auch nicht normal, dass wir mit 275.000... Vorhin 22.000 Zuschauer waren im August. Oder dass wir die ganze Zeit so krass hohe Zuschauerzahlen haben. Das ist ja an sich... Der Wolf hat so den Dreh raus. Das ist ja an sich viel zu hoch alles. Und ich kann euch eins sagen... Die ganzen Firmen und so... Die gucken auch gar nicht auf Abonnenten... Sondern die gucken immer auf die aktiven Zahlen. Und da ist das... Also die Eli-Army... Ist richtig geisteskrank unterwegs. Rucke Züge, danke für dein Raid. Ihr seid immer aktiv überall. Trimax hat gesagt, dass er FIFA 21 bringt. Könntest du dir vorstellen, mit ihm mal was aufzunehmen? Bestimmt. Why not? Aber es ist halt schwer, ne? Was mit... Also... Wenn da halt nicht so gut ist... Ist es immer schwer, sowas aufzunehmen. Deine Community ist halt zu wild. Plus einziger. Also ich sage, ganz ehrlich... Und... Das ist ja auch gar kein Flex. Ich sage... Dass... Dass Friede und ich... Die... Mit einer der... Treuesten... Ähm... Communities... In deutschsprachigen... Bereich haben. Und ich rede nicht vom FIFA. Ich rede deutschsprachig. Wer... Tut sich... Freiwillig... Ein Spiel... Von dem... Nur Front. Von FC Duck in der Slowakei-Liga an. Digga, und da gucken... Zehntausend Leute zu. Freunde... Zehntausend Leute. Einfach nur... Um zu sehen, wie Friede spielt. Um... Und so mit uns so... Das ist geisteskrank. Aber... In Fall geil, einen Chat zu schreiben. So, oder? Jaja, aber das ist der Wahnsinn. Das ist so krank, Freunde. Das müsst ihr euch mal überlegen. Bei Trimax mit einem der größten FIFA YouTuber... Äh... FIFA... Nun... Einen der größten YouTuber und Streamer. 1,5 Millionen Abonnenten hat der oder so. Digga, ich... Ich war da mit einer... Also ich war... Ey! Die ersten sieben Top-Kommentare, glaube ich... Waren einfach nur... Edi Geller, Edi Geller, Edi Geller. Das ist so krass, was ihr so abliefert. Auch die Likes. Freunde... Jedes Bild von mir bekommt so 50.000 Likes. Obwohl ich... Nicht mal viele... Also ich hab nur 160.000 Abonnenten. Und hässliche Bilder auch noch. Ja, auch noch hässliche Bilder. Überlegt mal, wie geisteskrank ist das? Ich hab... Wie... Du meinst... Guck mal zum Beispiel bei mir. Da war ja zum Beispiel... Ich brauchst du ein Bild. Reichweite 100.000 so nach dem Tag. Und davon sind 40.000 Likes. Also jeder... Jaja, das ist halt... Das ist schon echt... Das ist schon krank, Freunde. 3000 Subs auf Switch. Fast jeder zweite lässt einfach Likes da. Es ist wirklich schlimm, Freunde. Da können wir auch einfach alle mal ein GG in den Chat spammen, dass wir so eine geile Community haben. Wir lieben euch auch. Wir lieben euch auch. Und das haben wir in einem Jahr aufgebaut. In einem Jahr. Das ist so krass, Freunde. Das ist der Wahnsinn. Trimax hat 2 Millionen Follower auf Twitch. Ja, aber auf YouTube hat er 1,5. Das ist schon krass, Freunde. Also wirklich GG-Skin da raus. Dankeschön für den geilen Support. Real Talk am Rande. Ihr ermöglicht... Also Sydney... Finanziell geht es ja Friede auch sehr gut. Aber auch durch Fußball. Aber so mir... Ihr ermöglicht mir so... So kranke Sachen, Freunde. So ein gutes Leben, meine Lieblingsmöglichkeit. Ich ziehe auch zwar durch, muss man sagen. Ich stüme ja seit einem Jahr durchgehend. Immer mindestens 5 Mal die Woche. Seit einem Jahr mache ich das. Ich auch. Und bringe ja auch teilweise Videos und so. Und da kann ich mir auch selber mal auf die Schulter klopfen, finde ich. Dass man das so durchgezogen hat. War nicht immer so einfach, Freunde. Das kann ich euch sagen. Es gab auch Tage, wo man einfach keinen Bock hat. Aber man macht es halt trotzdem, um euch mit Kondition zu unterhalten. Aber jeder Streamer, der sagt, oh, ich habe immer Bock auf Streamen, der liegt euch, denke ich mal an. Es gibt auch Tage, wo man einfach mal chillen möchte. Und dann unterscheidet sich, denke ich mal, so der Spreu vom Weizen. Die einen ziehen halt durch, um seine Community trotzdem irgendwie zu supporten und was Geiles ist, einen geilen Abend zu machen. Und die anderen sagen, ja, na gut, ich habe übermorgen ja auch wieder streamen. Klar werde ich auch irgendwann mal sagen, jo, mir geht es irgendwie nicht so gut. Ich lasse jetzt mal sausen. Aber so in der Regel muss da schon sehr viel passieren, dass ich das mache. Öfter. Ich kann gerade nicht auf den Chat gucken, Freunde, weil Sidney um sein Leben schwitzt. Und ich möchte nicht 50 Euro wieder verlieren. Die Fritten. So ein Fritten. Eis und Fettig. Nein. Oh. So wichtig hier gerade, was ich mache. Oh, da stolpert der Fritten, Friede. Okay. So kompidenter in der ersten Reihe, mein Herr Friede. Schubst dem Mann da einer runter. Überlass mich doof. Schubst dem Mann da einer runter da. Man fliegt nur wegen anderen raus. Halt den Mann fest, einfach mal. Fritten, Friede. Ey. Ja. Nein. Ich fliege. No. Ich habe so Augen. Ich bin rausgeflogen, weil ich dich festgehalten habe. Du hast mich festgehalten? Ja. Mein Gott. Also. Haus da. Mann, Digger. Ne, man guckt doch mal auf den eigenen Teller. Wie viele Subs auf YouTube ist 1500 oder so? 1500 auf YouTube und 3K auf Twitch. Aber auf YouTube hat man auch meistens weniger Subs als auf Twitch. Edi macht Auge auf Ritten, Friede. Edi, sag mal, es finden ja so eine tschechische Liga in FIFA klären. Auch ein Verwuselten an meinem Team. Ja, Friede. Du musst da irgendwas... Du bist jetzt kein Supersub mehr, leider. So viele haben dich als Supersub benutzt. Bist auch irgendwie... Du bist irgendwie auch kein YouTuber. Du bist mies... Du bist ein mies korrekter Typ, der hinter einer Kamera sitzt. So, eh krass. Kurs geht raus, Noe. Trimax hat so viele... Trimax hat so viele Twitch-Follower, auch nur 5K Subs. Hat Twimax 5K Subs? Und 2 Millionen Follower? Ja, da... Müsste halt mal vergleichen, Freunde. Also, sagt ja, jeder, der mit mir ungefähr was am Hut hat... Wie gesagt, du gerade? 3? 3,5 sogar habe ich was. Also, jeder, der so bei mir irgendwie ist, Follower, ganz viele Follower sind bei mir Subs. Und das ist halt nicht so üblich. Oder ganz viele Follower bei mir auf Insta liken auch alle meine Bilder. Oder kommentieren meine Bilder. Oder ins Reagieren auf Storys. Ich habe... Wie heißt das? Das hat letztens mein Manager zu mir gesagt. Ich habe eine... Es gibt irgendein Wort dafür. Egal. Ich habe eine sehr gesunde und aktive Community. Gibt ja sehr viele, die viele Follows haben. Aber dann... Keine Ahnung. Nichts machen. Die Follower nichts machen halt. Bringt dir auch nichts, wenn du eine halbe Million Follows hast. Und dann aber niemand was macht so. Die haben halt einfach nur abonniert. Ich hasse dich. Ich hasse dieses Spiel so krass. Boah, durchgeruselt. Wer uns das nicht direkt will... Ich lese es gleich vor. Oh. Ehe ruhig. Ich hasse dieses Game so krass. Nicht einfach. Oh. Ich habe mich da so durch. Was? Bitte du fliegst raus. Nein. Ich war bei mir so. Ich war bei mir so. Verzentrierte ich auf Fußball. Ja. Als ich bei mich war. Weil jetzt auf einmal sind alle leise. Also. Ich sage Freunde. Es gibt auch ganz viele YouTuber. Die ist so. Die sich voll in den Arsch beißen. Oder Streamer. Die so sagen. Boah. Bla bla bla. Den gönne ich gar nicht. Und so voll augelegen. 100%ig. Philipp Schneider mit 3 Uhr. Gibt es Friede auch im FIFA 21? Also die Liga leider nicht bis jetzt. Alle meine Freundinnen hassen dich richtig. Ja. Freude nimmst du. Ja. Das kann sein. Dann sind es aber auch kleine STH-Lappen. Nur weil ich denen die Meinung sage. Wenn die hier ihren scheiß Arsch in die Kamera halten. Und dann sagen. Take me back. Bla bla bla. Mein Freund. So eine scheiße. Digga. Ey. Ich laufe durch den Regen. Weil meine Tränen dann nicht sieht. Diese ganzen scheiß ADHS Mädchen. Digga. Die können mir alle so krass den Puller lecken. Weil mich das 0% interessiert. Was die sagen. Weil ich recht habe. Ich habe so dick recht. Immer diese ADHS-Weiber. Weil die fucken mich so krass ab. Sind zwei Pferde bei mir. Lasst mich in Ruhe. Ihr mögt keine Pommes. Digga. Es fliegen ja nur noch drei raus. Loll. Äh schon. Loll. Ich bin schnell. Guck mal. Ich habe so die Ruhe weg. Ich habe so die Ruhe weg. Fast umgeknickt. Ich habe so die Ruhe weg. Man lasst mich los. Du scheiß Pferd. Ey. Hast du paar Doku-Empfehlungen? Ne. Ich habe mir so lange keine Doku mehr angeguckt. Ganz wichtig Freunde. Edi Geller hat recht. Ja. Ist wirklich so. 20k Likes. Dankeschön. Edi hat keine Freundin. Deswegen. Ja. Ich habe keine Freundin. Wie viele Wins hat Edi? Jetzt habe ich sieben. Habe heute mit meinem Vater. FC Dack geguckt. Er dachte sich auch erst. Was ist das? Edi. Ja. Stell dir vor. Du machst seit 2 Jahren YouTube. Hast 50k oder so. Und dann kommt so ein Eierkopf. Und nimmt 2 Jahren. Ja. Ich weiß was du meinst. Ich denke auch. Dass viele so. Sich so denken. Digger was. Warum macht so ein Knecht. So viele Follows. Und warum folgen denen so. Und warum es haben die rein. Ich hasse dieses Spiel. Und ich gebe mir da. Freund. Das kann ich dann. Dafür kann ich aber auch nicht. Ich bin dann. Einfach ich selbst. Was soll ich sagen. Dead Eye mit 1 Euro. Wie sieht es mit den Donuts aus. Die Donuts sehen sehr lecker aus momentan. Muss ich sagen. Niklas. Guten Abend Luis. Ich kann dieses Spiel nicht. Ich habe das Gefühl. Ja. Du bist so ein Knecht. Du scheiß Pommeskopf. Du bist so ein Knecht. Wirklich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So ein scheiß Pommeskopf bist du. So ein Frittenfriede. Wenn man halt. Was kann ich dafür. Digger. Ich verurteile. Oder ich mache ja nichts Schlimmes. Ist ja nicht so. Dass ich sage. Weiß ich nicht. Oder ich irgendwie verarsche. Oder so. Mach einfach mein Ding. Und wenn die Leute dann rein folgen. Dann supporten sie mich. Und wenn nicht. Digga. Dann halt nicht. Aber ich zwinge ja hier niemanden. Kann ich ja auch nichts dafür. Und da gibt es halt Leute. Die sich denken. Warum. 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 Die Leute sollten sich selber mal lieber an die eigene Nase fassen. Und sich fragen. Ob sie nicht doch etwas anders machen wollen. Kann ja auch nichts dafür. 13 Sekunden. Ich spiele den Stiefel hier gerade so souverän runter. Digga. Wenn man mich denkt man. Nein. Nein. Ich bin so wuselig. Digga. Ich fauliere. Let's go Leute. 10 von 10. Aktik bis 1. Habt ihr verkackt? Let's go. Digga. Ich hatte die ganze Runde lang über mein Schwanz. Und in den letzten 5 Sekunden verliere ich ihn. Ich hasse es. So krass. Dieses Spiel macht mich so krass aggressiv. Verschwörungstheorien. Dokus sind gut. Mann Digga. Kevin mit 1 Euro. Bin ehrlich. Ich sehe dich auch nicht als YouTuber. Sondern als einen korrekten Menschen. Der uns alle unterhält. Danke. Kuss geht raus. Philipp mit 3 Euro. Gibt es Friede? Na hab ich vorgelesen. Dead Eye mit 1 Euro. Ohne Nachricht. Tu mit einem Follow. Daniel. Hab ich vorgelesen. Jonas mit einem Follow. Danke für die Follows. Kevin wieder mit 1 Euro. Ist das ehrlich? Ist das so? Die Leute, die euch nicht kennen, denken so. Was ist das für... Was du für einer bist? Haha. Meine Mom kann es nicht mehr sehen, weil ich dich suchte im Wohnzimmer. Ja. Man muss halt... Weiß ich nicht. Man muss halt... Ich glaube, ich komme gut an den Mittagern. Was? Na, du kommst besser an als ich auf jeden Fall. Aber ich mache ja auch... Das ist ja alles so entertaining. Voll entertainment. Ihr wisst ja auch... Ich kann ja auch sehr ernst sein. Es gibt ja auch sehr ernste Streams manchmal bei mir. So richtige Real-Talk-Streams. Brauche ich euch ja nicht erzählen. Was traut euch hier? Hopp, hopp. Achso. Luca mit einem Sub. Dankeschön. Hallo, hallo, hallo. Ja, weil ich gerade so weit weg von meinem Mikro bin. Koray, du scheiß Hater, Junge. Ich rede mittlerweile genauso wie du kriegst. Deine ganze Community. Echt krass. Friede spielt da den Stiefel runter. Lässt dich gar nicht lumpen. Hey, Digga, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Dass so zwei Wege so doll eingeschlagen werden. Oh, jetzt. Bitte, bitte, bitte. Ja, Friede raus. No. Friede ist raus. Digga, wie kannst du da noch Risiko gehen? Junge, mir war das zu langweilig da. Die stehen da alle rum. Stehen sich am Pullar rum, Alter. Knechte. Raus. Meine Güte. Raus, raus, raus. Hau rein, Marco. Schau, dein Stiefel einfach so gern, da deine Art lustig und offen ist. Auch wenn andere Streamer vielleicht qualitativ hochwertiger sind. Hä? Qualitativ, was meinst du, mein Freund? Also ich weiß, ich habe nicht die beste Cam, aber auf YouTube könnt ihr nicht bessere, oder ganz bisschen bessere Qualität sehen, als jetzt das gerade. Nicht sehr viel besser. Weil YouTube nicht so viel verarbeitet. Auf Twitch würde es funktionieren, mit meiner Cam, aber ihr wisst, Freunde, ich bin so krass lost, ich müsste den Akku immer aufladen und so, und das würde ich nicht hinbekommen. Die Webcam ist mit die beste Webcam, die es gibt, und die reicht ja vollkommen aus. Was mich ein bisschen stört, ist mein Mikrofon, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe das schon gut hinbekommen mit meinem Hintergrund und mit den Nanoleafs und mit dem Ton, wenn ich ja so rede, ist es ja alles sehr gut. Wenn ich ein bisschen weiter weg bin, ist es kacke, aber es reicht, das ist, es ist in meinen Augen, ist es so ein dickes Gold 1, niemand beschwert sich, alles super. Du, dich in Full HD will keiner sehen. Ja, plus 1. Du bist einer der Beste, kommt keiner an dich ran, schon alleine deine Karriere. Frippend friedlich. Ich habe so viele Tudos, ich habe reingepaint. Ich habe nur deines Teams. Dankeschön, Lennart, für den Support, mein Freund. Wie soll die Beste nicht ausreichen? Ich schwöre es euch, Freunde, das ist so, wenn du die krasseste Cam hast, YouTube, das ist so, Freunde, als wenn ihr, oh, 10 von 10 Beispiel, als wenn in dieser Wasserflasche 1 Liter reinpasst, ja, hier passt 1 Liter rein, und ihr habt einen Tank mit 5 Liter. Das bringt euch nichts, Digga, ihr könnt nur 1 Liter hier reinmachen, weil die Flasche lost ist. Ihr könnt nicht mehr reinmachen, obwohl ihr die Mitte dazu hättet. 10 von 10 Beispiel, ganz einfach erklärt. Deswegen abonniert ihr den Kanal hier. Warst du mal in Italien? Wenn ja, wo, ich war mal in Rom. Mikro mit Wasserpistolen abstützer, ja. Also, hier ist meine Wasserpistole, die habe ich aber auch nur, weil mein Mikrofon da abgebrochen ist unten. Aber das hat nichts mit der Qualität zu tun, sondern es würde sonst immer umfallen. Ich habe es noch nie bereut, Koski draus barzeln müssen. Ich fühle mich gespät, was sagst du Agüero? Er streamt einfach auch jeden Tag, so wie du, doll. Er streamt Agüero jeden Tag, jetzt auch. Einmal, Digga, das war der größte Clickpad, den ich je mein ganzes Leben gesehen habe. Ich habe das auf Insta gesehen. Agüero hat in seinem Livestream einfach Messi angerufen, und dann haben die so miteinander, das ist so krass. Er hat so FIFA-Packs geöffnet, dann hat er so angerufen, er meinte so, ja, bla bla bla, und Messi hat so voll... Hast du verstanden? Nee, aber dann war er mit Untertitel da. Er meinte aber ja, bla bla bla, er streamt gerade, doll. Er hat einfach Messi angerufen, Digga, größerer Clickpad geht gar nicht. Er sagt, hello. Eli muss immer Jordan, Nickas Wilson und mich anrufen. Für Clickpad. Mehr geht dann nicht. Freunde, mehr habe ich leider nicht zur Verfügung. Aber ihr reicht mir, Freunde. Das ist doch super. Wir haben eine gute Atmosphäre zusammen. Ich sage es immer wieder, Freunde, das Wichtigste ist, wie man... Es ist cringe, es schlöge, es... Wie oft machen bekannte Fußballer mit anderen Videos, und dann merkst du richtig, dass es so voll cringe ist. So bei uns ist es nicht so. Ich rufe die an, und wir... Wir beleidigen uns, wir reden ganz normal, so das ist tausendmal besser. Meinung zum Messi wechseln. Ich glaube, er wird zur City gehen. Wollen wir mal kurz cringe reden? So als ob ich jetzt so Fußballprofi. Hey, Sydney. Wie geht's? Hi. Alles gut? Na? Ja, und bei dir? Ja, auch sehr gut. Wie war das Spiel? Ich habe gesehen, ihr habt gewonnen. Richtig cool. Ich fand auch, du hast richtig gut gespielt. Danke, danke, danke. Ja, wir haben auf jeden Fall, es war ein schweres Spiel, und wir haben im Endeffekt 2-1 gewonnen und haben jetzt einen Sieg mitgenommen. Und morgen hast du wieder Training, ne? Na, sorry. Nee, nee, ich habe... Achso, ich habe... Äh, was? Okay. Ähm, hast du ein Spiel geguckt? Ähm, ja, klar habe ich es geguckt. Ich fand es richtig gut, du hast richtig gut gespielt, fand ich sogar. Ja, ja, war gut, ne? Ja, und habt ihr morgen Training wieder? Wie oft trainiert ihr denn? Nee, wir haben morgen, wir haben morgen frei. In der Woche so 7 Mal und plus Spiel halt, ne? Ist das nicht anstrengend? Und so, wie machst du das dann mit dem Stream? Also, verstehe ich mich nicht falsch, es ist cool, dass du streamst und so, aber ist das nicht anstrengend? Hm, ja, also wir haben meistens vor dem Tag das Training, dann bin ich zu Hause und dann habe ich genug Zeit und weiß nicht, was ich machen soll und dann schmeiße ich den Stream. Ach so, das geht ja, das ist ja, ja, also beeinträchtigt mich nicht so. Ja, ja, das ist alles super, aber nur gefragt, aus reiner Interesse. Und sonst so, wie lange spielst du Fall Guys? Machst du das öfter? Fall Guys? Ja. Also seit dem Release, ich spiele so, seit dem zweiten Tag ungefähr. Ja. Hab jetzt schon 21 Wins. 21 schon, ey, das ist voll gut. Ja, danke. Wie viele Wins hast du? Ich hab erst 7, aber, ja, ich spiele das auch nicht so krass oft jetzt. Und ich fliege glaube ich raus. Oh, 26. Ja, Freunde, so loswerde ich. Das ist so schlimm und darauf habe ich keinen Bock. So, darauf hat man keinen Bock. Ja, es ist viel lustiger, wenn man einfach mit der... und du bist alleine mit ihm an einem Tisch Gruppenarbeit und du musst ihn mit ihm zusammen einfach alles machen. Eine Doppelstunde. So cringe ist das, Digga. Komplett cringe. Oder ihr seid mit eurem Nachbarn im Fahrstuhl oder so. Oder ihr seid mit jemanden... Junge, das hat sich... Ah, nee, sag ich nicht. Oder man... Oder man ist mit jemanden so im Fahrstuhl oder so eine Kacke. Ja. Oh, es kommt ein Pupsi. Dann sagt man, also wenn man ihn auch noch kennt, so... Ich habe ja mit anderen Spielern und... Oh mein Gott, nicht runterfällt. Mit anderen Spielern zusammen gewohnt in Berlin. Und dann liebt man sich so und dann sagt man, alles gut. Ja, bei dir auch. Und dann guckt man auf sein Handy. Und sei einfach cringe und ruhig. Freunde, ich habe mich mal mit Sydney alleine getroffen. Wir waren in so einem richtig etwas nobleren Restaurant. Wir haben uns einfach getroffen, um zu zweit zu essen. Und das, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und das ist aber 0% cringe gewesen. Weißt du noch, wo wir einfach zu zweit bei... Wie hieß das? Wo du selber grillst. So ein Miet. Ja. Leute, ich guck, Eddie sagt so, wir gehen einfach zu zweit essen. Zwei Jungs, was sollen die denken? Leute, hä? Wer geht denn nicht zu zweit mit seinem Kumpel essen? Nein, 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 nein. Zusammen Döner essen ist okay. Das ist ja kein Ding. Aber das ist so ein... Ich schwöre, das ist so ein Ding gewesen, Freunde. Da geht man so zum Valentinstag hin oder so mit seiner Freundin. Die haben uns so komisch... Also die haben uns komisch angeguckt. Du hast es nicht gesehen, aber die haben uns komisch angeguckt. Ich sah aber dann... Ich sah aus wie der in der Beziehung, der die Hosen auf jeden Fall anhat. Der gibt. Du bist der, du bist der, der hinhält. Ich bin der Geber. Ist der Knecht da dritte? Ja. Ja. Normal. Aber das sehe ich da auch nicht. Ich glaube, ich bin hier noch nie rausgeflogen. Oh, kein Auge legen, Edi Geller. Ja, Freunde, so viel zum Thema Cringe. Das ist halt Kacke. Man muss es immer mit Leuten machen, die man kennt. Ich war schon so, so nach dem Training oder so einfach mit Jordan zum Beispiel essen. Geh mir nicht auf den Sack. Geh mir nicht auf den Sack. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, aber das sage ich doch. Das ist ja gut. Aber was, kennst du das nicht, wenn du, wenn du den Schulweg, du bist mit deiner Gruppe und dann wird die Gruppe immer kleiner, weil alle aussteigen und dann am Ende bist du, und am Ende bist du dann mit jemandem zu zweit, einfach in der U-Bahn und du kennst ihn so flüchtig und ihr habt da, er gehört auch zur Gruppe, aber ihr kennt euch nicht so gut. Wisst ihr nicht, was ich mein, Chat? Eins in dem Chat, und am Ende wird Ciao gesagt. Ciao. Ja, genau. Alle gehen, das ist voll schlimm, Digga. Glück gibt's Handys. Sind wir beide im Finale? Bitte Hexagon. Handy ist immer, oh ja, Handy ist immer Notwöselung, wenn es cringe ist. Bitte Hexagon. Der andere weiß, du willst nicht mit ihm reden, du weißt selber, du willst auch nicht mit ihm reden, dann stellt dir einfach mein Handy. Aber ich muss sagen, Digga, soll ich dir was sagen? Ich bin richtig gut in sowas, oh, ich mag dich, ich bin richtig gut in sowas, Gespräche am Laufen zu halten, selbst mit Leuten, die ich noch nie gekannt habe, äh, kenne. Ich will dann nicht reden, also wenn ich mit ihm reden will, dann will ich auch. Ich möchte auch nicht mit ihnen reden, aber ich mache es für das Team, für die Situation, mache ich. Nein, ich kann so lange ein Gespräch am Laufen halten, das wisst ihr gar nicht, mit Leuten, die ich mich... ey, redest du viel? Nee, ich rede nicht viel, das hast du noch gar nicht mitbekommen, oder, dass ich nicht viel rede? Kannst du wirklich viel reden? Ja, ich glaube, das ist für ein Glück. Ich glaube, das ist mir nicht aufgefallen, aber ich kann wirklich gut viel reden. Was ist denn das für ein Glück? Okay. Freunde, ich könnte drei Stunden lang streamen, ohne zu spielen, ohne ein Spiel zu spielen. Ich könnte mich einfach drei Stunden lang mit euch unterhalten. Ich bin ein Naturtalent und sowas. Weird talk jetzt. Ich kann sehr gut, generell, ich kann sehr gut mit Menschen, die mich nicht kennen. Das höre ich sehr oft. So weird flags einfach mal. Oh, ich fliege glaube ich raus. Nee, doch nicht. Viele denken immer, dass ich arrogant bin, aber dann, wenn sie mich kennenlernen, dann sagen sie, oh, der ist ja voll korrekt. Der ist nicht abgehoben, oder so. Das kriege ich ganz gut hin. Oh, durchgewuselt. Hey. 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 Lass mich. Geh da ran an den Speck. Geh an den Speck. Du bist gleich gegenseitig raus. Nein. Nein, ich bin rausgeflogen. Let's go. Nein. Let's go. Rette Kamera. Eli wurde immer als, nein, nie. Du wurdest immer als Setzer gewählt. Nein, nie. Ich wurde immer als erstes gewählt. Freunde, ihr wisst gar nicht, im Völkerball, was ich für eine andere Maschine bin. Die beste Strohpuppe der Welt. Ich bin die beste Strohpuppe der ganzen Welt. Ich sage halt so, wie es ist. Na, so eine Strohpuppe wie mich gibt es vielleicht noch zweimal in ganz Europa. Ich habe so einen aggressiven Wurfarm. Vor allem, das war mir auch immer scheißegal. Kennst du das, wenn manche so die Mädchen nicht doll abgeworfen haben, weil sie so Mitleid hatten? Digga, ich habe da gar kein Geschlecht gesehen. Ich habe einfach, ich habe da nur Feinde gesehen. Ey, Mann. Richtig, Digga. Ich habe nur Gegner gesehen. Ich habe nur Ziele gesehen, die ich abwerfen wollte. Und ich habe da alles drauf gezwiebelt, was ich konnte. Die haben sich dann immer gar nicht bewegt, Digga. Mir war das scheißegal. Ich habe da meinen, meinen, diesen Softball genommen und habe die da so ein auf den Dülz gehauen. Wirklich mit dem Ding. Bumm. Raus. Hast du das gesehen, Sportlehrer? Die kann raus. Habe ich die Dinger gefangen, habe sie verteilt. Wie die Bälle auf der 6. Immer gefangen und verteilt an die allen. Ich weiß, die auch immer so ab. Ey, Bundesjugend, wie bist du so auf 50 Metern gelaufen früher, Grundschule? Keine Ahnung. Wie weit wirfst du? Digga, ich weiß, wirklich, es ist Bundesjugendspiele. Ich war aber, ich war immer gut. Warst du so die Maschine im Sportunterricht von deiner Klasse? Nee. Top 3? Ja. Top 5. Ich würde sagen Top 5. Top 5. Von 10 Jungs? Nein. Digga, ich war halt in einer Sportklasse. Ich war nicht auf so einer hässlichen Schule wie du, wo da niemand ein bisschen Sport kann. Ich war in einer scheiß Sportklasse, wo nur Sportler sind. in einer Sportschule. Ja, später dann, Pöltshow. Hast du Abitur geschenkt bekommen? Bundesjugendspiele. Ich war immer gut, sage ich mal. Ich war immer, ich würde sagen, ich war so über das Beste außer dem Weitwurf. Über das Beste außer dem Weitwurf. Weitsprung. Ja, mit deinem 5-Meter-Bein könnte ich auch so weit springen. Ja, da machst du kurz Spagat und dann zieh ich kurz an. Er macht einen Schritt, Freunde. Sie sind desqualifiziert aus den olympischen Weitsprung-Dingern, weil das unfair wäre. Er muss einfach nur einen Schritt machen. Bei der Luft sein, haben sie mir dann gesagt. Dann, Hochsprung bin ich auch eine Maschine. Ich war immer so bei Wettbewerben, wenn die Schule so irgendwas, Jugend trainiert für Olympia oder so. Ich habe den bei Hochsprung mitgemacht, bei Weitsprung, bei Sprint, bei 1000-Meter-Lauf, überall rasiert. Was für eine... Hochsprung hat mir richtig Bock gemacht. Freunde, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Das ist voll krass. Wann war das denn? Das war bei mir... Ich bin 22. Das war bei mir vor sieben Jahren alles. Digga, ich habe gar keinen Plan. War aber immer gut. Ich war auch immer so gut in so einer Scheiße wie Rekton und so eine Kacke. Das konnte ich auch immer alles. Digga, ich kriege einen auf den Dölz. Was hat sich das denn? Ich kriege einen... Oh. Hä? Wie hat er das gemacht? Mann, Digga. Hast du schon mal Stabhochsprung gemacht? Nee, habe ich auch nicht vor. Ich habe Höhenangst, heute. Ich traue mich nicht vor dem Dreier zu springen. Das ist Quatsch mit Soße. Weißt du? Ich kann Turmspringer werden, ich meine das ist krass, ich kann wirklich Turmspringer werden. Und da ist der Erster. Das war clean. Jo... Jo... Joana. Jo... Jo... Joana. So. Ähm... Mandos mit einem Follow, Flo Kory mit einem Follow, Lars mit einem Euro, zwei Sachen. Erstens, Sydney trifft jetzt nicht mehr, weil er zu stark über den Torjubel nachdenkt. Junge, ja, ich habe keine Lust, Tor zu machen, weil ich dann jubeln muss. Du hättest heute zwei Kirchen machen können. Und zweitens, was denkst du, wärst du jetzt, wenn du kein E-Sportler, YouTuber wärst? Ich würde irgendwas studieren, ganz 0815, keine Ahnung. Das beste, Freunde, was mir je passiert ist, ist mein Wahnbeinbruch. Ich bin nur wegen meinem Wahnbeinbruch E-Sportler und YouTuber geworden. Und Streamer. Nur wegen meinem Wahnbeinbruch. Das ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich hätte mir niemals FIFA 17 so ernst genommen, hätte ich mir mein Wahnbein nicht gebrochen. Und dann wäre ich nie auf diese E-Sport-Szene gegangen. Welche Noten hattest du immer im Sport? Ich hatte immer Freunde, ich hatte immer, keine Ahnung, zwischen 13 und 15 Notenpunkte. Ich hatte immer eine 1 und eine hatte ich eine 3, weil mein Sportler nicht gast hat. Ich hatte auch einmal eine 3, Digger. Ohne Sinn. 7 Notenpunkte. Wie kann man mir eine 3 geben? Das war noch unbegründet so. Wie kann man eine Höhenachse haben, wenn man den ganzen Tag auf 4 Meter kräht? Wenn wir so Volleyballer gemacht haben. Auch bei Volleyball und so. Überall habe ich immer Einsen. Also wie kann man eine Höhenachse haben? Was? Also wie kann man eine Höhenachse haben, wenn man jeden Tag auf 4 Meter kräht? Mein Junge ist der eine T-Mail von mir lost, der klaut mir meinen Schwanz. Guck mal hier, der denkt, er kann sich von mir verstecken. Guck mal her. Ich muss ja gar nicht so dumm weglaufen. Ich glaube, ich mache irgendwas falsch bei dem Schwänzerjagen. Guck mal, habt ihr das gesehen, Chat? Frede, tippst du darauf oder hältst du gedrückt? Gedrückt. Ja, ich auch. Ohne Sinn. Er nimmt den einfach nicht ab. Ich habe gerade ihn festgehalten und er hat nicht den Schwanz genommen. Dass ich da mal einen Win in diesem Finale geholt habe, das ist das größte Geheimnis. Hier, gib mir deinen Schwanz. Och, ey, guck mal, Leute, der kriegt. Sport sowieso geschenkte Punkte. Ja, Mann. Sport, Freunde, wenn ihr in Sport, in Ethik, in Kunst, wenn ihr da schlechte Noten habt, dann seid ihr richtige Knechte. Das sind so eine Punkte, die Lieferanten und Wahlpflicht Fach 1 und 2. Ethik muss man mitarbeiten. Nein, muss man gar nicht. Da kannst du gar nicht, wir haben keine, Digga, wir haben keine Noten, wir haben keine Arbeiten in Ethik geschrieben. Eigentlich schon. Ethik war bei uns, Freunde, einfach nur so, äh, gibt es Gott und so eine Dinger. Keine Ahnung, was wir da gemacht haben bei der erste Zeit. Ich habe die Islamische Glaubensbekenntnis gelernt. Da war ich nicht mehr. Ey, Digga, ich laufe zu ihm. Ethik, Kunst, Wahlpflichtfach 1 und 2 und Sport. Das sind so eine Punkte, Lieferanten. Was schwer ist, Freunde, ist so Mathe, Deutsch, Englisch, so Chemie und Biologie und so. Da müsst ihr halt, da müsst ihr lernen, oder? Also, da müsst ihr es drauf haben für das Ding. Müsst ihr ein bisschen aufpassen. Und immer, und immer, ich, immer, wenn man schlechte Note hatte oder kurz davor, irgendwie, oder irgendwas besser machen wollte, ist man immer hingegangen und hat nach einem Referat gefragt. Junge, was bist du für ein Knecht? Immer, das habe ich immer gemacht. Oh mein Gott. Jedes Mal, wenn ich eine schlechte Note hatte. Junge, ich habe mich so gedrückt vor Referaten. Nein, voll clever, Digga, wenn ich 9 Notenpunkte hatte und ich brauchte 10 Notenpunkte, habe ich sie gefragt von mir aus, ja, kann ich ein Referat einfach halten um meine mündliche Note aufpassen zu machen. Du bist ein Knecht, Digga, das ist Lifehack, Freunde. Lifehack. 1 Chat für Münchfühl, 2 Chat für Edelfühl. Hä? Digga, wenn ihr 9, warte mal ganz kurz, dann merkt man, dass du ein ganz schlechter Einfluss bist. Ja, ich habe ja noch keine Lust gehabt, dann habe ich ja 3 angenommen. Hört auf mich, wenn ihr 9 Notenpunkte habt und ihr geht zum Lehrer und sagt, wenn ich ein Referat halte, kriege ich dann eine 2 auf dem Ziel. Niemals freiwillig ein Referat halten. Ja, Digga, du bist lost. Da merkt man, dass du richtig dumm bist. Nö, dann nehme ich halt die 3 an. Na, das ist Quatsch mit Soße. bist du dumm? Das ist so, als wenn dein Trainer sagt, das ist so, Digga, das ist so, hör mir zu, ich mache dir jetzt ein Beispiel. Dein Trainer sagt, du fragst deinen Trainer, spiele ich am Wochenende? Er sagt, du spielst, wenn du 10 Runden jetzt nochmal extra läufst. Läufst du dann nicht extra, weil du zu cool bist, um laufen zu gehen? Ich denke, Schule ist was anderes. Nein, also ungefähr das gleich. Bei mir war eine Geschichte zum Beispiel, ich hatte kurz vor Ausfall, 1 in den Champion, wenn ich recht habe, 2 in den Champion, wenn es jetzt nicht recht ist. Ich hatte so eine, 4 Minus oder so, ist die Ausfall. Stimmt, ja. Damals noch auf dem Gymnasium. Und da meinte er, ja, ihr müsst jetzt richtig mitarbeiten und am besten macht ihr alle Referate. Ich kam nicht mehr zur Schule. Perfekt. Ich habe mir die 5 halt mitgenommen. Clever. Das ist natürlich clever. Junge, niemals ein Referat. Hier ist Qualität irgendwie in der Runde. Das macht mich da und du musst es machen. Sonst sehe ich dich doch nicht mehr. Ich kann gerade nicht auf den Chat gucken. Mache ich, kapper. Also Freunde, wenn ich empfehle euch das, wenn ihr sagt, okay, ich nehme eine schlechtere Note mit, obwohl ihr ein Referat halten könnt, dann was soll ich euch erzählen? Ja, schlau ist es nicht. Aber wenn man jetzt in Triechspalt ist, dann würde ich das machen. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe mich dagegen entschieden. Save, immer Referat, schreibt Koray. Koray gibt mir zum ersten Mal recht. Aber wenn man um eine bessere Note kämpft, macht man doch keine schriftliche Prüfung, sondern ein Referat. Ja, bei uns war das immer so. Wir haben immer mit mündlich sowas gemacht. Hey, in den letzten hast du doch über Klamotten und so weiter geredet. Kannst du mir vielleicht drei günstige Modemarken empfehlen? Also nicht Nike oder Adidas. Also in etwa wie LFDY, frag geht auch eine Friede. Digga, LFDY ist teurer als Nike. Also, es gibt bei LFDY kein T-Shirt, was unter 50 Euro ist, glaube ich. Ist doch noch günstiger. Ja, und Nike, hä? Nike-T-Shirts kriegst du für 20, 30 Euro. Ja, aber ist doch noch günstigerer Bereich so. Ja, also, Modemarken. Ich empfehle euch, also Adidas empfehle ich euch, Nike, so eine Dinger. Ja, das wollt ihr ja nicht wissen. Ja, aber das ist ja gut, er meulte Marken. Denk ja, Zara kannst du machen. Ich habe früher sehr viel bei Zara gekauft. Auch. Ähm, H&M habe ich mich sehr früh, H&M habe ich mich sehr früh distanziert, muss ich sagen. H&M war ich auch nur in der Grundschule aktiv. Weil das einfach in meinen Augen keine gute, also du wächstest ein paar Mal, dann ist es nicht mehr so wie vorher. Ja, Chat. Was ist denn hier für eine Musik? Ich weiß nicht, ob ihr so etwas wie Hollister fühlt? Keine Art. Oh, Hollister hatte ich so krank gefühlt, wird immer extra nach Steglitz gefahren, Nedi. Da am Boulevard das Ding. Nichts mehr Straße. Ja, Da riechst du geil, da sind geiles Kanzierungen, was? Da dürfen nur Models arbeiten, also auch Typen. Das ist richtig schlimm. Da hat man mich so oft gesehen, Leute. Ein T-Shirt für 24er. Ich weiß nicht, ob Hollister immer noch so in ist. Ich glaube nicht, ne? Ja, keine Ahnung, Chat. Also ich empfehle euch, Nike, da kann man nichts falsch machen. Adidas kann man nichts falsch machen. Da gibt es auch T-Shirts, die kosten 20, 30 Euro. Und wer sagt, für ein T-Shirt 20, 30 Euro ist ihm zu viel, der muss dann sehr viel günstiger, wird es dann halt, glaube ich, erst so bei H&M und sowas. Aber ich finde, das ist okay für ein, absolut. Ich würde sogar 50 Euro für ein T-Shirt zahlen, wenn du es immer wieder anziehen kannst. Ihr habt dann halt, Freunde, diese ganzen LFDY und Nike T-Shirts und so, die kann ich mein Leben lang anziehen. Ich hatte früher so eine Phase, bei H&M habe ich mir jedes T-Shirt mit dem V-Schnitt geholt. Ja, ich auch. Ich habe gar nicht noch groß. Aber genau diese T-Shirts, die kannst du dir alle wegschmeißen. Kannst du alle wegschmeißen nach 2-3 Mal waschen. Die werden einfach immer heller und so. Ich hatte so rot, das war am Ende rosa. New Yorker war früher. Ja, New Yorker früher auch. Oh, und Jack & Jones. Jack & Jones Hosen. Jack & Jones habe ich immer Hosen geholt. Ich habe Pullis gehabt. Ja, Pullis auch. Pullis und Hosen bei Jack & Jones. Champion. Ja, okay, aber mit diesen ganzen Dingern, das ist ja vergleichbar mit Nike. Er hat ja gesagt, nicht Nike. Ich habe auch nicht. Diese ganzen Dinger sind ja... Es gibt auch Calvin Klein-T-Shirts, Freunde, für 30 Euro. 20 Euro. Oh, Finale. Mann, ich hasse Bergspitze. Ich kann das nicht. Ich habe noch nie in Bergspitze gewonnen. Boah, Eli in der Pole Position. Wo bin ich? Ah, rechts. Aber wir sind beide im Finale, Ludo. Mein drittes Finale, Alter. Eli Geller ganz vorne. Halt dich da oben. Du wuseln. Durch wuseln. Oh, nein. Oh, doch. Okay, ich bin da gerade. Ich bin da. Nein. Ich habe einen auf dem letzten Meter und noch einen auf dem Döns bekommen. Fall hin da drüben. Nein, hä? Friede holt mich. Let's go! Big! Big, Leute. Big! Da bin ich doch. Der Boxer, Leute. Yeah. Ist das schlecht, Digga? Let's go, Leute. Ist das schlecht. Und Nico, danke schön für deinen Hausbrüdi. Toasty TV. Kommst genau richtig. Danke schön für deinen Follow. Mein lieber Nico, wie geht es dir denn? Timzy auch mit einem Follow. Dankeschön. Wie läuft ein Fantasy-Liga? Sehr spät da spielen, in einer Stunde. Ja, ja, aber sonst so. Da bin ich doch, Leute. Ja, also, Dings. Baseball war Quatsch. Ja? Beides? Ganz großer Quatsch. Beide? War nicht mal knapp. Beide? Ja. Was redest du? Hab heute den YouTube-Stream geschaut und euch die Daumen gekriegt. Bro, danke. Nico hat geäufen. Wir wurden Meister. Teigar. Teigar. Nico, hast du gemacht? Du bist zum Champions Division. Du lösst, jetzt. Er meint Duck-Game, achso, oh. Oder er meint den YouTube-Stream von Dings, von Evi. Gute Nacht, was ist dein Williges im Schlitten? Noch gute Kurs für... Kommst du? Leute, gleich kochen. Ich hab Bock. Was ist los, Edi? Wann bist du gerade so leise? Ich guck mir das gerade alles an. So. So. Fancy Liga. Ohne Sinn. Oh, heute ist Payback bei WWE, Leute. Ja, okay. Sagt, ich nehme zurück. Digga, Baseball, Friede. Dritte Inning. Digga, das ist der Wahnsinn. Quatsch. So Quatsch. Kann ich kochen? Willi, fühl ich? Ich auch. Ja. Wie sieht's aus? Der Stream heute länger. Weil ich hab jetzt erstmal drei Tage free. Länderspielpause und ja. Wir hatten heute ein Spiel und jetzt bin ich sowieso. Im Spiel kann ich nicht schlafen, Leute. Digga, wie kann man denn nach dem Spiel nicht schlafen? Immer so. Ich geh weg auf mit Keyboard und ja, man. Mann, Digga, ich hab Hunger, aber ich hab nichts zu Hause, Mann. Das ist so schlimm. Ja, dann musst du halt deine Küche ein bisschen füllen. Kennst du einen Mungo-Bohnen? Einen Mungo-Bohnen. Ich seh mich schon wieder gleich, Digga, irgendwo durch die Gegend fahren und mir irgendwo auf ganz loster Basis mir einen Döner einknallen. Oh. Du hast voll lange... Ach, du isst ja kein Fleisch, ne? Ich hab wirklich Bock auf so einen Döner, aber nur wegen der Soße. Es wird wieder ein Soßenbrot, glaub ich. Gibt's das? Gibt's da bei dir Döner? Nein. Also, ich vertraue es nicht. Ich hab auch keinen Sushi und so. Ich esse die gar nicht. Machst du alles alleine oder halt mit der Mannschaft da im Hotel? Entweder mit der Mannschaft die Kinder essen. Was? Mit der Pizza? Ja, Freunde, unangenehmerweise war das so ein dummer Schachzug von mir. Ich habe mir eine Pizza mit Meeresfrüchten geholt und ich bin ganz schlimm bei sowas. Ich habe drei Stücken gegessen und wegen... also Schrimps und so waren umgekocht und Muscheln und so eine Dinger. Und... Ich habe Angst wegen... Wer ist das Ding? Samonellen. Und die stand dann... Die stand dann da... Weiß nicht, 40 Minuten offen. Sie war auch noch... Weil sie aufgemacht hat, war sie da offen und dann habe ich mich nicht getraut. Sehr lost von Eddie Geller. Aber dafür haben wir die Bundesliga geholt. Dafür haben wir die Bundesliga geholt. Freunde, ich empfehle euch so... Wäre das eine Pizza Margarita, hätte ich mir die noch reingezwiebelt. Aber ich habe so krasse... Wusst ihr, dass ich eine Magen-Schleimhaut-Entzündung hatte? Ich hatte auch schon zwei Magen-Darm-Spiegelungen und so eine Scheiße. Und du kathet deinen Penis. Mir wurde früher... So oft schlecht, Freunde... Ihr könnt mal... Private Freunde von mir... Ist Pepe hier da? Na, Luis kann ich noch nicht da, glaube ich. Aber ähm... Ich habe mich früher im Monat immer so... Ey, ich kriege einen auf den Dölz. Ich kriege einen auf den Dölz. Ich habe mich so im Monat so viermal übergeben. Vier, fünfmal übergeben. Einfach so. Bulimie. Hä? Hast du Bulimie gehabt? Ja. Ich hatte Magen-Schleimhaut-Entzündung. Achso. Keine Ahnung was das... Also wurde mir dann so... Füte, ja. Füte kann es bestätigen. Ich habe so oft gekotzt, Freunde, früher. Ganz schlimm war das mit mir. Da habe ich immer so... Einfach so nach dem Essen. Ganz oft. Einfach so nach dem Essen. Und seitdem ich bin... Ich habe einen ganz empfindlichen Magen. Und da passe ich immer jetzt richtig krass auf. Und so generell so bei Fisch... Ich empfehle euch, wenn ihr Fisch isst... Das dann direkt zu essen. Ich empfehle euch eigentlich auch keinen Fisch in den Sommer. Da müsst ihr auch passen. Natürlich. Wegen Salmonellen. Eh, die war so ein Problemkind. Ne, jetzt aber... Also Real Talk jetzt. Passt auf. Wenn ihr so Sushi isst und sowas im Sommer... Bestellen... Gutes Sushi auf jeden Fall. Ja, gutes Sushi bestellen und essen. Generell, ich würde nicht bestellen Sushi, sondern ich würde immer essen. Und achtet drauf wo. Schmeckt jetzt nicht auch mal schlechter, wenn man bestellt. Ja, und achtet drauf so. Wenn das da... Beim Laden... Der Frisch muss gut sein, Leute. Der muss frisch sein. Der darf nicht riechen. Ja, ja. Da könnt ihr euch richtig knallen. So mit Fisch. Danke. Man kann mit dem Typen kein Sauchen oder sonst wo. Ja, nee. Das kann ich so nicht... Ich habe seit vier Jahren nicht mehr gekotzt. Oha, wann habe ich das letzte Mal gekotzt? Äh... Vor... ...eineinhalb Monaten, also. Schon wieder Schmutz zu gestacken. Eli, wann hast du das letzte Mal gekotzt? Bei mir eineinhalb Monate. Bei mir... Wann waren wir auf Mykonon? Eineinhalb Monate. Eineinhalb Monate, Alter. Kotzen mies. Ja, Kotzen ist ein richtiges Scheißgefühl, Digga. Kotzen ist... ...richtig kacke, dieses Gefühl. Aber es gibt einen Unterschied, Freunde. Zwischen Kotzen, wenn ihr was Falsches mal kurz gegessen habt. Oder mal zu tief ins Glas geguckt habt oder so. Und Kotzen bei einem Magen-Darm-Virus. Ich schwöre, Magen-Darm-Virus-Kotzen. Man kriegt keine Lust. Das ist der Wahnsinn, wie man fast drauf geht. Pfirsich und Traube. Pfirsich, Traube. Pfirsich, Traube. Pfirsich, Traube. Pfirsich, Traube. Man kriegt... Kennt ihr das? Wenn ihr so... Wenn ihr gar nichts mehr im Magen habt. Und trotzdem dieses Kotz-Gefühl kommt. Ja, dann kommt aber nur so... ...Water oder nichts. Ja, ja, genau. Und dann... Oder nichts halt. Ja, ja. Und man verreckt da fast. Und man kriegt gar keine Luft. Das ist sehr schlimm, Freunde. Ich bin kotzen cool. Ich finde es mies geil. Okay. Hattest du schon mal Magen-Darm-Virus? Ich hab... Ich hab... Es ist so ungefähr drei Wochen gehabt. Deswegen muss ich nicht zur Schule kommen. Banane, Wassermelone, Pfirsich. Ich hab mit drei Lachen gemerkt. Banane, Pfirsich. Banane, Pfirsich. Banane, Pfirsich. Banane, Pfirsich. Banane, Pfirsich. Banane, Pfirsich. Einer ist runtergeflogen. Schleifung, sagst du. Wir haben... Im Miku, du hast was Falsches gegessen. Dann mussten wir alle kochen. Äh, kotzen. Ähm, Traube, Orange. Ne, warte mal. Orange, Traube, Banane, Orange. Oh, ich hab mir nichts gemerkt, Digga. Ich schwöre, ich hab mir nichts gemerkt. Ich geh genau dahin, wo du hingehst. Hä? Banane, Pfirsich. Digga. Oh, ich hab mir nichts gemerkt. Ne, ich muss red like was anderes. Ein Freund hat letzte Woche auf mich gekotzt. Hilfe. In drei Stunden aufstehen und zwei Stunden zu hören, wie sie über Kotze reden. Digga. So brennt auch mies, eklig. Ja, Mann. Wo ich siebenartig. Ich kotze einfach einwillig. Hä? Luca mit zwei Euro. Bist der beste Fieber YouTuber. Deine Meinung zum FCA. Ich habe keine Verbindung, Freunde. True. Danke für dein Reset und seinen Wort hat. Kuss, kuss, kuss. Wenn du kotzt, ist der Nachgeschmack. Also was ich euch sagen kann, es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen Kotzen, wenn man was falsch gegessen hat, wenn man zu tief ins Glas geguckt hat. Oder wenn man krank ist, so Magen, Darm. Es gibt, ich schwöre, Magen, Darm, Freunde, ist mit das Schlimmste. Meiner Meinung nach so von diesen Casual Krankheiten. Kannst du, ich rede jetzt nicht so von diesen ganz Schlimmkrankheiten, sondern so Kopfschmerzen, Fieber. Da hast du Magen-Darm, Freunde, das aller Schlimmste, was es gibt. Das war immer meine, ich hatte glaube ich einen Monat so 10 Viertage wegen Magen-Darm-Virus. Jeden Monat in der Ansgarossa, also Gymnasium. Von meiner Mutter immer. Digga, wie ist das denn physikalisch nicht möglich, dass ich da nicht durchgewuselt werde? Was wollte ich sagen? Achso, einer hat geschrieben, beim Saufen ist das Tier immer kotzen. Habe ich schon mal gehört irgendwo. Ich weiß nicht von wo, auf jeden Fall. Oh, da ist ein goldener Ring. Soll ich euch mal was erzählen, Freunde? Komm, ihr lernt hier mal ein bisschen was im Stream. Passt auf, ich lüge nicht. Wenn ihr trinkt, ich bin nicht so einer, der sagt, oh, trinkt jetzt nicht und so. Also erstmal, wenn ihr zu alt seid, äh, wenn ihr alt genug seid, könnt ihr das halt machen. Alkohol erst ab 18, also es geht jetzt hier nur an die 18-Jährigen. Ähm, erstens, Tipp von mir, wenn ihr euch dazu entscheidet zu trinken, sippt ab und zu auch mal so ein Wasser. Freunde, Wasser ist rullet. Also ihr könnt euch ja, ihr könnt ja was trinken, aber dann ab und zu auch mal so ein bisschen Wasser trinken. Und wenn ihr fertig seid mit Feiern oder irgendwo wart, bevor ihr schlafen geht, trinkt ein Liter Wasser oder so. Wirklich, trinkt es auf X am besten. Das ist, das macht, das rettet euch am nächsten Morgen, habe ich von einem Kumpel gehört, so doll. Ähm, wirklich jetzt. Das ist das A und O, so Wasser trinken. Währenddessen. Und passt ein bisschen auf. Also nicht so, wenn ihr so merkt, oh ja, okay, ihr zwiebelt euch jetzt was ein. Lasst euch keine Tipps von Eli geben, sag ich nur. Dann kann man mit oder noch. Zwiebelt euch? Nein, so. Was soll ich euch erzählen? Ah, mein, wie, 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 wie. Okay, ich sage es, Eli. Ja. Tigger, ich kriege schon wieder so Bock. Ich kann euch sagen. Ich kann euch sagen, Wodka kann euch ziemlich kaputt machen. Am nächsten Tag habt ihr Kater des Grauens, Kopfschmerzen und so. Und wie gesagt. Na, hast du es dir sagen lassen? Schmeckt auch nicht optimal, habe ich von meinen Kollegen gehört. Was ich auch besser finde, persönlich gesehen, persönlich gesehen, von einem Kumpel, von einem Kumpel habe ich gehört, dass es cooler ist. Also es ist wirklich so ab 18, wenn ihr 18 seid, könnt ihr ja entscheiden, was ihr macht, so. Man kann sich mal was reinzwiebeln auf dem Geburtstag von seinem Bruder oder wenn irgendjemand Geburtstag hat, weiß ich nicht. Dann, ich bin gar kein Freund. Ich habe mir sagen lassen, dass mischen, mischen sind es nicht. Es ist cooler, oder man trinkt ja keinen Alkohol, jeder der sagt, ich trinke Alkohol, weil es mir schmeckt, der ist komplett lost. Außer jetzt so Bier, ich weiß, manches schmeckt Bier. Aber Frieda hat eine Idee. DECKER! Ich kann den weg. Warte. Ich mach gar nichts. Zumutig, zumutig. Nee, der Mann ist da erstmal duschen gegangen. Halt drauf! Ja, hier links, hier links. Alles gut. Es gibt irgendwo gleich eins vor. Oh, nee, nee, das bringt gar nichts. Warte, 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 warte. Jetzt können wir nach rechts gehen. Wir sind vier Boxe hintereinander. Trau dich, trau dich. Trau dich, Harald. Ich mach hier ein bisschen Platz. Ich habe hier ganz viel Platz, Digga. Digga, hier traut sich keiner. Ich hoffe ich lieber da. Oh, nee, jetzt geht weiter, jetzt geht weiter. Noch weiter, noch weiter, noch weiter. Noch einen. Und jetzt rechts. Ja. Ja. Durchgewuselt. Als letztes, Digga. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Hey Laura. Du kennst die Fick mit den Alexander L. Lieblingsfilmen. Absolut. Ja, ich kenn den. Ist geil. Das Ende fand ich ein bisschen traurig. Aber fand ich gut. Bier zum Abendessen ist das geilste. Ja, nee, mir schmeckt gar kein Bier, Freunde. Bier ist ekelhaft und macht dich besoffen. Ja. Ich sag dir ehrlich, wenn mich jemand fragen würde, ich würde wirklich, wie gesagt, ich betone es jetzt nochmal. Alkohol nur ab 18, wenn ihr unter 18 seid, trinkt es nicht. Aber an alle über 18, wenn ihr euch mal einen reinzwiebeln wollt und das Ziel ist es besoffen zu werden, habe ich mir sagen lassen, dass es cool, also dass es angenehmer ist, wenn man sich mischen anstrengt in meinen Augen, sondern sich die Shots halt reinknallt und da müsst ihr halt dann aufpassen. Ja, was noch ekelhaft ist, Tequila Leute, wenn Tequila trinkt. Ein Jägermeister, Jägermeister soll auch Lust sein. Jägermeister! Ihr habt meinen Respekt, wer Tequila trinkt. So ekelhaft. Zitrone und Salz, das ist lecker und alles nicht lecker. Nein, du meinst du ewig. Ja, fall runter! Du Knecht. Du Knecht! Let's go! Ein kleiner Zieher, ein kleiner Trikotzupfer. Was hast du denn die letzte Runde gemacht von Kleiner? Hat er mich 10 Jahre lang gezogen? Ja! Ja! Go! So big! So big, Leute! Das heißt ja eh, ganz leise, ganz leise. So ein Knechtchen! Ihr müsst Schatz trinken! Habe ich nicht. Habe ich nicht. Das war eigentlich 10-ächtig, ja. Ich hab gehört, du brauchst einen seriösen Investment-Berater. Aber ja, plus eins. PM Walter mit einem Euro, Luca mit zwei Euro. Bist du, ja, hab ich auch gelesen. Benjamin mit einem Sub, Seth Freaking Rollins mit einem Sub und Gamer Verlauf mit einem Sub. Äh, mit einem Follow, meine ich. Tequila, widerlich. Ja, also Leute, wenn ihr nicht alt genug seid, dann lasst ihr euch das, kann ich euch noch sagen. Oh! Medi, danke schon für deinen Host. Volker ist Champ, weiter. Illegioner Sonnabstand, der wurde dritter beim Team. Earnings, ich hab auch schon Earnings. Ja, aber Medi hat 5K mitgenommen. Medi, vielen Dank. Kuss, kuss, kuss. Oh! Oh! Top 3 Situation. Leute, jedes Mal, wenn wir Host bekommen haben, haben wir auf dem Mund geholt. Ist wieder passiert. Ich schwöre, ich gönne dir das so ein Null. Jetzt fliegst du raus. Digga, aber die Ente sieht aus, als wenn sich das nicht zum ersten Mal macht. Die Ente sieht aus, als wenn sich das nicht zum ersten Mal macht. Die Ente gefällt mir gar nicht, FC Duck. Oh mein Gott, das ist doch physikalisch nicht möglich. Ey! Enten, Entenpower, Entenpower. Jetzt ist es zu Ende. Ja! Ente, mach's gut. Digga, die Ente ist so wuselig. Adieu. Oh. Oh, big, Leute. GG. So, klatsch, Leute, den nächsten Fuffi. Den nächsten Fuffi. Auf geht's, Ely. Paypal, sind der Friede, der Top-Milk-Pick. Medi, danke für deinen Host. Danke für den Win. Gottchen. Wundervoll. Wundervoll, 23 Winz haben wir jetzt. Ely-Geller, gibt's noch was zu melden? Die bist rausgeflogen. So strong von mir, Leute. So strong. Einfach mal reingreepen. Ist das schlecht, Digga. So gut. Friede, schwimm zum Glück. Brech lieber Kontakt mit den Knechten ab. Mach ich wirklich, Digga. So ein Pissgesicht bist du. Was? So ein Pissgesicht. So. Hau rein, Sandro. Fehler, Informationen zu Belohnungen. So, bla, 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 bla. Ich hab's auch das Gleiche. Was? Was wollen die? Zählt nicht, der Win. Wegen Cheat, Jungen. Niklas mit einem Follow. Dankeschön, Niklas, für dein Follow. Okay, komm. Ich mach noch eine Runde. Bei mir lebt's alles. Ey, Sidney, kennst du die Energie-Club-Story von Flair? Wenn ja, meint er der euch? Weißt du, weißt du? Wir können uns später mal angucken. Ich bleib heute ein bisschen online, Leute. Wir haben heute gemerkt. Guckst du ein Ding sein? Guckst du NBA? Ja, nebenbei ein bisschen. Und da? Ja, das ist gut. Mo, Schuhe mit 3,50. Eli, wie stelle ich bei meinen Mercedes-Schlüsseln beim Abschließen ein, dass der Wagen hüpft? Das geht. Ich weiß, erstens kann das nicht jeder Mercedes-Benz. Und wenn das geht, dann ist das in den Einstellungen da bei Auto beim Fahrzeug und dann irgendwo unter Verschließen oder so. Ach so, Akustik-Verschließen. Ja, Akustik oder so ist das, ja. Das ist dann so hüpft, ne? Muss bei Fahrzeug hin. Einstellungen bei Fahrzeug und dann muss das irgendwo stehen. Letzte Runde verdoppeln? 100? Lass dich in Ruhe. Hey, Ligella ist nicht mehr confident, Leute. Der Mann hat Earnings und ich bin wieder rausgefunden. Mein Junge. Hast du schon Sascha-Video geguckt? Nee. Ich hab heute noch gar kein Video geguckt. Auf PC gibt es schon so viele Hacker, kann man sich nicht mehr geben. Wie? Echt, ja? Braxton, wir sind genau gleich vom Level und den Punkten. Echt? Ich hab jetzt sieben Wins. Mach NBA-Spiel an und du seit auf der NBA-2K20-Türze. Du hast Earnings, Junge. Mann, Junge. Ja, es geht darum, dass Friede wirklich suchtet. Friede suchtet dieses Spiel. Aber ich bin gut, muss ich ehrlich sagen. Besser geworden, ja. Unser kleiner Schwitzer, Leute. Ein richtiger Öler, Digga. Ich spiele nicht um Spaß zu haben, ich spiele um zu gewinnen. Ja. Aber, Digga, das Ding ist... So ein Mensch wie Sydney ist der Grund, warum Spiele keinen Spaß mehr machen. Aber es sind's. Ja, irgendwie falsch die ganze Zeit. Es ist so passiert. Ja, ich hab auch. Folge ist schon mal süß. Es hat angefangen bei, 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 Dings, Call of Duty. Wegen Matthew Scorpion und Vizca Barca. Tryhard Cat. Dings, ich bin wieder rausgeflogen. Ich muss Spielern starten. Mann, Junge. Ja, okay, warte, das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Ey, die können auch... Ja, aber ich muss mir noch was zu essen holen, Digga. Ja, sonst... Meine armen... Meine armen Gains. Ich zick euch alle... Ich kann euch ja nicht aus. Null. Geht alle zufrieden rüber, Freunde. Der streamt gerade auf Twitch. Mods haut mal seinen Link hier rein. Oh, die da. Ich geh jetzt offline. Das war einer der geilsten Streams, Freunde. Wir haben 20.000 Likes auf den Stream bekommen. Waren zwischenzeitlich... Äh... Ich bin auf dem Palace. Und, ähm... Ja, Freunde. Das war's von mir. Alle zufrieden rüber. Ich geh jetzt offline. Ich hol mir schnell was zu essen. Und dann guck ich noch NBA im Bissl. Fantasy Liga. Haut rein, Freunde. Morgen... Was ist denn morgen für den Tag? Morgen auf Twitch. Morgen ist Montag. Morgen wird's weitergehen auf Twitch. Der Zug hat keine Bremse. Kuss geht raus. Danke für den Support. Edi Galak.